kauf es, kauf es, wenn du es willst, dann kauf es Ich hasse dich auch manchmal capture card, danke danke dafür Hallo, herzlich willkommen zum heutigen stream wo die capture card mal wieder das macht, was sie tun wollte Wie eigentlich immer Naja So, jetzt Yay, die Capture Card macht endlich mal das, was sie sollte. Ich weiß gar nicht, was denn mal das Problem ist. Es funktioniert manchmal echt gut und manchmal funktioniert es echt scheiße. Nicht wahr, Eule? Hi, everyone! Hi, everyone! This is... today's class. Oder so ähnlich. In English! In English! Nein, nicht in English, in Deutsch natürlich. Mit Übersetzungen! In Deutsch mit Übersetzungen. Ich spiele Persona 5 auf Deutsch mit Übersetzungen. Ja, aber probiert. Meine letzte Persona 3 DVD ist angekommen. Die erste... Ich habe die ja auf Deutsch jetzt angehört, nicht wahr? Die eine DVD, die erste DVD habe ich auf Deutsch gehört. Die restlichen nur auf... Das waren irgendwie die englische Version. Well. Du hättest die sowieso nicht mit deutschen Synchronsprechern angehört, oder? Nee. Aber bei der ersten kann ich ihn auf Deutsch und Japanisch einstellen, warum auch immer. Danke dafür, Pepper mit Anime. Aber... Aber... Aber englisch! Mit Anime! Die englische Synchro ist sogar gut, weil... ...die englische Persona-Synchros echt gut sind. Ja. Ich spiele es Hollow Knight. Ja, Hollow Knight Together, oder? Cinderella Phenomenal. Das habe ich bis jetzt... Aber Froh, du hast doch... Funfact, das habe ich bis jetzt gerade eben gespielt. Werde das gedacht, habe ich gesehen. Aber du hast gestern die erste Route durchgespielt. Ja. Aber ich... Hast du gepostet. Ja. Hast du das Good- oder Bad-Ending bekommen? Beides. Also hast du das nachgespielt, oder? Ja, ich habe beide Endings mir erspielt. Auch wenn ich... Ich brauchte die Guide, weil... Die Antwort, die ich mir geben musste, war so blödsinnig. Wie kann man davon alleine drauf kommen? Und beim ersten Mal hattest du jetzt das Gute- oder Bad-Ending bekommen. Das Bad-Ending. Ich hatte zuerst das Bad-Ending bekommen, weil... Ich mich ja falsch verhalten habe, weil ich zum Beispiel sein Geschenk angenommen habe. Wedebe. Au. Danke dafür, Spiel. Klingel, ja klar. Hollow Knight wird übersetzt. Was? Wird das dann ins Japanische, oder? Natürlich doch. Wie kann man... Ich kann Japan... Wie spielst Hollow Knight auf Japanisch? Ah. Fun fact, ich kann kein Japanisch lesen, auch wenn ich japanische Games und Anime mag. Ich kann kein Japanisch lesen. Das habe ich da... Auch nicht. Ich merkte mal spätestens bei Husamo, als ich dann so... Ja, eventlich so... Ja, das eventlich geht es nur auf Japanisch. Ich so... Ich schaue mir die schönen Bilder an und denke mir so... Kuss darüber. Ja, ich versuche dann immer rauszufinden, was sie mir sagen. Aber ich finde es nicht raus, weil... Ich kann japanische Schriftzeichen auch noch nicht mehr googeln. Hä? Kannst du anhalten... Was die sagen halt erkennen. Ich kann es auch nicht wirklich lesen. Ja, was heißt, wenn sie so reden würden, könnte ich wirklich... Eventuell erkennen, was sie sagen. Aber nun hat der Kanji... Ich kann keine Kanji googeln, weil ich... Ich wüsste nicht, welche Kanji das sind. Und... Es gibt verschiedene Bedeutungen noch von Kanji. Von... Wenn der Strich ohne oder ohne... So... So... So einen minimalen Unterschied. Es ist schon ein anderes Kanji. Wollten wir Mishima, Hifumi oder Tora machen? Vergessen? Du hast es auch vergessen, oder? Hab ich. Warte, 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 warte. Das war jetzt nicht grad. Aber wir sind... Auf welchem Level eigentlich... Und so... Ah, okay. Okay, wir können... Wir können ihn machen. Ah. Mishima hat ja immer Zeit. Mishima hat immer Zeit. Hab ja gesehen, dass es nicht ganz der Fall ist. Aber ja. Äh, was ist dein Plan für heute? Dass wir ein Match spielen können. Willst du mit mir spielen? Ich werde dir natürlich was beibringen. Fun Fact. Ich habe heute auf der zweite Route von Cinderella Phenomenon angefangen. Aufgenommen. Fast. Ich wollte es aufnehmen eigentlich. Aber dann doch nicht. Tja. Keine Ahnung, ich stream es noch irgendwann mal. Ich bin momentan in der Rot-Route. Ich bin momentan in der Rot-Route. Ja, aha. Willkommen an die Fumineya wegen... Negusho-Gun. Das war meine erste Route. Die fand ich auch schön. Ja, so schön. Ja. Vielen Dank. Ich werde in der Kirche auf dich warten. Auch wenn er uns hasst. Irgendwann will ich dich lieben. Du wurdest besiegt. Das Schlachtfeld ist Gott mir. Das ultimative Togo-Königreich ist komplett. Alle meine Stücke wurden von ihr genommen. Die Fumi hat mich zum... in den Grund und Boden zerstört. Zu denken... Äh... Du könntest... noch stehen, nachdem du vor meinen... silbernunendlichen Schwerten niedergestreckt worden bist? Bessert. Ähm... Wenn man bedenkt, dass du eine Menge... Ausgast halten hast, dafür, dass ich dein Silberland so früh im Match besiegt habe. Äh... Äh... Die... Entschloss euch nicht von ihr gespürt. Das ist eine wahre Inspiration. Ich muss mir ein paar neue Züge ausdenken. Äh... Ich befürchte, dass du mich übertreffens eines Tages... wenn ich nicht... Äh... Scharfsinnig bleibe. Scharfsinnig bleibe, ja. Und... Äh... Das Match gegen den Profi, welches... Äh... Meine Mutter... Über die meine Mutter geredet hat, wurde... Äh... Confirm. Wurde beschlossen. Aus... Oder hat sie einen Termin. Hat einen Termin! Oder Datum. Das ist ein sehr berühmter Shogi-Spieler. Und... Mein Ziel ist, die erste Frau zu werden, die... Äh... Pro... Ein... Ein Platz in der Pro-Liga bekommt. Ich bin sicher, es wird eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Besonders nach... Diesen Artikel. Ich werde nicht verlieren. Das ist meine Chance, meine wahren Fähigkeiten zu zeigen. Ich hab ein bisschen Angst. Das ist eine Erleichterung, dass du Angst hast. Wow. Lass nicht deine Verteidigung runter, oder? Hm... Es könnte am Ende auf Glück hinauslaufen. Du hast recht. Das bedeutet, ich hab eine Chance zu gewinnen. Dass Sven mein Gegner in einen höheren Rang hat. Ich bin nicht sicher, wie gut meine Skills sich gegenüber einem wahren Profi... Äh... ...zeigen können. All right. Aber... Ich... ...den alle behandelt zu werden. Ich muss denen zeigen, aus was ich gemacht bin. Ah, die sind auch cool. Gib dein Bestes, oder? Ich... Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Okay. Hm. Äh... Da gibt's einen Zug, den ich gerne aussupieren möchte. Äh... Möchtest du mit mir ein weiteres Match spielen? Mhm. Vielen Dank. Äh... Ah, ich weiß, was wir bekommen von hier. Ja, wir kriegen... Äh... Von der Strategie her... ... platzierst du deine Stücke in... ...der Zohle des Falles, um deine Verdienste zu steigern. Was... Genau das ist, was wir jetzt bekommen werden. Genau. Sonst ist sicher, dass du diese Fakt in deinem nächsten Match verwendest. Äh... Für heute... Lass uns... Äh... Versuch so viele Stück von mir... ...zustehen, wenn du willst. Ich würde Fumis Vertrauen in mich wachsen. So, wir bekommen nämlich jetzt ihre Fähigkeit... ...Narkin. Das heißt, wenn wir es hinkriegen, einen Ambush zu machen und... ...die Gegner in einem Zug besiegen, kriegen wir doppelt so viel Geld. Hm. Was übrigens eine ziemlich gute Möglichkeit ist, um Geld zu farmen. Ja. Weil es ein Fahrgifter gibt, bei denen man tatsächlich das sehr einfach hinkriegen kann. Ja. Zum Beispiel... Zum Beispiel... Oh, gut. Treasure Demons kann man da nicht Ambushen, deswegen funktioniert es bei denen nicht. Aber bei anderen Fähigkeiten ist das echt gut. Ja. Alright. Es ist eigentlich wirklich gar nicht so schwer. Man braucht eigentlich nur einen Persona, der halt alle Gegner mit der Schwäche trifft. Beziehungsweise braucht genügend Persona, um alle Schwächen zu treffen. Und dann macht man einen All-Out-Attack und dann hat man das meistens in einem Zug geschafft. Genau. Nur dann. Oder alternativ hofft man eben, dass der Gegner zufälligerweise eine Schwäche hat von dem Charakter, der als erstes dran ist. Keine Ahnung, welcher unserer Teammate das ist. Und dann macht man halt eine Follower-Attack-of-Joker. Äh, nicht Follower-Up. Er hat einen, äh, Bettenpass auf Joker und dann kann Joker den Rest machen. Genau. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Ich setze dir diesen goldenen Mantel auf deinen Schultern. Äh, tu es mit Würde. Ich beginne. Leuchtende Metaphores Gold Promotion! Ich glaube, Yifubi-Shogi zu spielen, lässt meine Scharf-Sinn stärken. Ah. Knowledge, ab! Ich. Well, alright. Vielen Dank für's Zuschauen. Danke für's Zuschauen. Ich freu mich schon auf unser nächstes. Ich glaube, als nächstes müssen wir für dich mal mit Mishima reden, damit wir die Nebenquests bekommen. Weil, Yifubi hat ihre Nebenquests jetzt schon wie bald. Klinge schreibt, ist es gemein, wenn ich sage, dass ich mir heute Käsebällchen, Klamentschiffs gekauft habe? Ja. Link, du bist sehr leise. Und Mira ist sehr laut. Schon wieder? Ja. Es ist wie immer eingestellt. Ich kann mich nicht noch lauter stellen. Klinge, es ist wie immer eingestellt. Es ist nix lauter und nix leiser. Außer habe ich vielleicht wie reihaußes zu laut gestellt. Da stellt er mich jetzt leiser. Schon ein Stückchen. Ha? Bisschen leiser. Ich kann nichts dafür. Ich habe nichts an den Einstellungen geändert. Ich bin gleich laut wie immer. Und vor allem, warum ist wohl Mira laut und ich leise? Weil Mira vielleicht die ganzen Dialoge hier gerade hat. Shit. Dein Text. Ich habe dich gerade eben nicht gehört. Ich dachte, dann wurdest du von uns diskutiert. Nein, ich bin da. Ich bin da. Link, wenn du so schreist, dann höre ich dich gut. Soll ich noch lauter schreien? Oh Gott. Ich glaube, das... Ich kann auch ganz laut die ganze Zeit reden. Oh Gott. Das hört sich... Das ist auf Torge euch anstrengend, finde ich, oder? Nein. Doch, ist es. Doch, ist es. Ich sollte vielleicht lesen. Schreiben. Das auch. Moment mal. Äh, Tuni, fände ich jetzt irgendwas? Hey. Was soll wir tun? Kornyriegel rausholen. Ich hätte niemals den Fandepiefs trauen sollen. Was wird morgen passieren? Link, vielleicht hast du das bei Discord verstellt? Nein, ich habe nichts bei Discord verstellt. Discord ist gleich laut wie immer. Äh. Ich kann auch nicht mal gucken eigentlich. Ich glaube, Discord sollte eigentlich gleich auch immer sein. Discord ist gleich laut wie immer. Ich kann zwar Discord leiser machen, aber... Sag mal nochmal was, Mirai. Hallo. Du bist bei mir immer noch gleich laut, aber egal. Äh. Passiert. Was wird morgen passieren? Finden wir es morgen raus. Das war der Stream für heute. Höh. Gefühlt. 5 Minuten Stream gefühlt. Wir hören auf. Haben genug Verdienste für heute. Ja, der eine Sub von Klingel. Haben wir genug Verdienste für heute? Tja. Heute soll der Angriff von Magic sein, nicht wahr? Deswegen esse ich jetzt ein Kornyriegel. Ach, meine Tübs auspacken. Äh. Internet. Äh, ich gucke aber kurz wegen des Internet. Ich will das Bild nicht gerade bei mir laden. Nein. Nein. Ah. Bild. Internet. Hast du jetzt Bilder oder nicht? Noch nicht. Ich kann so lange kornyriegel. Ach, das. Ich denke, nichts, dass sie fern können. Mensch, es muss wohl zu viel, wie sie gesehen, zu viel für sie gewesen sein. Ähm, die, die Preise werden wieder dumpen, in die Höhe steigen. Die Marktpreise steigen. Genau, die Marktpreise steigen. Verdienste. Es gibt immer nur Verdienste. Vielleicht war Magic das wahres Ziel. Ich halte unsere Deadline, um sich um Magic zu kümmern. Englisch. Futaba schläft immer noch. Das ist nicht gut. Hey. Coffee good for you. Hier ist FBI auf WAP. Das ist jetzt wirklich von wegen so, hey, coffee good for you. Warte mal, wie schön wieder Badending. Wie geht's Futaba? So wie immer. Heute ist der Tag, an dem Wakaba verstorben ist. Ich tue das jedes Jahr. Also merkt euch, Wakaba ist am 21.8. gestorben. Hier, ich habe auch eine Tasse Kaffee für dich gemacht. Ihr seht uns auch als Teil der Familie an, oder? Futaba erinnert mich so sehr an ihre Mutter. Sie ist eine smarte Frau. Sie geht nicht nur mit dem Fluss. Und sie schwimmt nicht mit dem Fluss. Wakaba. Dein Arbeit und dein Kind waren so verpflichtend für dich. Dein Arbeit und dein Kind haben dir so viel bedeutet. Warum bist du so plötzlich gestorben? Das erinnert mich. Du siehst mich mit dem Prosecutor sprechen. Ich meine, die Frau in der Stütze, oder? Du hast mich gesehen, wie ich mit dieser Rechtsanwältin geredet habe. Ich meine, diese Frau in dem Anzug... Ja, das war Sai. Wir kennen Sai. Ich erinnere mich, du warst wirklich beobachtet. Sie könnte zurückkommen. Also ich glaube, ich sollte dir über das erzählen. Diese Frau hat versucht, Informationen über Wakabas Recherchen aus mir rauszubekommen. Das haben wir im Palais gehört. Du musst nicht wissen, worüber die Forschung war. Nur wissen, dass es ein Problem gab. Nur, dass es ziemlich viele Probleme damit gab. Obviamente, Wakaba wurde auch in das gezwungen. Nun, sie sagen, ihr Tod war ein Selbstmord. Aber ich habe so meinen Zweifel. Zweifel? Hat sie, dass sie getötet wurde? Wahrscheinlich waren es Leute, die wollten, sie recherchieren und sie für ihre eigenen Bedürfnisse zu nutzen. Äh, anscheinend gab es Menschen, die ihre Forschung für sich haben wollten und es für ihr eigenes Wohlhaben nutzen wollten. Keine Ahnung, ich habe noch nicht mal ein Stückweise Beweise dafür. Deswegen habe ich Futaba davon nichts gesagt. Ich möchte nicht noch mehr Probleme verursachen. Dir ist klar, dass Futaba hier alles aufnimmt. Und deswegen Welp. Was? Oh, wow. Mirais Laptop ist abgeschmiert. Ich muss einmal neu starten. Ich komme gleich wieder. Ich habe mich schon gewundert, warum Mirai auf einmal weg ist. Ja gut, da ich so oder so da momentan noch Selbstgespräche führen muss, kann ich das ja auch noch weitermachen. Es klingt, als hätte sie selbst Verdacht gehabt, wenn wir das berücksichtigen, was sie im Palas gesagt hat. Jetzt höre ich dich besser... Du kannst mich mal klingen! Dennoch gibt es eine Dinge, die ich bereue. Es war kurz bevor Wakaba gestorben ist. Sie hat mir gesagt, ich denke, ich werde sterben. Ich habe es ausgelöst, dachte, es war nur ein Schalz. Aber wenn ich sie einfach ernst genommen hätte... Das ist ein anderer Grund, warum ich Futaba aufgenommen habe. Reduktion. Sie ging durch solche horrible Dinge. Diese herzlosen Erwachsenen haben einfach auf dieses arme Menschen eingeschrien. Ja, Reue. Danke, Mirai. Hey. Wie redet ihr über Anruf Discord? Wer ruft da wen an? Ich rufe... Ich rufe sie an und sie kriegt das Bild von mir. Hey. Wie verhalts so emotionale Wunden? Sie werden irgendwann von selbst heilen. Ich stimme zu. Ich warte darauf, dass es passiert, aber... Futaba? Futaba? Futaba! Es ist kalt. Es ist kalt. Er ist kalt. Ich muss zu sagen, wir reden zu lange, wie er noch nicht da ist. Huh? Das kannst du doch nicht verkaufen. Ne? Äh, äh, ist doch egal. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Äh, ich bin übergelaufen. Geht's dir gut? War das schlecht? Das ist es nicht. Ich bin nur schockiert, dich aus dem Haus zu sehen. Ähm, tut mir leid, dass ich dich beunruhigt habe. Oh, er hat die Brille abgesetzt und weint. Es ist alles gut. Mal abgesehen davon, was ist das Datum von heute? Äh, es ist, äh, es ist der 21. Äh, es ist der 21. Ich fühle mich so an, als würde ich irgendwas vergessen. Ähm, Maget? Oh, das ist es. Jetzt kümmern wir uns mal darum. Komm schon. Anscheinend funktionieren die Bankautomaten nicht mehr. Ich habe gehört, irgendjemand hat mit dem System rumgespielt. Ist es Maget? Nein, das kann doch nicht sein. Was macht die Polizei? Sie sind so inkompetent. Selbst die Ferne könnten sie nicht stoppen. Jetzt bin ich an der Reihe auszuhelfen. Hm, Maget. Nun, wie kochen wir sie am besten? Du bist, ich überlasse es dir. Roger. Hey Futaba, wir haben nicht mehr viel Zeit übrig. Bist du sicher, dass du das tun kannst? Die Katze hat gesprochen? Ist das ein Traum? Ich gehe schlafen. Es ist kein Traum. Mach auf! Sag etwas! Ah! 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 So, jetzt geht's mir besser. Ich erkläre es später. Okay. Beeil dich doch! Ah, ich schätze, dass es egal ist. Lass uns kratzen. Du tippst einfach einen Weg über da. Bist du sicher, dass das funktioniert? Ähm. Hm. 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 Hey, Futaba! Hey, Futaba! Ja, es ist gut, dass es mir Bescheid gibt, Gekku. Sowas muss ich tatsächlich wissen. Sowas hätte ich auch gerne im Stream selbst gewusst. Und nicht erst jetzt, aber... Hm. Was so? Ja, schade, dass es keiner dem Chat gesagt hat, irgendwie. Ah! Ah! Tja, typisch Chat. Hm. Ich geh immer noch in den Wald. Ich glaube, sie kann mich nicht hören. Ich glaube, sie kann mich nicht hören. Reden wir schon mal über intensive Konzentration. Und bin auch wieder raus. Viel Spaß euch noch. Bye, Gekku. Und viel Spaß, ihr habt später im Stream, wie ich gesehen hab. Das Ort ist so... Wie der Müllhalde. Aber mit deinem TTT-Stream hab ich dir doch gesagt, dass du zu leise warst. Hast du? Wann? Mir wurde nur gesagt, die anderen waren zu leise. Das wurde mir ja auch gesagt, die anderen waren zu leise. Deswegen hab ich dir auch erstmal lauter gestellt. Ah! Futaba, du solltest dein Zimmer aufräumen. Hm. Ich will aber in den Wald. Sie hört nicht zu. Oh, gut. Nur hier rum zu warten ist langweilig. Lass uns das Ort aufräumen. Huh. Sieht ein bisschen besser aus, nicht wahr? Was denkst du? Nun, Futaba. Wir sind hier auf unserer Seite fertig. Bist du fertig? Wie sieht's bei dir aus? Hat sie da eine Pferde oder so? Kuff kuschelt hier über ihrem Computer? Du hast aber bei mir geschrieben, dass alle zu leise waren. Das hast du bei mir geschrieben, Klingel, nicht bei Liara. Ich will in den Wald. Sie hört nicht, was ich sage. Sie hört nicht, was ich sage. Ah. Ich bin zwar zwischen 16 Uhr noch mal weg, aber ich hoffe, ich werde dich zu viel verlassen. Du hast schon eine Menge verpasst, Lena. Eine ganze Menge. Du hast zum Beispiel schon verpasst, dass heute Wakaba's Todestag ist und dass Sochibu sich sorg gemacht hat und dass Futaba jetzt aufgewacht ist. Äh, ich will auch in den Wald. Ich glaube, wir müssen einfach noch warten. Ich bin fertig! Was ist passiert? Ist irgendwas passiert? Was ist los? Es ist fertig. Fertig? Schaut mal, Futaba hat auch so ein tolles Gamer-Kissen. Aber mein Handy wollte mir echt nicht früher Bescheid geben. Fertig? Was ist passiert? Wow, Handy. Ah! Es ist so sauber! Warum? Wir haben es aufgeräumt. Ist das wirklich wahr? Hast du dich wirklich um Magic gekümmert? Ich habe sie gekümmert und jemand anderes hat sich um meinen Raum gekümmert. Ich verstehe das zwar nicht, aber das ist gut. Futaba? Hey Futaba, was ist falsch? Sie schläft wieder. Sie schläft. Nun, es sieht so aus, dass sie sich umgekehrt wurde. Ich glaube, wir sollten auch nach Hause gehen und schlafen. Geh schlafen, Joker! Ich habe gehört, die Bankserver wurden übernommen. Das ist ein Fake, nicht wahr? Das kann nicht sein! Ich habe Angst! Was soll passieren? Wird die Polizei eintreten? Viktorieren sie uns? Ernsthaft? Ich bin sicher, die Fernsehfies werden irgendwas tun. Ich bin sicher, oder? Ja? Pii, 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 Pii! Das ist die rausklasse! Wie lange braucht sie mir das PC eigentlich um wieder hochzufahren? Awesome, unglaublich Und sie hat sich um Magic gekümmert, nicht wahr? Äh, viel wichtiger Wie geht's für Java? Sie ist in ihrem Tutor Er hat zurft Sie muss ziemlich erschöpft sein Ich kann ihr keine Schuld dafür geben Der ist schon wieder ab Och, Mirai, was tust du? Wenn Magic, äh Was ist, wenn Magic Wenn Magic, äh Seit das ein Update ist, also Wenn Magic, äh Was damit zu tun hat Wird es sicherlich in die Nachrichten gehen Oder wird es in die Nachrichten auch noch getraut Das sollte genug sein, um zu bestätigen Ob Sich unser Deal erledigt hat oder nicht Also Warum schauen wir da nicht die Nachrichten zusammen an? Ja Lass uns Im Ende blau treffen Wie üblich Wie sehe ich morgen, Leute? Wir sollten momentan sicher sein, nicht wahr? Okay, wir sind sicher Boah, PC von Mirai Janschelle Janschelle und alle Ich bin mir nicht sicher Schlafen wir einfach mal Okay Wir schlafen, Joker Wir müssen einfach Futaba vertrauen Also Geh schlafen Und, hat sich auch was verändert? Momentan noch nicht Außer, dass wir immer noch Ferien haben Es ist der 22.8 Was ist das? Erzhaft? Nein Das kann ich nicht glauben Das Ist kein Scherz, oder? Sie haben verloren? Wie könnte das passieren? Hey, deine Freunde sind hier Komm runter Boss Hey Hi Ja, unsere Freunde sind hier Also bist du endlich wach? Faulet sie dich nur, weil du Sommerferien hast Yo, du siehst ziemlich müde aus Wir haben uns gemütlich gemacht Gestern Nacht wurde entdeckt, dass jemand mit der Hackergruppe Medjeds An der, also an der Webseite der Hackergruppe Medjeds rumhantiert hat Die Hauptseite zeigt nun, wie man denkt, das Zeichen der Phantom Thieves Noch dazu wurden die persönlichen Informationen eines japanischen Mannes, der möglicherweise ein Medjeds Mitglied ist, illegal publiziert Startseite, genau Waren diese Leute nicht irgendwie im Krieg oder so? Medjeds muss immer noch offiziell antworten darauf Noch dazu wurde ihr bisher Was Wurde ihr ankündigter Überfall auf Japan bisher nicht durchgeführt Manche spekulieren, dass sie diese Vorfälle ernst nehmen und für immer ihren Plan aufgegeben haben Ja Ja Warum lacht ihr alle darüber? Was Großartiges passiert Nun hör auf damit Ihr werdet alle meine Kunden verscheuchen Nach der Werbepause werden wir verschiedene Gäste von den verschiedenen Feldern und verschiedenen Berufsgruppen über diese Ereignisse nachfragen Aber es gibt hier keine Kunden Es kann Kunden geben Meine Kunden haben auch Sommerferien Ach verdammt, ich habe gerade realisiert, dass unsere Pause was vorbei ist Es gibt immer noch zehn Tage Ich möchte irgendwo hingehen, aber wir können doch Futabachan nicht alleine hier lassen Etwas bedrückt mich auch noch, wie diese Untersuchungen Oh, bist du gerade eben aufgewacht? Guten Morgen Es scheint so, als wäre sie vorsichtig wegen uns Hey, warum gehen wir nicht nach oben? Wenn noch mehr Kunden kommen, hätte sie noch mehr Angst Warum gehen wir nicht mit ihnen, Futaba? Hab Spaß Es ist jetzt Zeit, dass meine Regulärer aufhören Also ich will nicht, dass ihr euch über meine Store loiterieren Also will ich sowieso nicht, dass ihr Leute hier in meinem Laden rumfaulenzt Der Fakt, dass es keine Schaden durch diese Hackeraktivitäten gab Lässt einen noch nachdenken Das, was ich jetzt hier festlegen möchte Ist das Verhalten der Polizei und noch wichtiger, der Regierung Hallo, ihr wunderbaren Menschen Hallo, du wunderbare Nana Ich will in den Wald Was meinen Sie? Tun sie überhaupt ihr Bestes, um eine effektive Gegenmaßnahme gegen die Phantom Thieves? Auszuführen Ist es nicht die Regierung, eine Gesellschaft zu kreieren, wo die Bürger ohne Sorge leben können? Unglücklicherweise ist das jetzige Regierung Ich glaube, das jetzige, ich glaube, Karen und ihr Parlament Das jetzige Parlament macht los Deshalb sollten sie entlassen werden Ich glaube, jetzt ist es Zeit, meine politische Karriere zu riskieren In der Hoffnung, eine neue Realität zu erschaffen Ein neues politisches System, das über Parteien hinausläuft Ein ideales Land Des Friedens und der Ordnung Dieser Politiker scheint ziemlich fiebersprechend zu sein Ich muss zustimmen Ich hoffe, er kann die Sorgen der älteren Leute erleichtern Was denkst du, Boss? Oh, sorry, ich hab nicht zugehört Also haben die Phantom Thieves nur das Herz von Futaba Sakura gestohlen Und Majid wurde als Ergebnis von ihrer Wurde dem in Folge Bei ihrer, ähm, mit ihrer Mit ihrem Echt Echtleben, mit Real Life Hacking-Fähigkeiten besiegt Das scheint mit den Fakten, die wir wissen, übereinzustimmen Wenn er die Wahrheit erzählt, dann hat Wakaba Ishiki nicht Selbstmord begangen Hat eine dritte Partie ihr Leben mit dem Ziel, zu zerstören, ihre Forschung zu zerstören? Wakabas Tod war vor zwei Jahren Wakabas Tod war vor zwei Jahren Das stimmt auch überein mit dem Anfang dieser Vorfälle Ist dieser andere Metaverse-User, den Matarame und Kaneshiro erwähnt, wirklich existiert? Existiert diese andere Metaverse-Nutzer, den Matarame und Kaneshiro erwähnt haben, wirklich? Vorher habe ich kurz die psychischen Zusammenbrüche, psychischen Zusammenbruchsvorfälle erwähnt, die die Öffentlichkeit alarmiert haben Plötzlich verlieren Menschen ihr Bewusstsein oder wir werden ziemlich wütend Eine Situation so unvergleichbar wie diese kann nicht als problematische soziale Bedingungen Umstände abgestempelt werden Ich denke, dass diese Fälle alle zu einem viel größeren, von Menschen erschaffenen Plan gehören Die Methode, die involviert ist, hat immer die Erklärung gebildet, aber deine Geschichte hat praktisch ihre Verwaltigkeit verhindert Auch wenn ich nicht geglaubt hätte, dass von deinem Geständnis oder von deiner Aussage ein neuer Kriminell ans Licht kommt Was hat eure Gruppe von diesem anderen Metaverse-User gedacht? Wie selbstsüchtig von euch? Wie selbstsüchtig von euch? Die Phantom Thieves spüren mit den Menschen der Herzen, ohne die Konsequenzen nachzudenken Wie ist das anders? Wie rein? Funktioniert das? Ja? Bin ich nicht klar? Jetzt muss ich es Laptop, please! Warum bist du so? Ich weiß jetzt nicht, warum er wieder abgeschmiert ist und warum es diesmal so lange gedauert hat Ich hab deinen Part bis hier übernommen Ich bräuchte nur einmal jeder Bild Ich hab mich grad schon gewundert, warum du nicht redest Haha Jetzt bin ich hier da, tut mir leid, Leute Jetzt bin ich voll nicht hier da und Danke, Lena! Erstmal sei es Gesicht bedecken Danke, Lena! Danke! Ja, nun... Egal wie du darüber über sie denkst Es gibt keinen Zweifel über deine Entschlossenheit Sind diese Vorfälle auch wegen dir oder wegen jemand anders? Ach egal, ich werd das schon herausfinden Ich fühl mich, als hätt ich ein Rank-Up mit Sai Gäste nicht Sack Danke, Lena! Alright! Und lass uns mit deinem nächsten Straftat weitermachen Kunikazu Okumura Kunikazu Okumura Kunikazu Okumura Du solltest wissen, wer er ist Wenn man bedenkt, was passiert ist Deine Aussage zu diesen Hohoi ist sehr... Ja, sehr ernsthaft Ich bin sicher, du verstehst warum Ähm... Und noch eine nächste Frage ehrlich Was hast du mit diesen Okumura getan? Also, die nächste Story-Arc fängt an Aber es dauert noch, bis wir in die nächsten Dungeon kommen Ja, ich hab... Erstmal haben wir doch Sommerferien Ach... Ne, mein Stream noch... Mein Virus ist nicht abgelaufen Danke! Boah! Hat die Virus ist abgelaufen? Der Virus installiert Zu denken, dass die kognitive Version von einer Person sich in ein so schreckliches Monster verwandeln würde und es angreifen würde Das heißt, unsere Enemies sind nicht nur auf Shadows limitiert Die Opfer wie die Sklaven im Schloss oder die laufenden Geldautomaten Äh... Wenn es so scheint, sie sind nur ein Teil der Hintergedanken ihrer Entwicklung In anderen Worten Der Ruler eines Chaos setzt die Form und die Stärke ihrer eigenen Einbildungen fest Ich hätte gerne Putavas Mutter gefragt, wie weit sie mit ihrer Forschung war Putava, kriege ich was von der Nudelsuppe? Das ist wahrscheinlich eine Instant-Nurhe, Fiffen-Nurhe Erforschen-Nurhe Erforschen-Nurhe Sie hat... äh... bei diesem kognitiven Science-Zeug recherchiert, nicht wahr? Wenn wir... alle müssen wir zusammentun, die wir gesammelt haben, zu diesem Punkt Äh... die... das Auslösen der kognitiven Psychologie kann jemanden zum Tod führen Und es könnte mit diesen psychotischen Zusammenbrüsten... äh... zusammenhängen Äh... wenn man die Einung... äh... abhängig von Einbildung Sprich eine starke Verbindung zu dem und dem Metaverse Ich bekomme langsam Hunger, ich habe bis heute jetzt erst gefrühstückt Du auch? Auch gefrühstückt? Ich hatte eigentlich schon Mittag gegessen Äh... Noch dazu, äh... wurden die Erforschungen gestohlen und von irgendeinem anderen genutzt So... das sind diese Typen, die Putavas schon die falsche Suizid-Nachricht gebracht haben? Wenn das der Fall ist, dann kann man diesen Leuten nicht vergeben Hey Futaba, gibt's noch irgendwas anderes, woran du dich erinnerst? Und tschüss Die Schüssel weg Schwierig Warum esse ich heute Abend und gleich gibt es Kuchen von Omi? Kuchen von Omi! Kuchen Erstmal eine neue Insta-Noodle zu holen Well... Sehr guter Ernährungs-Geruch Komm schon, nicht fair Nicht fair Hey, kann ich was abbeißen? Nein! Alles meins! Gemeinheit Machen wir nicht ne kurze Pause Machen wir nicht ne kurze Pause Gott, nicht! Ich hab nachgedacht Mal abgesehen Futaba ist ein Genie Nein, selbst wenn Futaba ein Genie wäre Könnte sie wirklich eine internationale Hacker-Organisation so einfach besiegen? Derjenige, der Defended Thieves war der Typ in Japan Ich wusste, die Medjet-Mitglieder in Japan sind nicht wirklich besonders Also war ich nicht besorgt Und woher weißt du das? Ich bin der Gründer, weil ich der Gründer bin Was? Ähm, was meinst du? Sollten wir das ernsthaft nehmen? Zuerst war es nur ich alleine Äh, damals war ich der Hacker der Gerechtigkeit Wurde ich so bezeichnet Äh, ich anonym geblieben bin Dann sind irgendwelche Leute aufgetaucht die diesen Namen benutzen überall auf der Welt Und die halber Verbrechen Es war echt nervig sie alles zu exposen also hab ich sie gelassen dann loszuwerden Ähm, also Futaba war das wahre Medjet und wir haben uns also war Futaba das wahre Medjet und wir haben uns Sorgen gemacht wegen irgendwelchen schwachen Kopierern? Also wir haben wirklich das erste Medjet gestohlen wenn man es so sieht Ja Du hättest es uns von Anfang an erzählen sollen, Futaba Ja, meine Krähenfreundin mit, ich müsste nicht so laut sein Aber ich bin doch die Eule Äh Hut, Hut Du bist nicht Hut, Hut Oder? Äh, den Namen Medjet habe ich eine Weile abgelegt Ich bin jetzt Alibaba Utaba Was willst du jetzt tun wollen? Utaba Was willst du jetzt tun wollen? Äh, jetzt wollen wir unser Geheimstrans Wir würden mich gerne in unser Team aufnehmen Okay So, so Ja Mach's so? Ich könnte unsere äh, Untersuchungsmomentos etwas erleichtern Nun, ich schätze mal Oh, Monatschan Futaba ist unglaublich Sie wird eine große Hilfe für uns sein, nicht wahr? Sag Futaba Sag Futaba Wie haben wir uns herausgefunden? Zensur Was? Immer noch Zensur Zensur Das ist ein Geheimnis So, jetzt hat's geklappt Und wie hast du gelernt zu hacken? Jetzt habe ich jeder zensiert Privat Hast du ein Navi bekommen? Ich lehne es abzuantworten Sehr kooperativ Husabachan Husabachan ist wirklich einzigartig Es wird ein Problem, wenn sie sich nicht uns gegenüber öffnen wird Ach Futaba Keck Zumindest sollte sie sich normal mit uns unterhalten können Sollen wir tun? Komm schon Lass ihn kennen Lass ihn kennen Wie? Müssen wir sie helfen, sich gegen uns um über uns zu öffnen Einen ganzen Tag, dann wird sie vielleicht sich an uns gewöhnen Äh? Ich sehe Äh? Ich verstehe Wir haben die Zeit Wegen unserer Sommerferien Hören wir morgen damit an Hören wir morgen damit an Es gibt viele Leute da Plus wir sind total verdreht in der Nähe Komm schon, geh wir zum Strand Da gibt's viele, viele Menschen Und noch dazu wurde ich total in der Wüste Äh Getrocknet Ausgedrückt Jetzt habe ich Haikyuu Flashpicks dank der Krähen und Eulen Hey, 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 Konosuba Das ist eine große Idee! Ich habe vergessen, wir sind noch nicht Ich bin noch nicht zum Stand gegangen Ich bin aber die Wolfskrähe Excuse me? Well, excuse me, Princess Willkommen Wir sehen uns Lass mich auch helfen Ich habe nichts geplant Lass mich aufhören Ich habe nichts geplant Ich habe nichts geplant Danke, wir werden im Plan mit jemandem mit allen erstellen abhängig davon, wer wann frei hat Okay Okay Was kann ich wirklich tun? Wirklich tun? Lena fängt also erst am Anfang, äh, Anfang Oktober an mit Haikyuu Aha Es wird ein Desaster werden Viel Glück Warum ich? So flauschig bist Ja eben Stress ist der Gegner der Schönheit Weißt du? Warum hast du Stress? Ich bin Akechi Ich habe niemals Stress Ich bin so wunderschön Hm? Der Biese darf ich darüber ruhig bleiben Ich verstehe, wie du dich fühlst Aber du musst nicht so stressig sein, Baby Ah! Gott, dieser Katzen sind groß Ja Sie killt mich ein bisschen So sei wieder der Host Oh, egal Dank diesem Vorfall mit den Hackern Denken die Leute Nennen uns die Leute inkompetent Und aufgrund dessen Die Phantom Thieves Claiming Justice ist auf ihrer Seite Don't make me laugh Mal abgesehen davon Sagen die Phantom Thieves die Gleiches auf ihrer Seite Bring mich nicht zum Lachen Verarsch mich nicht Verarsch mich nicht Es gab keine Spuren oder Ähnliches Also müssen sie ziemlich talentiert sein Either way The general public recognizes the Phantom Thieves as the subjugating party Bis gleich Lena Bis gleich Lena Guten Hunger bei der Omi Genau, genießt den Kuchen und die Zeit mit Omi Naja, egal wie sie es getan haben Die öffentliche Meilen Was? Der Große der Öffentlichkeit ähm Erkennt die Phantom Thieves als die siegende Partei an Äh Sie kriegen so viel Unterstützung So viel Äh, einfach schneller als wir angenommen haben Mh Es ist in der Tat eine Abnormale Situation I'm beginning to suspect Mass Manipulation of some kind Es ist in der Tat eine Abnormale Manipulation Los, los, los Los, los So langsam beginne ich eine Art von Manipulation von Mass Manipulation Dass ich kurz gelesen habe Mass Destruction Mass Destruction Oh yeah Da 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 Bär, Bär, Bär So langsam glaube ich dass eine Massen Manipulation oder ähnliches hier am Werf ist Es ist selbstmütig dass eine machtvolle Person hinter dem plotten die psychotischen Breakdowns Es ist selbstmütig dass eine machtvolle Person hinter all dem steckt die die psychischen Zusammenbrüche plant Wenn ich es nur früher realisiert hätte Oh mein schönes Gesicht Es ist selten diesen Ton von dir zu hören Selten diesen Ton von dir zu hören Für meine Gerechtigkeit werde ich ihnen nicht vergeben Ja Mhm Okay Harvisa Justice Guck mal Wir haben Futaba jetzt in der Mail Äh In dem Chat In dem Chat Und damit Und das Alibaba Profilbild will nicht auftauchen Sie war zwischendurch die Augewörterin als Alibaba Ja gut Sie hat jetzt ein anderes Profilbild Sie hat dieses Ihr normales Gesicht Dieses Profilbild eben Hey Ich hab ein paar Leute über uns reden hören im Zug nach Hause Sie haben gesagt, dass sie Sie haben gesagt wie unglaublich Sie denken dass sie Fantasies sind Auch solche Sachen gehört Mhm Ein großes Thema sein in dieser Konversation Ehrlich zu Äh Um fair zu sein Äh Die Vorfälle Was Die Umstände von einem Match bei Matching Angriff wären massiv gewesen Es ist keine Überraschung dass sie uns dafür danken dass wir es äh dass wir es abgehalten haben Knusper zu Infinity Add Beyond Und Das ist gut zu hören Und Das ist alles dank Alibaba Du warst eine große Hilfe Ah nix Erinnert mich und setzt die Farbe grün Erinnert mich über die Sachen äh Wegen der Gelderunordnung und die Banken Und mehr Chat oder Was anderes Also Reagieren die Leute über wegen eines Zufalls Entweder das oder die Gerüchte waren niemals wirklich wahr Hm, es scheint, als wärst du ziemlich Gespräch in solchen Konversationen. Hm. So, dann wäre ich die Kerwalden. Äh? In den Wald gehen? In den Wald gehen? Ach. Hm. Ich glaube, dass ich das kapiere, aber ich bin sicher, sie ist wütend. Ja, sie hat ein wütendes Emoji-Gesicht gemacht. In den Wald gehen. Du musst dich entschuldigen, Yusuke. Ich? Warum? Hihihi. Hey, wird es wirklich in Ordnung gehen? Ich mach mir Sorgen, wie die Dinge ab jetzt laufen werden. Ach, mach dir keine Sorgen, Mona. Es ist nur Yusuke ist mal wieder Yusuke. Hm? Ah. Futaba zu trainieren wird eine Menge Arbeit werden. Mehr als das Herz an den anderen zu stehlen. Nun, das sind meine Fantasy-Leaves. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Das beweist endgültig die Gerechtigkeit der Fantasy-Leaves, Hallo Mishima. Shima? Geh nicht wieder in die andere Maut. Ist sie sicher? Es gibt keinen Zweifel daran. Ich meine, ich denke, ihr habt doch Maget Besicht. Selbst die Leute, die die Fantasy-Leaves kritisiert haben, müssen das jetzt akzeptieren. Die Neuigkeiten verbreiten sich wie ein Wildfeuer. Wie ein Buschbrand. Was? Ja. Buschbrand? Blaufeuer. Ich werde es einem Extra-Boost auf meiner Seite geben. Ich schätze mal, die Raten, dass der Zustimmung werden über die Deck, über das Dach hinausstoßen. Freut euch schon. Woff, begonnen! Warum ist er von all den Menschen darüber aufgeregt? Nun, die Neuigkeiten haben wirklich eine Menge Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Ich kann es gar nicht abwarten sehen, was passieren wird. Achso, wir können nachts Zeit verbringen, sich gerade mal wieder schlafen gehen. Nein, natürlich gehen wir nicht schlafen. Okay, dann machen wir mal Hifumis Quest, oder? Hifumi. Jetzt ist es, wir nehmen sie an. Hallo Hifumi. Draußen ist es heiß, aber mein Gedanke ist ziemlich klar, weil es hier so kühl ist. Ich bin nicht wirklich ähnlich wie in der Stimmung für ein Match. hier kein Chogi jetzt beibringen. Oder von jetzt Was ist passiert? Bin ich gratis? Schachbart, meine einzelne Option ist aufzugeben. Wahrscheinlich aufzugeben zu wollen. Aber ich bin sicher, was der Nächste Zug ist nach diesem Schachmatt. Hifumi scheint Probleme zu haben. Mein überfließendes Wissen sollte nachgesehen Hifumi ihren nächsten Zug zu erklären. Maximum Knowledge notwendig übrigens. Ich fühle mich als würde ich näher an sie rankommen dank dem Persona des Star Kinders Nikosho. Willst du mir Zeit mit Hifumi verbringen? Was? Willst du es mir helfen nachzudenken? Bevor wir gespielt haben äh bevor wir gespielt haben? Äh gleich möchte ich dir was erzählen über dir was reden. Meine Mutter hat mir gesagt ich sollte äh mein Match gegen den Profi verlieren. Was meinst du? Das ist eine Strategie sagte sie sagt mir wenn ich gegen einen Mann verliere werde ich Sympathie kriegen von Frauen und weibliche Fans kriegen und dann werde ich meinen Kamm weg haben und ich werde ein Symbol für eine starke Frau sein überall Ja genau So könnte ich meine die populäte möchteliche Magethees nutzen und dann noch berühmter werden das so eine scheiß Idee Das wird nicht klappen Mensch ich könnte ihr zustimmen aber meine Mutter könnte recht haben die Leute lieben so eine Comeback Stories und sie kommt ja von der TV und meine Mutter hat einen guten Sinn für Entertainment Ja da sie eben im Fernsehen mal gearbeitet hat Ja Das ist halt äh kann ich nicht anders als äh wenn es es ist falsch solche Dinge zu tun Ich hab mich ziemlich deutlich meiner Mutter geschrieben Das war das erste Mal aber was mich traurig gemacht hat war realisiert dass meine Mutter mich nicht als Shogi Spielerin gesehen hat sie sagte ich es ist nicht nötig für mich so viel Zeit und so viel äh Shogi zu investieren Mürz Sobald ich berühmt werde ich die Schule mit der Schule aufhören kann und mein nicht Schule Shogi aufhören kann und dann wegen meines Aussehens Geld machen kann Also der Grund warum sie meine Shogi Karriere weiter ist so dass sie Profit gewinnen hat von mir als Idol Egal egal welcher Smash verlierer solange ich verdienste machen kann und noch mehr verdienste und halt einen Beruf habe habe genau Ich meine da ist Shogi nur ein was mich berühmt machen soll Wie auch immer mit Absicht zu verliehen ist falsch Ich will es nicht ihr hilft gerührt zu werden meine Eltern zu entlasten Ich möchte nicht meinen Rücken zu Shogi kehren ein Spiel welches mein Vater um ich lieb Da tun wir etwas dagegen Das nur möglich wäre Sie ist der Typ von Frau die niemals ihre Meinung ändert Sie möchte dass ich ihren unerfüllten Traum erfülle ein Promi zu werden durch mich Ich zweife ziemlich stark an dass sie mich berücksichtigt Wie ist der Name deiner Mutter? Das Mitsuyo Togo Was hat das mit dem zu tun was wir geredet haben? Ich muss etwas für Hifumi machen Hifumi Hifumi Yay Ey Oh wir träumen von Beatherdroom Hmm Niara Laiera Can Setsch Hä? Stehen fort mit dir reden Steh gerade und hör ihm zu Inmate Inmate Es scheint als hättest du das Herz eines eingesperrten Mädchens befreit und sie vor ihrer verfluchten Vergangenheit gerettet Ein anderer Schritt wurde zur Rehabilitation gefordert Du hast ziemlich gut gefordert Ein nächster Schritt Ein anderer Schritt wurde in Richtung Wiederaufbau getan Dein Fortschritt scheint echt gut voranzugehen Unser Meister hat dich gelobt Du solltest dich geehrt führen Beide Mehr Interessante Informationen haben ihren Weg zu deinen Ohren Eine Wissenschaftliche Forschung Es scheint dass die Welt schrecklich gekannt werden wird nachher Eine Wissenschaftliche Forschung Es scheint als diese Welt wäre im Geheimen doch schon bekannt worden Außerdem diese sehr Forschung wurde gestohlen und ist jetzt gestohlen und ist jetzt in den Händen von denen mit bösen Absichten oder zwielichtigen Absätzen mit zwielichtigen Absätzen Absichten Das auch Das sagen die alle Absatzschuhe Deine Rehabilitation Ich glaube, ich habe dir gesagt, dass wir keine Kosten sparen werden, um mit dir zu uns kooperieren. Erlaube mir, dir eine neue Kraft zu geben, die deiner momentanen Lage wert ist. Ist das, was wir denken, worauf wir gewartet haben? Nein. Nein. Ich glaube, das, worauf wir gewartet haben, haben wir jetzt wirklich schon. Okay, müssen wir mal ausprobieren. Ach, wenn ihr meine Unterstützung habt, dann lasst nicht eure Deckung fallen. Ansonsten werdet ihr gleich von den Füßen geweht werden. Rank ab mit Igor. Wir kommen nämlich jetzt nur nichts. Toll. Danke dafür. Danke für nichts, Igor. Die nächste Stufe war aber auch, glaube ich, nur ein Aufsdochen von Pemona. Wir werden uns in der nahen Zukunft noch mal wieder treffen. Zeit zu gehen, Inmate! Schwupps! Die ist ein bisschen gestiegen. Die ist ein bisschen gestiegen. Ich wusste, dass die Fantasies es schaffen werden. Kannst du glauben, dass sie wirklich die Hacker besiegt haben? Es ist so cool, wie sie nicht veröffentlichen, was sie tun. Und wer sie kritisiert? Akechi? Akechi? Das stimmt halt wirklich, nicht? Mhm. Makoto und Yusuke sind heute dran, nicht wahr? Aber es heißt Schönheit. Ha? Dieser Stress tut dir der Schönheit nicht gut, Sa-I-san. Chee. Mhm. Ich hab sie noch nicht gesehen. Äh, ich hab noch nichts von ihnen... Ich hab sie noch nichts gesehen. Was ist vor dir passiert? Tava, kannst du die Tür aufmachen? Öffnen. Die vor der Tür. Um! Äh... Möchtest du nicht auch kommen, Link? Wir sind vor Tavas Haus. Du möchtest mich hier treffen? Nicht beim Leblanc? Ist das nicht gemütlicher für dich? Das ist niemals erwähnt! Es wäre nett, wenn du... Äh... Wenn du schnell kommen könntest. Es scheint so, als würde es... Nee, die Sonne scheint ziemlich stark. Die Sonne scheint ziemlich stark draußen. Oder ist es ziemlich heiß hier draußen? Ihr Dämonen! Hey! Scheinst du... Das... Scheinst du, wir würden sie sofort mit Futaba treffen? Makoto ist ziemlich ernst deswegen. Wo es scheint, das Ganze ziemlich ernst zu nehmen. Mhm. Ach, Makoto. Ha! Was ist... Diese Maske! Was ist dies? Das... Ist creepy. Ich nenne mir eigentlich diese... Sogar mit diesem... Sogar mit diesem Profil. Ah, ich weiß. Wie... Nennt man eigentlich diese Masken? Einfach eine Maske? Oder haben die irgendeine... Aus dem Stil? Irgendeine Mythologie? What? Ever? Irgendeine Tradition? Die haben eine Tradition. Ja. Okay. Ich weiß bloß den Namen davon nicht. Ich weiß, dass sie eine Tradition haben. Und ich glaube auch, ich weiß auch ungefähr, woher diese Tradition kommt. Aber ich habe keine Ahnung genau, wie die heißen. Okay. Gut. Mach dir keine Sorgen darüber. Nein, ich mache mir keine Sorgen, dass so ein riesiger, creepy Kopf mich anstarrt. So ein Avant-Garde-Design. Was? Was heißt Avant-Garde? Exzellent Geschmack. Was heißt Avant-Garde? Äh, ich... Gar... Eher so großartig. Soll ich ein... Vorteilhaftes, großes Design? Oder... So... Oder... Sowas in der Art. Michi... Oh, wir anfangen. Sollen wir? Oh nein. Yusuke, was tust du da? Power Rangers. Und da oben steht der Kopf über Yusuke. Yusuke, was tust du da? Ich habe Angst. Jetzt können wir übrigens auch die anderen Bilder der Power Rangers... Äh, Featherman sehen. Das eine Bild konnte wir davor ja nicht sehen, was direkt unter dem Featherman-Art-Movie hängt. Da sieht man auch alle Farben, da genau. Grün, Schwarz, Rot, Gelb und Pink. Genau, das waren alle Farben. Gab es doch einen blauen? Eigentlich. Ja, da oben sieht man den blauen. Bei dem oberen Plakat, oder? Wo? Das obere Plakat ist nur Rot, oder? Naja, und die Kleinen, die da unten, oder ist das nur die Schrift? Sind Gelb und Schwarz. Na, was sollst du machen? Gibt es auch ein Ysaki wegen Persona 3, weil Yukari ist ja in Persona 4 Arena ja ein Featherman-Darstellerin. Ja, sie ist der Pinke. Ja, damit ist sie dasselbe wie unsere gute Yukiko. Mhm. Ich... Ich... Und die Ahn. Genau. Ich möchte einfach eine normale Konversation haben. Die Basis einer der richtigen Kommunikation, immerhin. Ist das genügend? Ich dachte, es wäre das Beste, wenn wir anfangen, etwas mehr über uns gegenseitig zu lernen. Äh... Denke ich zu viel über diese Konversation nach. Die sollten einfach über ganz normale Themen heute reden. Ich mache mir wirklich Sorgen, was Zeus wieder macht. Das ist ja schon lange, wahrscheinlich wird nicht starten. Und... Was meinst du mit den normalen... Äh... normalen Themen? Ich habe wirklich Angst, was Zeus wieder macht. Entweder spielt gerade mit diesen Figuren oder macht irgendeinen Blödsinn. Beides. Weißt du, solche Sachen wie Essen oder das Wetter. Lass uns über Essen reden. Was isst du gerne, Kotawa? Makoto, so führt man keine Konversation. Wenn mich jemand fragen würde, was ich gerne isse, dann würde ich auch nicht wirklich eine Konversation führen können. Weil ich dann einfach so denke, so... Ähm, ich mache das und das und das und das. Okay, das war's. Sieht so aufgezwungen an da und so. Mhm. Ja. So. Hallo! Das... Das, was ich wirklich meinte. Ich gehe in den Wald. In den Wald gehen. Wir werden auch einen Punk-Counter machen. Wobei es hier nicht so oft vorkommt... Es kommt hier nicht so oft vor wie ein Cinderella-Fan-O-Man. Das stimmt. Lass uns ein anderes Thema aussehen. Wie ist das Wetter? Tut... Makoto! Wie ist das das Wetter denn? Die Fenster sind zu! Das ist Vorhang davor! Und sie geht nicht raus. Ah. Diese... Ich habe von dieser Hitzewelle gehört. Und es hört gar nicht auf. Die Ahnung. Ich gehe nicht raus. So. Richtig. Makoto wird grad ziemlich... ...fordert. Überfordert. Guck mal den Blick von Morgana grad an. You serious? Ja. Really? Sorry. Und was macht Ayusuke immer noch? Das ist wirklich... Ayusuke. Was auch immer du machst. So sollte es nicht... ...ausgehen... ...und verlaufen. Ayusuke. Was machst du die ganze Zeit? Okay. Ah. Super. Ah! Oh mein Gott. Was hast du getan? Diese... Das tut ihm auch weh! Das tut ihm auch weh! Das tut meinem Figurenherzen weh! Das tut... Das tut... Ah! Für jemand, der auch gerne Figuren hat von Games und Anime, tut das echt dem Herzen weh, sowas zu sehen. Ah! Vor allem, wenn man überlegt, diese Teile sollte man glaube ich noch nicht mal rausziehen können, oder? Ich hatte die kaputt gemacht oder so dadurch. Ja, ich glaube der hat die kaputt gemacht und rausgesucht und das macht das ganze ziemlich so... Ah! Just genau! Geprost! Ja. Manche ihre Köpfe kamen raus, als ich sie bewegt habe. Also habe ich sie ordentlich geändert. Yusuke, du hast nicht nur die Köpfe geändert. Du hast literally alles geändert. Ah ja, Yusuke. So würde ich auch reagieren, wenn jemand zum Beispiel mit meiner Yusuke-Figur rumspielen würde. Oder mit meinem Amiibo. Oder mit meinen Postern. Stell' mal vor, jemand reißt dein ganzes Zimmer aus von der Poster. Und jemand denkt so, ich reiße Stücke vom Poster ab und kleb die neu auf. Die Person? Genau so. Die Person? Genau so krieg ich mich grad vor. Darf eine Flugstücke machen. Durch mein Fenster! Ich wohne im ersten Stockwerk! Wann? Meine Kinder! Was hast du meinen Kindern dann getan? Sie schädeln ziemlich schäbig gemacht zu sein, Yusuke. Nein! Nein! Ich bin von Phoenix Ranger, Neo Featherman! Der gelbe, die pinke Kopf und dann der roter wurde in Stücke gehackt. Das ist alles der Fehler des Inaris! Inari? Die? Ja! Die Pantomies-Kausen sind aus wie ein Fuchs. Und laut der japanischen Volkssage, Füchse, die... Inari-Sushi. Die, die denn ja so schön sind, sind Inaris! Ja. Ah! Perfekte Posen! Ich hab so viel Arme da reingeschickt und du warst alles kaputt! Boah, du hast keine Ahnung von es, Tegis-Fan! Ist sicher dein Gesicht vor deinem Witz von den Augen, ist Inari! Wie kannst du es wagen, das von all den Leuten zu sagen? Äh, ne, ne, fast. Ja! Wie kannst du es wagen, das mir von allen Leuten zu sagen? Yusuke, was sowas angeht, hast du wirklich keine Ästhetik. Mal weiter, deine Wähler! Sheesh, das ist keine Konversation mehr, das ist ein ziemlich heftiger Streit. Das tut weh in den Augen, ne? Aber guck mal, jetzt ist sie wieder umgeendert. Aber jetzt ist sie wieder mal! Ich verstehe! Also deine... ...versality? Was ist die Versality? Ich verstehe ein fotografisches Gedächtnis oder dein Gedächtnis in der Art. Erlaubt es dir fast jede dramatische Szene, die du dir vorstellst, zu rekreieren? Genau, genau! Äh, der Sieg ist großartig für die Actions und Neo hat die besten Transformationsanzüge. So cool! Okay, cool, Joker! Faszinierend! Die Kunst... äh... Flick... was... Kunst fängt einen... ...blitz der Inspiration ein. Aber Modelle... ...bringen fast noch viel mehr... ...Spaß! Hä? Schau dir das an, Futaba hat eine normale Konversation... ...mit Yusuke. Und was ist hier falsch? Wait... Ich hätte sie nicht wirklich ein Problem... ...mit Amsuri, solange sie sich wie Seven Dinge interessieren. Wie eigentlich bei jedem Menschen, Makoto. Ja... Ich denke... ...die Themen, die ich gebracht habe, waren nicht die richtigen. Das waren die 0815-Themen, die immer auch einen Fremden besprechen. Das sind... Nein, das sind auch die 0815-Themen, die immer auf solche großen Familienfeiern kommen. So... Ja, was machst du eigentlich? Ja, wie geht's dir denn? Und ich so... Peke... Ist das alles, was ich tue? Was? Wie einfach? In diesem Fall sollten wir den nächsten Schritt vorgehen. Wie wär's, wenn du Zeit in einem anderen Raum verbringst? Link! Alleine im Prolog waren die Charakteren schon 25 Mal im Wald und die sind im Prolog noch nicht fertig. Uff! 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 Sie sind auch untergeladen, Yara! Hab ihr nochmal den ganzen Prologen... Ich bin froh, mein Chat auf dem Handy funktioniert nicht mehr. Wie krieg ich die Meldung von der Geschenktruhe weg? Du kannst was in die Geschenktruhe reintun! Was? Ah lol, jetzt haben schon viele Leute was in die Geschenktruhe reingetan. Okay. Was auch immer die Geschenkt... Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was die Geschenktruhe ist! Uff! Das war das Nachlesen hier. Koto, du hast die Konversation mit meiner Urgroßmutter. Geht in den Wald, Nana! So, ich bekomme es noch mal. Ich muss die Meldung von dem Chat auf diesmal. Ja, sie hatte wirklich viele Möglichkeiten gehabt, das Haus zu verlassen. Wäre das die perfekte Möglichkeit! Ist jetzt das Niveau nicht so hoch? Was? Welches Niveau? Werden alle auch dort saßen? Ich denke mal, das wird der Fall sein! Wer hat das vorgegeben? Ah, mit Ryuji warst im Link. Du musst auch hier sein! Also, wird schon in Ordnung, will ich sein. Ich glaube, mit Ahnen, Ryuji und Schmog... Ähm, Organ. Mit Ahnen, Ryuji und Futaba kann man auch eine normale Konversation führen. Keine über das Wetter. Ah. Kann ich meine Maske tragen? Okay, das soll das... Zu deinem Besten solltest du es nicht machen. Kann jemand mal zum Test irgendwas in den Chat schreiten, damit ich endlich sehe, ob der jetzt auf meinem Handy funktioniert? Bitte? Oh, ich hab dir jetzt was reingeschrieben. Okay, hat funktioniert. Dankeschön! Es gibt wirklich keine Möglichkeit zu... äh... zu wissen, wie morgen ausgehen wird. For real? Ja? Wenn morgen wird's for real? For real? For real? Es wird for real! Ich glaube, was ich schön finde, ist tatsächlich... Wir können, glaube ich, immer... Nachts Zeit verbringen mit Confidence, was gut ist, weil wir so tagsüber nichts zu tun hätten. Oh, passt doch gut. Nicht schlecht für ihr erstes Mal. Sie hat noch einen weiten Weg zu gehen. Ich frag mich, äh, wann... Wie lange es dauert, bis sie bereit ist für den Strand. Und... Dude! Die Leute sind so aufgeregt! Sie reden überall über... Sie reden überall über... Sie reden überall über... Ne... Sie reden darüber, wie die Fanaties Magic besiegt haben. Mishimas Website hat auch eine Menge... ... an Kommentaren, die reinfließen. Anho? Aber mit all den... Aber mit all den Weltaus-Center-Manager-Phänomenon könnten wir diesen Planeten dreimal retten, ne? Wo die ja nicht mehr in welchen Wald sind, vielleicht gehen sie ja immer in denselben Wald rein. Oh Gott. Ja... Äh, die neue... Äh, die Neuigkeiten waren auch ziemlich unglaublich. Ja, man hat über die Fanaties den ganzen Tag lang geredet. Und wir kriegen die Arbeit über die ganze Stadt. Also, wie es geht's derjenigen, die uns geholfen hat, Matcha zu besiegen? Oh, Mensch. Naja, kein Ding. Dawa-Chan. Hey! Die... ...Fönix-Rater... ...Sehen fast ihren... ...Tod. Wir scheitern. Ähm... Es war Juskir's Schuld. Ach, die Dinge sind komplizierter. Es ging nicht perfekt, aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es war Yusuke's Schuld. Das Ziel von morgen wird sein, einen ganzen Tag in den Raum von jemand anderem zu bringen. Futaba ist eine komplizierte Persönlichkeit. Viel Glück, ihr beiden. Der Richtige. Halt die Klappe, Inari. Okay, dann sind wir als nächstes dran. Wir sehen uns morgen, Futaba. Oh, Inari. Ich glaube, es gibt Leute, die deswegen Futaba und Yusuke schippen haben. Ja, genau deswegen. Mhm. Weil das sind dieselben Leute, die in MyHew Akademia Baku und Deku schippen. Mhm. Weil sie immer so meinen, genau. Wie hat es dir eine Typie ausgedrückt, was dein Lieblingschipp über dich aussieht? Dein perfektes Dingens-Konzept... Ne, wie war das genau? Es war entweder, glaube ich, von Enemies to Friends oder alternativ auch... Deine Mutter hat ja als Kind gesagt, dass dieser eine Freund im Kindergarten nicht nur gemobbt hat, weil er dich gerne hat. Und das hatte ich bis hierhin verfolgt. Ja. Ey, wir müssen... Wir müssen so viel... Es gibt so viel, worüber wir reden müssen. Dude. Ich kann nicht warten! I'm waiting for this! Arno und Yusuke zusammen beruhigen ruhig mich ehrlich gesagt. Warum? Mit den beiden kann man sich am besten reden. Kann man eigentlich am besten noch reden. Aber ich schätze mal, wir sehen, was wir tun können. Mit denen kann man halt wirklich am besten reden. So, du hast eine Anfrage. Tauta und Yusuke... Da muss ich einfach mal ganz schnell in den Wald! Ach ja, und übrigens? Sojiro kann wieder Crank abwerden! Link, ich kann bestätigen, dass das nicht wahr ist. Ich auch nicht. Heißt das etwa, du schippst Bakuku und Deku? Wie gesagt, genau, jetzt können wir Sojiro weiterleveln, weil... Ja gut, die Sache wird weiter mit Futaba. Ich hab's ja schon mal erzählt, aber ich hab damals so viel Zeit mit Sojiro verspendet, weil ich nicht wusste, dass man das erst jetzt weiterleveln kann. Das ist unglaublich. Äh, die Frage ist, wen machen wir jetzt? Sojiro kann doch ziemlich oft, oder? Nein, fast gar nicht tatsächlich. Ach so. Sojiro ist ja noch niedrig. Eija. Sojiro ist nur niedrig. Was ist akkuratisch für drei? Welcher Rang hat die Oja? Vier. Wollen wir mal alle auf vier bringen? Dann ist unsere niedrigste Schufe momentan wirklich vier. Außer von Story-Confidence. Gehen wir zu Chihaya. Hat sie uns nicht so lange geschrieben? Ich hab... Ich hab ne Anfrage. Kein Test heute. Ich hab selbst eine Frage an dich. Willst du sie mir bitte anhören? Nein, wir haben kein Standbild im Stream. Willst du sie bitte anhören? Danke. Okay, ich komm ja schon. Danke. Könntest du... ...reden, nachdem ich den Shop geschlossen habe? Ich werde dich später treffen, so... ...wenn wir uns treffen. Ach, da hast du vorhin schon, ich hab's gerade gesucht. Ach so, ich dachte schon. Edo-Gwa-San. Edo-Gwa-San. Ehrlich gesagt... ...glaube ich immer noch an die Existenz vom Schicksal. War-San, die ich hier mache, sind sehr akkurat. Ich denke mal, meine göttliche Kraft ist nicht absolut. Oder? Danke. Hm. Du redest jetzt, das ist jetzt. Ist das nicht das... Ich brauch wirklich Zeit, um die Realität zu akzeptieren. Ich hab mich in der Vergangenheit gefragt, ob das Schicksal wirklich geändert werden kann. Aber ich bin immer zum Entschluss gekommen, dass es außerhalb unserer Kontrolle liegt. Es war so fast wie das Gesetz der Natur. Ewig und unmöglich zu ändern. Doch gibt es Leute wie dich, die diese Gesetze ignorieren können und das umgehen können gegen den Willen der Welt? Ähm... Wie kann ich einer dieser Leute werden? Edo-Gwa-San. Glaub an dich selbst oder vertraue in dich selbst. Was? Äh? Äh? Was? 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 Ich hab niemals so gedacht. Ich hab niemals so gedacht. Die Stadt schafft es immer wieder meine Erwartungen zu übertreffen. So war niemand damals in meiner Heimatstadt auf dem Land Edo-Gwa-San. Es war eine kleine dreizehende Stadt, tief in den Bergen und hauptsächlich nur von älteren Leuten bevölkert. Erzähl mir mehr. Des Winters war es unmöglich überall hinzugeben wegen des ganzen Schnees. Und das alleine wird schon Bände dauern. Die Jugend dort wird gezwungen sein, streng den Erwachsenen, den Älteren zu gehorchen. Natürlich. Oh, und da gab es einen kleinen Schrei in der Mitte der Stadt. Dort ist das nicht mehr wichtig. Nicht mehr wichtig. Äh, ich hab diesen Ort verlassen, um in diese Stadt zu kommen. Für mich. Nachdem ich in Tokio angekommen bin, hab ich diesen Stein gefunden. Äh, es ist wohl jemanden, äh, jemanden gekommen, der sich um mich gekümmert hat. Ach, nur ein Monster bin mit komisch, mit der komischen Kraft. Verkauf diese heiligen Steine. Um den Leuten zu helfen, die ein, das selbe Schicksal erlitten haben wie ich. Ein unentfliehbares Schicksal. Ein unentfliehbares Schicksal zu helfen. Ja, wie ich. Aber ich frage mich, ob es wirklich etwas tut. In, du hast es geschafft, dass, äh, die Schicksale an meine Klienten zu ändern, ohne einen. Zwar, äh, das Schicksal zu ändern, ohne, nix mehr als, äh, die, äh, Gewohnheit zu ändern und die Leidenschaft. Einfach wegwerfen. Tschüss, Heiliger Stein. Zwar kein Stück Salz. Well, in dem Fall brauche ich dieses Scheiß Stein nicht. Ich werde, äh, das Schicksal erlitten mit meiner eigenen Stärke. Ich glaube, der Vorsitzende wird das, wird wütend sein, wenn er das rausfindet. Der Chairman. Oh, ähm. Oh, vergiss. Oh, keine Sorge darüber. Äh, vergiss es einfach. Es sei, du willst meinen Fluch erleiden. Das ist es. Äh, abgesehen aber, wenn das meine Schicksal wirklich ändern kann. Äh, könnte man meins korrigieren, richtig? Hingeklappert. Vielleicht klappt es dieses Mal. Es ist nur, es ist von dir selbst abhängig. Richtig. Unseren Deal. Wenigstens kann ich es schaffen, mein Schicksal zu ändern. Mich extra anstreng um bei deinen Wahrsagungen. Yay. Ich spüre Chihayas hohe Motivation. Yay, Chihaya. Ich lese mal einfach nach. Hä? Äh, ach Link, und ich glaube, ich habe eine Lösung, ob die andere deinem Ton beim privaten Calls hören können. Bad Roof Body, sonst bei mir und bei Nana. Chihaya, redest du vor meiner alten Arbeit? Das klingst du? To real, man. For real? Chihaya hat, Chihaya hat, sie hat selber auch ein paar Argelumpel. Raun ist aber auch nicht allzu selten, also. Das ist lila. Bruder muss los, jetzt sehe ich es auch. Ja, muss los. Er geht in den Warnen. Nana muss ganz schnell in den Wald. Nicht ganz schnell, dass mich echt mit erst Farben blend. Welp. Danke für heute, Yogawa-san. Until next time. Bye. Bad The Thief, Herz 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 Herz. Dad befreit. What is fun? Hi. Wow. Wow. Ha, du bist überraschend ruhig. Ich dachte, du hättest best, du würdest ausflippen. Ich bin keine Kunden. What's up? Yo. Wir sind da. Und ihr habt Snacks mitgebracht. Hey, ganz viel. Tut mir leid, dass ich schwedet. Wir sind noch rausgekommen und haben noch Sachen gekauft. Und haben bisschen Bier gekauft. So viele Snacks. Was wollt ihr damit tun? Hey. Nun, die Sommerferien sind die Zeit, wo man am ehesten in seinem Raum umfaulenzt. Und nächstes ist der beste Part davon. Geil. Knusper. Du wirst fett werden. Halt die Klappe. Hey. Hey, wo ist Futaba? Äh. Ihr habt's gesch- Ihr habt's gut gemacht, hierher zu kommen. Hä? Wow. Warte mal, hast du mich grad erschreckt. Bist das du Futaba? Kommen. Ähm, warum kriegst du das? Halt. All right. Let's go. Komm, bring- bring it! Ich bin nicht sicher, ob ich das verstehe, aber okay. Lass uns das tun. Sheesh, scheint, als würde heute noch ein anderer lauter Tag werden. Ja, das ist ein alter sieben nieder, man. Seid leise, ihr klein Bengel! Verrille? Ja. Unter von meinem Rasen. Ja. Verrille, es war so unglaublich. Da- Da waren überall Mädels. Warte mal. Ihr beglaubt kein Wort von dem zu sagen, oder? Wann bist du, über den du redest? Es gibt keine Ahnung, dass du so ein Frauenheld bist. Wie war das? Stell dich zu. Als ein Mitglied des anderen Geschlechts fühle ich keinen Charme von dir, Ryuji. Noch und so, würden beliebte Mädchen wahrscheinlich nicht über dieses Zeug mit anderen Leuten reden. Hey! Ich weiß nicht, ob ich es immer noch tun soll, während ich immer noch jung bin, aber... Diese Kleidung zeigt eine Menge Haut, richtig? Arnd, du trägst Sex, zeigst allgemein immer jede Menge Haut, also... Hey, hast du überhaupt zugehört? Es gibt keinen Grund, darüber zu... Über Hochzeitskleider? Über Hochzeitskleider zu reden. Niemand von uns hat... Was? Arnd, über Hochzeitskleider redest du, wenn du sagst, die sind viel zu freizügig. Über Bikinis? Wer schreckt ein Bikini bei seiner Hochzeit? Eine Strandhochzeit? Futhabers gibt der Maske literally jede socially awkward Person, wenn sie versuchen, unauffällig zu sein. Und die meisten davon haben keine Maske. Hi! Hi! Das bin ich. Ich bin immer die Aufgedrehte. Und ich möchte... Streffer! Streffer! Jupp, ich möchte... Wer hat Adja auch nicht über ihre Hochzeit geredet? Ich möchte überhaupt gar nicht heiraten. Du bist auch noch minderhängig, Futhaba. Es gibt später ein Gespräch, was da ziemlich witzig ist. Ich weiß nicht, wie viel man in Japan heiraten darf, aber Futhaba ist 15. Ich glaube, 15 ist nicht das Alter, um heiraten zu dürfen in Japan. Können wir bitte mal was anderes reden? Ist A nicht. Futhaba ist A nicht. Auch nur erst 16. Ich habe 17. Futhaba ist, ich glaube, 16, nicht 15. So, dann 16. Weißt du, Futhaba ist ganz okay, Konversationen zu führen. Ja, aber schreibt Link, du bist nicht awkward. Du bist toll. Ist sie wirklich erst 15? Wow. Ich bin aber so schli-awkward. Glaubt mir das. Nur bei Mirai habe ich es mich irgendwie... Naja, Mirai konnte man auch leicht erkennen auf dem Bahnhof. Das stimmt. Ja? Außer in Düsseldorf. In Köln habe ich es erkannt, in Düsseldorf nicht. Wie? Ja gut, da haben wir uns doch zuerst mal getroffen in Düsseldorf. Ja, aber ich habe noch nicht mal Donnie erkannt. Du kannst es mich auch nicht wirklich. Wir haben davor noch nicht über dich geschrieben. Ich habe ja nur geschrieben, dass ich eine Futuraba bin. Ich glaube, da hast du nicht erkannt. Bist du Donnie? Ich habe gerade gesagt, ich habe auch Donnie nicht erkannt. Du hast gesagt, ja, wir haben davor auch noch nicht geschrieben. Ich so, bist du Donnie? Gut. Well. Ja. Es scheint nicht wirklich Probleme zu haben mit den Reden. Guck mal, da ist jetzt auch die Spielekonsole mit den Controllern. Oh Gott, Yara würde ich das nochmal mit Fleischbällchen werfen. Nein. Wie kam mir das mal auf die Fleischbällchen-Situation eigentlich? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, du hast in irgendeinem Juski-Text die ganze Zeit über Fleischbällchen geredet. Ach ja, stimmt. Die Fleischbällchen bei Juski. Oh Gott. Ich weiß nicht, was normal ist. Bin ich glücklich. Best Girl. Also, ja. Rate mal, wen Link in seinem ersten Run gedatet hat. Ähm, ähm. Who's who's? Ich hab erst gedacht, du bist total seltsamer Typ hier. Aber ich schätze mal, wir haben uns wegen nichts Sorgen gemacht. Also, ich kenne jetzt Nummer zwei von drei, bei denen ich mich noch entscheiden muss. Mhm. Das heißt, Männer können Japan ab 18 heiraten und Frauen ab 16. Watt? Das heißt, im Prinzip könnten Joker und Futaba nächstes Jahr heiraten. Irgendes Spiel, oder was? Gott. So, du bist wahrscheinlich FBI auf dem ab. Braucht man dafür nicht zustimmen, eigentlich der Eltern? Ich glaube, bei Feuerisch ist, glaube ich, von erst ab 21. Ja, ist es. Ja, ich bin auch erleichtert. Ich sollte über solche Dinge nachdenken, wenn es, äh, sollte es wirklich so gut verlaufen. Nein, sie, sie denkt, dass die Dinge, äh, flüssig. Ja, ich denke, die Dinge werden, laufen gut, wenn es so weitergeht. Was ist morgen der Plan? Wie wäre es, wenn wir mit ihr in ein Geschäft gehen? Ja, ne, wie wäre es, wenn sie morgen im Geschäft auslöft? Das ist perfekt. Gut, das wird ne gute Übersicht sein, um sie, äh, an Fremde zu gewöhnen. Äh, 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 beim Shop auftauchen? Wäre jetzt die Mittagszeit? Es wird, nein, super crushing heartbroken sein. Muss ich dich um die Gründen kümmern, wenn du nicht willst. Vielleicht? Äh, die Teller putzen im Hintergrund? Ich würde auch dort da sein. Wäre wütend, wenn es dich wärst Dann ist es beschlossen Wir zählen auf dich, Futaba Du musst eines Tages dafür bezahlen Magical Sam Sam Bien Feels bien, man Vielleicht haben die Fans nicht all diese Skandale verursacht Ähm, ich denke nicht, dass Dass diese Crawling Cards Hatten Genau Weißt du Das Herz von anderen Leuten aus den Schatten zu verändern Es Ist es das Beste für mich Oder Ne, bist du ich oder Haben Andere Gibt es noch andere von diesen Posts Von diesen Ausländern Vielleicht sollte ich auch eine Anfrage auf diesem Forum stellen Unser Willi-Teil geht durch das Dach Ihr Leute müsst das hören Dieses süße Äh Dieses süße Mädchen sagt, sie will mit dem Fenster nicht ausgehen Und Nana schreibt Link, heute wird dein Ich will nie einfach so bei den Stiefgeschwissen anfangen I'm gonna end Batman's whole career Ich will nie einfach so bei den Stiefgeschwissen Roger Dem-Dem-Dem-Ed-E-Ed-Ed-E-Ed-E-Ed-E-E-E-Ed-E-E-Ed-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Sie ist ja nicht seine Stiefgeschwester Sie ist Mhmm Sie ist eigentlich auch wirklich absolut gar nicht mit ihm verwandt Gar nicht Sie ist wirklich gar nicht Naja, Soji hat ja nie... ...hat, sag ich mal, total adoptiert. Und ihn... Und Soji hat ja... Joker ist ja nur der Vormund quasi. Die sind nicht wirklich verwandt. Die sind nicht offiziell adoptiert. Die sind ja absolut gar nicht verwandt. Ja. Aber... ...nicht du speziell, oder? Bin ich überrascht. Als ein Witki des anderen Geschlechts... ...fühl ich kein Scham von ihr, Yuji. Du musst das auch nicht über Text jetzt auch noch sagen. In aller Welt habt ihr heute getan. Äh, wir... ...über Mädchen sagen jetzt im Liban. Mit Yuji und Joker. Die saßen daneben. Und war gerne. Aber... Eigentlich... ...nur geredet... ...ungegessen... ...ungesnackt. Also... ...hat sie... ...ihr heutiges Ziel komplett... ...bestanden. Das Ding ist... ...gegenüber fremden Leuten zu üben. Ähm... Wait! What?! Gut. Aber das rührt mich auch an die Situation in Fire Emblem Fates. Links so... Ne... Ich ne... Link so in... äh... Fire Emblem... Fates... Ähm... Off... Nicht Offenbarung... Äh... Erfreien? Vermächtnis. Vermächtnis. Genau. Link so... Nein, ich werde sicherlich nicht mit einem von der Hoshido Familie was anfangen. Das wäre Inzest. Link macht was mit As... äh... Links männlicher Protagonist. Dated Azura. Link schwindet später raus, wie Azura und der Protagonist miteinander zu tun haben. Und dann so... Oh... Und die von Hoshido sind ja... Seine Stiefgeschwister. In Noor sind das halt andere Stiefgeschwister. Und in... Und Azura ist literally seine Cousine. Ja... Ist es. Äh... Ja... Ja, ich weiß, dass Stiefgeschwister auch nicht blutverwandt sind. Aber... Eigentlich ist Futaba doch nicht immer seine Stiefschwester, weil... Er ist ja natürlich immer Sojiro's Sohn oder so. Äh... Es ist ja eigentlich nur seine... Wie kann man das bezeichnen? Ist so Gastschwester, so wie wenn ein Schüler aussagt, so... Gastfamilie ist es ja so gesehen. Ja. Äh... Du musst... Schon in Orsay. Link wird bei dir sein die ganze Zeit. Going to save you. Please! Hey, vielleicht... Vielleicht nehme ich auch diesmal nicht Futaba. Wie schon gesagt, Futaba ist ja von den dreien Leuten. Von den drei Leuten, ne? Diejenige, die ich ja schonmal in einem Run hatte. Und vielleicht will ich ja auch... Keine Ahnung... Alle anderen Dating-Sequenzen mal sehen. ... ... ... ... ... ... Da muss ich auch an Tauschrausch denken. Ja. 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 Äh... Ich glaube, da war dein Bruder aber nicht begeistert. Okay. Überlass es mir. Danke für die Hilfe. Ihn ne... ... Streng nicht morgen an, Link. Ich will jetzt die Nacht noch verbringen. Sie scheint ein bisschen offen zu sein Vielleicht können wir endlich zum Ja, wir können Hat jemand Zeit? Nein Nein Wir können lesen Yay Yay, wir können endlich mal wieder lesen Ich würde meinen Bruder für Black eintauschen Was? Sirius Black? Ah, willst du lesen? Oh Gott, wie viel haben wir denn bisschen zu lesen Das, was du schon kennst Ich glaube Theme Park Escort Das hatten wir noch nicht Okay, ich gehe nach Hause Videos hatten wir noch nicht Ich glaube, da waren wir doch schon Nein, waren wir eben nicht Erkunde eine Welt der Träume Voll von Voll von populären Attraktionen Ach, Destiny Den Gut Gut, in Destiny Land waren wir wirklich noch nicht Destin Land in my hammer, hm? Es ist ein Ich werde jetzt das Buch doch nicht lesen Soll ich vielleicht gerade ein Egal Ähm Es ist ein großer, berühmter Ort, der großartig für Familien und Dates ist Ich würde aber niemals alleine entgehen Ich muss jemanden einladen Sonst bist du da ziemlich einsam Das ist fertig gelesen Nämlich wenigstens Destin Land in my hammer Zack Ey Apropos Ich hätte irgendwie auch Bock ins Disney her zu gehen Ich hätte auch den Guckern So cool wie damals Ist aber auch okay Ja Liara Zeichnen Ich bin fast fertig mit einer Zeichnung Ha, 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 ha Hat er einen Witz gemacht Ich war jetzt fast fertig Ha, ha, ha Aber ne, ich hab das Bein jetzt fertig Und den Arm auch fast Mir fehlen tatsächlich nur noch die ganzen Details Wie Muskeln, Gürtel, genauere Details Sein Schweif, ähm, dein Schwert Die ganzen Muster, das Fell Also auch gefühlt alles Sollte es jemanden dahin einladen? Oh, und geh nicht ohne mich Nur geschlafen Gut, wir hätten wirklich ein anderes Buch lesen sollen, oder? Ah, wasters Wir hätten das Wies Meisterbuch lesen sollen Buch eben noch schnell freizuschalten Well Heutestag, wo wir von Taba helfen mit dem Kaffee Außer von Kaffee, nicht wahr? Das wird ziemlich stressig werden Ja, die Zähne ist auch Göttlich Hm? Das jetzt, dass von Taba heute im Geschäft aus ist? Aber ich hab sie doch nie sowas tun lassen Wird's ihr aber nicht gut gehen? Ich werde für sie da sein Das ist nicht dasselbe, wie sich über eine Katze zu kümmern Das weißt du, oder? Ich habe letztes Jahr die Mittelschule abgeschlossen Und es wird in all sein Wenn ich einfach nur denke, dass das mein erster Sommerjob der Highschool sein wird In dem Fall Wie wär's, wenn du die Teller abwäschst? Das ist net California oder Florida Oder das ist denn Paris Paris! Ich glaube, das können wir uns doch alle leisten Noch schneller nach Paris zu reisen Nein, ich nicht Ja gut, die Fahrt kostet teuer Ja, wenn wir uns die Unterkunft teilen Die Fahrt ist trotzdem sehr teuer für mich Bestimmt Streng dich einfach nicht so sehr an, okay? Sparen wir, oder? Ich mach einen Spenden-Stream! Leute Hey, geht's dir denn gut? Hey! Das übliche Das übliche Boss Extra stark Das ist die Bootleg-Person vom anderen Sicher Halt den Augen, der Futaba Für mich Geht's dir gut? Elfa-Person Ist hier ein neuer Teilseite-Arbeiter? Mann Sauber wie immer Äh Was? Das wievielte Bond-Girl ist diesmal Boss? Will er sich jetzt Futaba ran machen? So ist es nicht Also, du stehst doch normalerweise auf Ältere, oder? Ist natürlich Ist nur natürlich, dass du manchmal etwas Jüngeres haben willst Äh Und dann so FBI, open up Es ist wie der Guatemala Peaberry-Kaffee Seine säure Seine saure Süßheit Ist Acker In einem Atem des frischen Windes Tut mir leid Heute gibt's nur Bohnen Hey Hey, beruhig dich Beeil dich und bring auf den Kaffee, bevor er kalt wird Ähm AHHHH 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 Hier ist Ihr Kaffee Wann zum Teufel hat sie Hey Futaba Hab ich dir gesagt, dass du dich von den Leuten Mit diesem Ding Aus sich zeigen sollst? Und sei höflicher, wenn du etwas einem Kunden bringst Kaffee, Sir Ich hab vergisst, dass Frankreich existiert AHHHH Wach qual AHHHH Danke Ich hab meinen Job richtig gemacht Nimm dieses Ding ab HAH WHAT ABER Es beschützt sich vor DEN DAMF Zu denken, dass Futaba rausgeht Und selbst mit dem Kunden redet Mal abgesehen von Maske, bin ich beeindruckt You're under arrest You're under arrest, my dude You're under arrest, my dude Scheint so als wären Leute wirklich in der Lage, sich zu ändern Ojiro Wenn Wenn Ich Kaffee den Näherkunden bringe Also wenn Sojiro das Ganze in einen Cosplay-Kaffee umwandelt Dann würde es ehrlich gesagt Dann würde die Maske passen Das ist Cosplay Well Nimm die Maske ab Und Denke Ich Ich Denke Äh Das sind wahrscheinlich falsche Gerüchte Außer es war Mishima Äh Derjenige der gesagt hat ja Mishima war doch derjenige der Mädchen auf ein Date einladen wollte Als er gesagt hat, dass er mit dem Fährte etwas zu tun hat Alles Und ist nicht gekommen Well Sind die einfach vom Zug abgefahren Aber vom Zug gesagt Ja Ich bin doch zuhause Nächste Station Shiuya Station Ähm Ich bin zuhause Ich würde dich noch niemals anlügen Aber hey Zumindest sind wir berühmt genug um solche Gerüchte zu haben Wir schaffen es sowohl in sogar die Online Nachrichten Oder ins TV Ja Wenn wir gefangen werden Ähm Ja Wie ist heute verlaufen? Äh Ich hab heute Kaffee den Kunden serviert Ja Sie hat es gut gemacht Futavas Halloween sind ja noch über 2 Monate im Game Das ist Futavas-Chan Jedenfalls Du solltest dich so langsam daran gewöhnen Du solltest dich schnell daran gewöhnen Du kannst kein Fantasy sein wenn du Angst vor Leuten hast Das ist ein hübsches Mädchen Aber Gesicht ist scheiße zum Zeichnen Ich geb mein Bestes hat sie gesagt oder? Ich geb mein Bestes Jetzt so lesen Mal abgesehen von Maske Denk ich weiß dass sie etwas Aufgebaut hat Oh Gott Will jemand von uns Ich muss etwas sagen Sojiro aber auch Und Yoshi da auch Und Wie einfach jeder von uns was will Wen nehmen wir dann? Jiro? Sojiro unser Pro Yay Mit seiner Lampe und dem Tisch Gibt's Curry frisch Auf welchem Level ist er nicht Tora? Auch hier Hui Ich geh mal runter Oh dann nach Ewigkeiten Wieder Sojiro weiter Hallo Sojiro unser Pro Mit der Zeit hast du kannst du mir helfen mit dem Dinner zu machen Achja wir haben sogar noch die Person ausgerüstet Gut daran hab ich noch gar nicht gedacht Was willst du tun? Willst du dem Chief heute auslösen? Ja komm dann Okay Futaba kommt auch hier rüber Und genau deswegen können wir das erst jetzt machen Hm? Weil ab jetzt alle seine Dinge was mit Futaba zu tun haben Hm? Ich bereite das Curry vor Ich überlasse den Kaffee dir Hm Hm Echt voll Wie war das Curry Food Haber? Sehr lecker Ich werd heute von diesem Stuff heute träumen Ähm Hat es so geschmeckt wie du dich daran erinnert hast? Naja ich Fühl mich wie ein Trottel Wenn ich mich Äh Wenn ich nicht Das essen möchte was Ich Weil sie Wenn ich Aber ich darf depressiv war wegen Mama Aber ja Äh Die erste Episode von dem ganz neuen Anime Die ich mir anschauen möchte Wird heute ausgestrahlt Ich bin hier raus Augen auf die Straße wenn du raus gehst okay Nichts in die Luft schauen Du bist letztes Mal gegen eine Laterne gelaufen Als du einen Spaziergang machen wolltest Ey Du hast deinen Fuß auf Den Am Kleiderschrank angegelaufen Am Kleiderschrank Ach Anfang Geh ich Mach ich mal Die Fliege und Egal Tschüss Aber ich will den Anime auch anschauen Geh nicht ohne mich Äh Ich muss irgendwas weiter protzen Ich dachte es war deliziös Und du? Ich denke ich bin süchtig Soft Ich schätze aber du hast ziemlich guten Geschmack Wenn du verstehst wie unglaublich dieses Curry ist Nun denn Es gibt etwas was ich dir wahrscheinlich sagen sollte Hier Nimm Platz Ich geb dir auch den Kaffee aus Yeah Hörst du dich ran Äh wie ich gesagt habe dass das Rezept Von meinem Curry Äh von einem Unglaublichen Genie entwickelt wurde Du wirst wahrscheinlich bis jetzt realis- äh Wahrscheinlich jetzt realisiert haben Aber dieses Genie war niemand anderes als Futabas Butter Wakaba In anderen Worten das Curry ist eine der wenigen Äh übrigen Verbindungen die Futaba noch an ihre Mutter hat Ich habe damals Wakaba äh zuerst getroffen Als ich Arbeit für die Regierung getan habe Sie hat ziemlich viele Probleme gemacht Wenn ich dir das so sagen darf Die Logik hat Äh Für sie über jede Emotion gezählt Und sie hatte eine unglaubliche Äh unglaubliches Wissen Des menschlichen Verstandes Ich dachte meine Ich dachte meine Anmachsprüche wären die besten in der Stadt Aber nicht eine einzelne hat bei ihr geklappt Hä 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 Oh boi Oh boi Oh boi Ach zum Schiraf Sie war nicht normal oder? So that's why you were a bachelor Ja 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 Sie war nicht normal, hä? Du kannst wahrscheinlich Du kriegst ein ziemlich gutes dafür Wenn du Futaba anschaust Wakaba ist ungefähr die erwachsene Version von ihr Es ist unglaub... Es ist fast unmöglich äh Mit ihr mitzuhalten Männer sind Idioten, weißt du? Äh Wir verbringen unsere Zeit Nach Dingen zu folgen, die wir niemals bekommen können Wakaba hat mich immer und immer wieder abgelehnt Aber es gab eine Situation, bei der ich es geschafft habe zu überraschen Und das war als ich eine Eine Platte von meinem selbstgemachten Curry gegeben habe Teller Ein Teller Am nächsten Tag kam sie zu mir und hat nach dem Zutat gefragt Und was während dem Kochen passiert Oder was man halt während dem Kochen machen muss Eine paar Tage später hat sie mir eine wissenschaftlich überarbeitete Version meines Rezepts gegeben Es war unglaublich Sie hat mein Curry als Basis benutzt Aber es um... Millionenfach besser gemacht als alles was ich machen könnte Curry war Wakabas Spezialität von da an Natürlich hat Futaba angefangen es zu lieben Aber nach Wakabas Unfall hat Futaba aufgehört es komplett zu essen Der Geschmack hat sie an den Schmerz erinnert Ich habe es gehört, dass selbst Gerüche Äh Gedanken... Äh Gedanken... Erinnerungen zurückbringen können Aber dieses Curry war der einzige Verbindungspunkt den ich hatte mit Futaba Deswegen habe ich sie aufgenommen Äh... Ich habe geschworen, dass ich dieses Rezept am Leben lasse Bis sie wieder anfängt zu essen Das hat sie wohl am Ende ausgezahlt Mhm Ja Es fühlt sich an, es wäre eine riesige Last von meinen Schultern Und äh... Als sie gesagt, dass es lecker war Äh... Die ganze Idee, Curry mit einer netten Tasse Kaffee zu verbinden Ist auch eine von Wakabas Ideen Äh... Egal wie introvertiert sie schien Sie war außergewöhnlich überzeugend Das ist Perceptive Perceptive... Sie... Ich habe... Beobachten... Genau so ist in der Art Also sie konnte gut die Leute um sich herum analysieren Mhm Ich habe ihr niemals die Liebe mal über Kaffee erzählt Ich habe mir... Sie hat es einfach so rausgefunden, weil sie mir angeschaut hat Ja gut Das war, als ich realisiert habe, dass sie total aus meiner Liga ist Außer meiner Liga ist Nicht, dass ich von Anfang an überhaupt eine Chance hatte Schließlich hatte ich Shufu Taba Das scheint zwar... Äh... Das scheint zwar für viele nur altes Curry zu sein Aber es gibt viel mehr Emotionen, die da drin sind Also äh... Bitte halt die Tradition am Laufen Ja, das können wir ja... Wir können ja Curry machen Okay Wir können sogar besseres Curry als du machen, also Das ist der Curry der Welt Unser Team liebt unser Curry, auch wenn es schon Monate alt ist Jaaa Aber nachher hab ich Curry gemacht... Vor vier Monaten Okay, das ist genug für heute Die Dinge werden ziemlich... Schnulzig gerade Ich wollte aber Bartmöpfer... Auf mich schon zu Hause Also sollte ich wahrscheinlich... Zurück gehen Der Rest ist auf dir Sei einfach sicher, dass du... Abwäschst bevor du ins Bett gehst Schon wieder? Willst du schon wieder abwaschen? Du darfst als Sklave Alright Tschüss Sojiro Hey Das ist ne Er ist so nervig Ich wünsch die Fanate Thieves würden sich um ihn kümmern Dö, 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 dö Dö, 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 dö mi, 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 mi Das würde großartig sein Warum machen wir einfach nen, Request auf den Forum Dieser Ketschi kann nur reden, nicht wahr? Bisher schon Warum ist er so... Feindlich Feindlich gegenüber den Phantom Thieves. Nicht wahr? Manche Menschen können echt nicht die Stimmung lesen, oder sind einfach nur Akechi. Manche Menschen können die Stimmung nicht lesen, andere Menschen sind einfach nur Akechi. Nio Akechi. Andere Menschen sind einfach nur Goro. Genau, Goro. Ganz heut, dann soll ich ganz ruhig zu meiner Schreiber sagen, Echter, du bist heute Goro. Und ich so, what? Das erinnert mich an diese eine Szene jetzt aus. Das Cinderella Phenomenon. Was du hieß so, von wegen so... Dieser Name. Als man so einen Namen sagt, also so... Was hast du gerade gesagt? Das hört sich an wie etwas, was man sagt, wenn jemand genießt hat. Pfff. Ja. Überlegen wir mal, unsere Pläne für heute sind... Hä? Haben wir überhaupt noch was heute vor? Ich gehe jetzt shoppen mit Makoto. Wir werden rüberkommen, wenn wir fertig sind. Eher gesagt, ich möchte, dass Mutter mit uns kommt. Können sie einfach nicht in solche Masse mitnehmen? Äh, das ist viel zu früh. Aber manchmal sind drastische Maßnahmen notwendig. Makoto, bist du dann auch diejenige, die ihr Kind dann in die Badewanne reinschmeißt, damit sie schwimmen lernt? Ganz... Oder sie setzt es allein am Badewanne... Sieh zu, wie du zur Schule kommst! Gleiche gruseligen Wörter! Du... Du musst eines Tages das tun... Liara, Futaba ist June in a nutshell ungefähr. Außer dass Futaba nicht Musik spielt. Eigentlich... Äh, Queens... Äh, Kleider haben... Eigentlich... Äh, wahrscheinlich werden... Werde ich meine Hand damit durchbohren, wenn ich sie anfasse. Ich habe ehrlich gesagt diese Möglichkeit auch schon durchdacht. Juske, warum?! Du auch, Juske?! Hey, das kriegt mir Spaß! Ich will mitmachen! Gehen zu Futaba! Das... 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 Das ist ja echt kalt, Suryuji! Äh... Mach keine Notizen dazu! Irgendwie wird bald zu... Zu... Vorbeikommen! Ein Herz klopft! Hm... Was haben sie vor? Jun trägt auch keine Maske! Ja, ich würde mir Sorgen machen, wenn Jun eine Maske tragen würde. Aber Jun mag auch... Jun mag auch Games, Jun hat Probleme mit Öffentlichkeiten... Jun ist Kawaii wie Futaba... Nur Futaba kann hacken, das kann Jun nicht. Dafür kann Jun Musik spielen! Und zwar sehr gut sogar! Eclare den... Nein... Claire? Stimmt! Gibt es nicht ein Musikstück, was Eclare de Lune heißt? Ja! Ich glaube, das Musikstück ist aber aus Danganronpa. Ich bin so neugierig, wer die Fantasies wirklich sind. Ebis! Kön... Möchtest du, dass ihr Herz stehe? Ist das ein Anmachspruch? Don't make me laugh! Bring mich nicht zum Lachen! Das schreibst du... Pick a god and pray! Lieb in... Ist das... Nervt das nicht? Ich finde es übrigens interessant, dass fast alle bei Fire Emblem Crits an Pick a god and pray denken. Das erste, woran ich denke bei Fire Emblem Crits ist, You deserve worse! Wow! Ich denke dann immer automatisch an Ryomas Crits, warum auch immer. You deserve worse! Darf ich die Frage, um welchen Jun es geht? Es geht um den Jun in Tennis Ace. Den Tiger. Ich schicke dir nach ein Bild. Anscheinend sind sie ziemlich berühmt, äh, außerhalb. Ist das nicht unglaublich? Der Spruch war echt billig. Oh ja. Ich wünschte, ich könnte den Fantasies beitreten. Nein, random NPC, du darfst nicht den Fantasies beitreten. Ein Gesicht hast du auch nicht. Und keine Augen. Wie die NPCs in Cinderella's. Ja! Heute ist der vierte Tag. Du wirst wirklich jeden Tag besser, mit anderen Leuten umzugehen. Äh, ich weiß nicht. Das kann ich nicht wirklich sagen. Menschen können ihre tiefen Angewohnheiten nicht so leicht ändern. Ja, Yusuke, das wissen wir allein schon wegen dir. Ja. Nun, sagen wir mal, du hast ein bisschen Fortschritt gemacht bis jetzt. Äh, hör auf! Du ziehst mir meine Backen raus. Mann, diese Mädchen sind echt spät dran. Wer denkst du, dass sie sind, dass sie uns warten lassen? Oh, wir gehen shoppen! Hallo! Bitte entschuldigt uns. Entschuldigung, dass wir jetzt spät sind. Wir haben nach einer Menge Sachen gesucht und wir waren nicht sicher, welches wir auswählen sollten. Ihr habt da was geschaut? Nach was habt ihr denn geschaut? Fadeklamour natürlich! Und für Tava-chan! Huh? What? Äh, eine Fadeklamour! Hm, Swimsuits! Du hast keinen Hass, oder? Yara, Swimsuits und ich sag nur Sigma. Oh Gott! Ah, es gibt einen Charakter in Virtues Last Reward aus der Zero Escape Reihe. Der ist swimsuit-obsessed. Eie! Es gab eine Szene, also es gab so einen Rätselraum, wo es halt wirklich so einen Pin-up-Girl-Kalender gab. Und da, bei dem Kalender, konnte man halt Klamotten wegrubbeln. Und als diese Frau dann nur noch im Bikini da war, hat er dann noch weiter mit der Winze an den anderen Teil rumgerummelt und dann kam so, Ah, warum geht der Rest nicht ab? Das muss doch auch noch- Und dann so, Sigma, das wird nicht abgehen. Ah! Dieses Rätsel macht mich bis heute fertig. Oh nein! Yara geht in den Wald! Das habe ich schon vor euch. Ah, aber... Oh Gott, das erinnere ich aber... Das Schlimmste war auch noch, äh, der Typ, mit dem er im Raum war, oder der später halt in den Raum kam, dann so... Hier kam das halt so ein kleines Kind mit seinem Opa so drinnen. Hey Grandpa, das sieht aus wie diese erwachsenen Inhalte, die du da hast. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Aber ganz schnell! Äh, nein, aber... Es hat wirklich solche Szenen, wo ich mir wirklich so dachte, Oh Gott, was zum Teufel geht hier eigentlich gerade ab? Äh, okay, lass uns den jetzt mal anprobieren. Warum in meinem Zimmer? Könnt ihr nicht zu Futaba rübergehen? Yuji, ich glaub, du darfst nicht so bequem bei Sitzem, wenn die Mädchen sich hier umziehen wollen, oder? Äh, du kannst nicht zum Strand gehen, wenn du keinen gut sitzen Badeanzug hast. Kura, was ist los? Solange sie keinen Akihiko-Badeanzug anhat. Gott, dieser Arzt. Iko, du siehst schrecklich aus. Äh, wir haben nicht eine Menge Zeit übrig, weißt du? Ich hab übrigens auch einen ganz interessanten Comic gelesen zwischen männlichen und weiblichen Protagonisten, von wegen so, äh, wie war es genau? Männlicher Protagonist hat so gesagt so, äh, ich hasse es so viel Zeit, ich hasse es Zeit, mit dem Magician-Konferenz zu verbringen, du nicht auch? Und siehst du so, hä, was soll mit Junpei sein? Und er so, wie Junpei? Ich rede über diesen Perversling. Ja, das sind ja andere Confidenten. Und dann ist sie so, ja, ich hab, ich verbringe gern Zeit mit Akihiko, Kuromaru, Junpei. Und die Reaktion von ihm so, du kannst Zeit mit Akihiko Senfai verbringen? Ja. Als ob Akihiko im normalen Run kein Confident von ihm ist. Willst du mich verauschen? Die Jungs sind keine Confidenten. Warum? Nur die Mädchen. Warum? Ich nicht. Ich glaube, ich will trotzdem, ich muss trotzdem beide Rufen machen, aber ich glaube, ich mag die weibliche Rute schon mal mehr, weil ich Zeit mit allen verbringen kann. Ah, das ist ja. Ja. Aber, ähm, äh. Du weißt, was passiert, wenn du versuchst, zu sp... nachzuschauen, richtig? Wieso schaust du Ryuji an? Ich glaube, derjenige, der am ehesten schauen würde, wäre eher Yusuke. Oh, das ist perfekt. Dieses Gespräch jetzt auch noch. Es ist ungeimpft, dass du in Lager ist, das so genau zu sehen an. Hier war es richtig? Ich glaube, das mit dem bisexuellen Hauptcharakter wird eine Weile lang nicht passieren, weil ich erinnere mich an die Aussage von wegen, wie war das genau bei Persona 5, als es dann so hieß, ja, kriegen wir vielleicht einen bisexuellen Hauptcharakter oder einen weiblichen Protagonisten-Alternatoren. Komm, Lena. Wir kommen zurück, Lena. Antwort von etwas dazu war, ja, es würde ja zum Protagonisten nicht passen. Komplett nicht. Es würde ja nicht zu ihm passen und einen weiblichen Protagonisten einzubauen, wäre viel zu viel Arbeit. Das war ihre Antwort deswegen, von wegen, warum sie das nicht machen, weil es passt ja nicht. Joker muss straight sein. Warum auch immer. Ja, ist richtig. Ähm, los geht's. Es ist angezogen. Das deckt kaum was ab. Das ist normal für ein Beideranzug. So, und nun, dass wir das die richtige Richtung drücken, ein bisschen. Ja! Drücken? Sollst, willst du die wirklich mit so viel Kraft bewegen? Ich hab Tortilla-Chips und Kühl. Ich nehm die Tortilla-Chips. Ich auch. Vielleicht solltest du ein bisschen von diesen Sachen reiten. Und hier, ja, so ist es gut. Die Käsesoße nehm ich auch. Ich bin beeindruckt. Ich frage mich, was sie da oben tun. Sie versuchen gerade ein Swimsuit anzuziehen, oder? Was sollten sie sonst tun? Ich schätze mal, es gibt ein großartiges Gemälde. Vielleicht sollten wir Makoto fragen. Nein! Du bist so ein Perversling. What? Wie unhöflich. Ich rede nur von reinen artistischen Standpunkt aus. Ja, Juske, sicherlich. Es ist trotzdem pervers, auch wenn es für die Kunst ist. Ich sag nur, kann ich von dir ein Nacktbild machen an? What? Oder soll ich für dich strippen in der Kirche? Ja! Lass es einfach, okay? Wir sollten ruhig bleiben. Vorstellbar. Leute, seid solche Kinder. Gar in dieser Jesus-Pose. Versuchst du's treppen? Wir sind keine Kinder, wir sind einfach nur höflich, Morgana. Was ist mit all diesem Lärm oben? Irgendwas für Swimsuits? Juske? Bad Juske! Was willst du mit Makoto Juske? F. der Putab im Badeanzug malen kann. Er will nicht Makoto dazwischen. Nur Makoto was fragen. Ja, wir gehen zum Strand ziemlich bald und sie probieren Swimsuits aus. Putaba geht zum Strand? Hm. Ich hab nicht gedacht, dass sie jemals Interesse hat, nach draußen zu gehen. denn, es scheint, es würde dieser schon zu gut aussehen. Bisschen, äh, ist drinne. Ich denke, es sieht großartig aus. Gut, ich hab's nur so halbbild bekommen. Keine Sorge, Lena, Juske will nichts von deinem Mädchen. Auch wenn es, soweit ich weiß, gibt es sogar Chips zwischen Makoto und Juske. Warum auch immer. I don't know. Nun, jetzt sollten wir dieses Ding von deinen Schultern loswerden. Komm schon. Erst wir stärken deinen Rücken. Dich. Ich habe einen. Du könnt Probleme verursachen, aber ich hoffe, ihr werdet großartig hierher sammeln. Warum? Ich weiß es nicht. Oder im Torrential Rain. Cool. Wir könnten ihr jetzt angeln geben oder auch nicht. Wir haben die Sons zu. Wir sind total bereit, um zum Strand zu gehen. All das Irgendjahr ist, sich mental darauf vorzureiten. Das ist tatsächlich literally internet in a nutshell. Irgendwas wird geschippt und alle fragen sich warum? Ja, ich weiß, es gibt auch Deku X Turnschuhe und es gibt auch Danganronpa Schicks sowas wie Hachime Hinata X Orangensaft. Ja. Ja, warum nicht? Why not? Ich kann es schaffen. Ich kann es, denke ich. nachdenken. Oh Gott. Eicht. Also bist du nicht sicher? Die Klappe, Inari. Ah. Endlich fühlt es sich wie ein Sommerurlaub an, wenn es draußen regnet. Ich habe darüber nachgedacht über ein paar Dinge, die mich kümmern. Die Sachen haben sich ein bisschen beruhigt jetzt. Inwiefern? Zusammenbreche, kognitive Psychologie, Typ der Maske. Ich frag mich, was sie wollen. Ich bezweifle, dass es irgendwas Gutes ist. Wir haben nicht genug Informationen in die jetzt. Wie sollten wir schnell weiter untersuchen? Wetter auch aushelfen. Können wir das über das mal bereden? Ich bin so vertrapp wie du bist. Okay, gute Nacht. Futter, Asha, viel Glück morgen. Wieso gut schnarcht? Ich denke, es geht noch arbeiten. Auf. Gehen wir auf. Schiff hat so hoher warten und wir müssen ihm helfen. Ja, tun wir auch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. In a nutshell. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Scheint auf sich auf. Ja, wir kommen. Ich komme direkt rüber. Dieser Moment, wenn man die teuren Chips nehmen muss, weil die günstig nicht mehr da waren. Ich werde warten. Oh, ja. Oh, ja. Du kommst hier ne ganze Weile her. Hallo, Lala-Chan. Hallo, Oya. Oh, I'm dredged. Oh, I'm dredged. Wirklich hier? Äh, bist du nass geworden? Nein, wir haben einen Regenschirm. Warum lässt du dich nicht hin und wartest ein bisschen? Ich wünsche, du hast mir ein paar gute Infos gebracht. Ähm, die Hörgesetze fangen an mit diesen Artikeln. Was cool ist, mit ihr mitzuteilen? Ja, okay. Hallo, ja. Oh, ja. Abhängen? Nein, eigentlich nicht, aber trotzdem. Na schön. Dann lasst uns hören. Oh? Hm, also, meint dieser Ace Detective ist ernst, hm? Ace Detective. The killer is probably in Inama. Ace Detective. Now let's get drunk. Ich verstehe. Ja, es gibt etwas, wobei ich mich bei dir entschuldigen muss. Weißt du, es ist Zeit, als Josh über ein paar Dinge zu recherchieren. ich hab, äh, ich hab, äh, über deine Währungsstrafe, äh, rausgefunden. Hä? Ich muss ganz dringend in den Wald. Ich hab gehört, du warst kein normales Kind, als du meinen Chef widersprochen hast. Deshalb hab ich ein bisschen gegraben aus Storge und da hab ich eine Menge von, als ich erwartet habe. Sorry. Tut mir leid darüber. Sagen. Der, der deinen Fall bearbeitet hat, der war ziemlich komisch. Irgendein Deal muss zwischen, äh, hinter den Kulissen abgegangen sein, um dies, um sicherzustellen, dass du dieses Ergebnis kriegst. Ja, das wissen wir ja schon, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen da abging. Mhm. Es muss hart für dich sein, das zu handeln. Du bist einfach, du bist noch ein Kind. Vergiss die Vergangenheit. Wir sind in dem selben Boot, wenn es dazu kommt, beschuldigt zu werden. Wegen deinen dann Untersuchungen? da, ich werde meinen Partner rächen für... Ups! Lala-Chan, nachfüllen! Nein, es ist, es ist jetzt an Lektier, ihm die Wahrheit zu sagen. Du kannst dich einfach in der Vergangenheit des Kids hier schnüffeln und dann erwarten, dass du deine eigene Geheimnisse versteckt halten kannst. Gibt wenig dafür die Schuld! Was hat zu tun mit meinen privaten Angelegenheiten? Du kannst mir vertrauen. Meine, es ist nicht erst wichtig, die ich vertraut. Moment mal! Warum werde ich wie ein schlechter Kerl behandelt? Schau, dir wird es viel besser gehen, wenn du mit jemandem darüber redest, dir versteht, durch was du durchgegangen bist. Mal abgesehen davon wirst du explodieren. So wie Liara, wenn du weiterhin dich mit Alkohol vollfühlst. So wie Liara! Ich denke, das ist die erste Aktion, die ich machen kann für unsere Business- Beziehung, hä? Aber erzähl es niemandem, okay? damals, als ich politische Themen abgedeckt habe, hatte ich den Partner, der mir tot geholt war, Kaiyo Murakami. Ein ziemlich bekanntes Team in der Industrie. Wir haben eine Menge Skandale zusammen aufgedeckt, bis dieser Tag kam. Wir waren eine heiße Spur eines bestimmten Bürokraten, der darin irgendwie und wir ein paar Verdienste gefunden. Auch ein schönes Wort. Burea okrat. Eau. Bürokrat. Das schreibt man aber im Deutschen anders. Das ist eher die französische Schreibweise auch. Das hat mich auch daran erinnert, was zum Teufel ist bitte schön die englische Schreibweise von Rumpelstiel sind. Rumpelstiltskin. Oh Gott. Ja. Als ich das gelesen habe, ich dachte mir so, warte mal, ist das jetzt das selbe Wort oder haben sie einfach das Wort nur abgeändert? Aber nein, ich glaube, es ist sogar dasselbe Wort. Quatsch. Rumpelstiltskin. Wenn man versucht, das auf Englisch auszusprechen, well. Und dann hat jemand das aufgeschrieben und dachte, ja, genau so muss man das aufschreiben. Hey. Ähm. Er hat sich ziemlich verdeckt gehalten. Es war fast unmöglich solide Informationen über diesen Typen zu kriegen. Und dann eine Nacht bekam ich eine Sprache und ich von Kajo hat etwas Großes geschnappt. Das war das letzte, was ich von ihr gehört habe. Nächstes hat wohl ein Bürokrat totgefunden, ein Liebesurteil und Kajo wurde vermisst. Was war die Ursache des Todes? Äh, naja. Todesursache ist unbekannt. Die Autoritäten konnten nicht sagen, ob es Mord oder Suizid war. Und der Killer... Shit. die Bullseye hat Kajo beschuldigt. Sie sagen, sie hat ihn getötet in einem Verbrechen der Leidenschaft. Ripp, Stop underage drinking. Pow! Rumpelstilzkin. Ne, stimmt gar nicht. Rumpelstilzkin heißt Bezeichnung für das Märchen. Ja, sag ich's doch. Aber das Märchen heißt eigentlich Rumpelstilzchen. Widerlich in Zügen geschlafen haben. Was? Die Neue ist mit so niedrigen Stücken geschlafen. Achso. Und wichtig ist ziemlich unmöglich fuck ab, um solche Vermutungen zu machen ohne wirkliche Verweise. Ichiko-Chan. Tut mir leid. Lass aber wir haben nie was die weitere und Kajo wurde als äh professionelle Schande zeichnet. Kajo war eine professionelle Schande. Und seit die Partner sind äh dachte die äh Firma es wäre es besser mich in eine andere Abteil zu verlegen. Kals und schuld beweisen. Deswegen werde ich meine ähm privaten ... 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 Wir sind jetzt quitt! Aha. Ich hab dich seit langer Zeit nicht lächeln sehen. Da ist doch! Ich hab mich auch seit langer Zeit nicht mehr so lebendig gefühlt. Ich werd einen großartigen Artikel schreiben für die Kommentatoren über unsere Session. Äh... Love the Idealen in Verbindung mit einer geheimen Gesellschaft. Ich mach nur Scherze. Keine Sorge. Ich werd bestimmt ne bessere Überschrift dafür finden, bevor wir's drucken. Ich fühle... Mein Bündnis mit Ora... Oh ja, steigt. Ich weiß, er heißt Kaju, aber ich versteh immer Kaju. Ich weiß, ich auch. Ich bin schon groß und viel kaum noch ein Spiel. Kein englischsprachiger Mensch wird... ... aussprechen können, deswegen wurde es irgendwie in dem Fall. Aber es sieht so schrecklich aus. Allein diese Schreibweise anzuschauen tut weh. Der sieht so eckig aus. Ich find das CH macht das Ganze so viel runter, aber... Wenn du das schreibst, sieht es so eckig aus. Wie als wäre das Wort irgendwie was... ... Spitzes, was weh tut in meinen Augen. Skin. Ja, still skin. Das hört sich so hart an. Man hätte das K, weil könnte so... ... mit Z... ... oder so. Das wär noch ein Ort. Aber das ist auch so... Ja! Die Abis halt! Das CH hört sich halt viel weicher an. Äh... Es gibt noch was anderes, was mich besorgt. Find ich auch so interessant. Es wird gesagt, Deutsch ist so ne harte Sprache, aber dann ändern sie deutsche Worte... ... in so etwas Hartes um. Cheers. Energy. Das ist ja heute ein klassischer Cheat Day. Was ist ein Cheat Day? Ähm... Chips und Energy Drink. Wer? Ja? Achso, Lena hat das geschrieben, deswegen. Das ist ein... ... kein Zweifel, dass... ... äh... ... der Chef was von meiner... ... Untersuchung weiß. ... 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 Sten ... ... ... ... ... ... ... Lerne von mir. Lass nicht dein einziges Ziel im Leben werden, dass du ein Parlamentmitglied wirst. Wähler sind viel sensibler, als wir ihnen zusagen würden. Mit voller Tatdrang zu sein und im Vorteil zu handeln in der politischen Welt wird dein Ruf... Was? ...das Leben im Leben verändern. Tora gibt mir ziemlich gute Hinweise. Ich fühle mich... Es fühlt sich so an, als würde mein Wünnis mit Tora steigen. Zack! Manipulation! Alright, nicht so, dass wir schon hatten, aber wir haben jetzt Manipulation. Du hast echt gute Reden gegeben, Mr. Yoshida. Ich kann nicht glauben, dass du die letzten beiden Wahlen verloren hast. Du bist der Kokamotos Enkel. Das ist richtig. Ich bin sein Enkel Benzo. Weißt du, dass du hier bist, um mit mir zu reden? Äh, ich bin mir bewusst, dass du und mein Großvater sich nicht gut gerade verstehen. Aber das kümmert mich nicht. Das muss wohl sein Sekretär sein, hä? Ich habe gehört, er hält dir in der letzten Zeit ein bisschen viel aus. Naja, nicht wirklich. Wir hält dir eigentlich nur immer wieder mal aus. Halt nur sein Schild. Du kennst ihn? Und vor allem Sekretär. Wir halten wirklich nur sein Schild. Mein Großvater wurde vor kurzem ins Krankenhaus gebracht. Und du, äh, wurdest... Thema seiner Konversation. Ich würde gerne von dir lernen. Ich habe eine Menge von deiner Rede heute gelernt. Ne, ich würde mit dir gerne mal wieder reden. Hm, Sekuramoto hat über mich geredet. Matsushita? Matsuhipster? Makuhipster? Sorry. Ich muss mich um etwas kümmern. Kümmern uns... Äh, was... Das war's dann für heute. Yay, Charm. Noch mehr Charm. Wir kriegen von allen Charakteren Charm. Keine Gäste. Alright. Charme und Keindes und Knowledge und niemanden Gats gefühlt. Gute Arbeit. Es hat von nichts zu bekommen. Wir kommen von niemanden... Kein... Äh, von niemanden Gats. Aber wirklich so gauern ich. Fanta Thieves, hart, hart, hart. Destroy all evil, hart, hart, hart. Mal, Futaba schaut sich gerade den Gulli-Deckel an. Wunderschöne Gulli-Deckel. Pass dies nicht, wie runter ist. Nicht den Gulli-Deckel. Sie schaut sich den viereckigen Gulli-Deckel an. Du, diese Form. Diese eckige Form. Wie das Wasser da reinfließt. Das Material, aus dem er besteht. Was darf ich eigentlich? Egal. Oder Futaba spickt gerade in den Shop nebenan rein. Achso. Du musst dich heute um Futaba kümmern. Mache sicher, dass du keine Mannschaften auf sie kümmern lässt. Kümmern dich darum, dass kein Fremder sie anbargert. Das darfst nur du. Tis! Ich werde nicht von ihrer Seite weichen. Ich werde sie wegscheuchen. Gut. Als lange, wie du es verstehst. Ich werde dich anrufen. Gut. Wenn du da stehst, zähl ich auf dich. Huh, boy. Hey, können wir jetzt gehen? Können wir jetzt gehen? Ist es hier, dass es dir gut gehen wird? Es ist nur ein Tag. Ich unterschätze mich nicht. Okay, sorry. Scheint, als müsste ich einfach loslassen. Habt Spaß und seid vorsichtig, ihr zwei. Let's go! Let's go! Let's go! Katzi! Bis ihr warten musstet. Das will ich nie verstehen. Hä? 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 Joker hat gesprochen! Are we missing one? Fühlt sich jemand hier? Oh. Das ist perfekt! Das ist gar nicht perfekt! Kullend still. Das dürfte schon in Ordnung sein! Hm. Hm. Hm? 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 Hm. Hm. Hm? Hm. Wie verstörend ist. Ja! Yuji, du perversig! Oh, it's so hot! So hot! Ich will doch gar nicht wissen, warum er das mit diesem Eisstiel gemacht hat. Oh. Es ist soo heiß! Aber er hat ne coole Badehose, muss man sagen. Ich muss halt ehrlich sagen, von allen Jungs Badehosen hat Yuji trotzdem die coolste. Ich meine, schau doch die Badehose an, die sieht voll cool aus! Ja, mit diesem Totenkopf! Das sieht echt voll cool aus, Jokos ist dagegen so ein bisschen, ja, ja, ist halt wie normale Badehose. Ich mach halt die von Yuji wirklich mehr. Ähm, die Jungs gesehen hast du wieder in Pyjama tragen ein bisschen. Ist das okay, Futaba? Hm. Hier ist eine Menge... Leute, geht's dir gut, Futaba? Oder Alternativ sieht ja aus wie ein perversling auf der Straße. Ha! Oh! Ja, kennst du nicht diese Leute, die da so irgendwie so nur so was tragen und dann auf einmal das aufreißen und da tragen so darunter fast nicht, solche komischen Exhibitionisten? Genau so sieht er gerade aus. Ich hab nur Leute, die du in Badehose und ohne Oberteil die Apotheke. hier laufen. Die sind auch verstörend. Und so... Hier ist... Nicht... Aber ansatzweise ein Strand in der Nähe! Zieh'n sich bitte ein Shirt an! Was meins? Was ist meins? Futaba? Äh! I'm fine. You guys are here. Wow. Äh, mir geht's gut. Äh, ihr Leute seid ja hier. Ich liebe einfach Futaba-Situationen. Von wegen so... So... Einfach so mit... äh... Also hochgespielt, auf einmal so... Handtücher aufm Kopf gewinnen. Ja! Keine Maske, aber ein Handtuch. Es ist fast Mittags... äh... Zeit. Nein! Der Squid starrt mich an! Nein! Dieser Tinfisch starrt mich an! Er ist gekocht, also keine Sorgen. Würdest du sogar einen Squid essen, wenn ich nicht hier bin? Warum essen wir nicht auch Mittag? Äh... Warum essen wir ja nicht auch Mittag? Ich hol' ein bisschen was für uns. Vor allem Ryuji und Joker haben so eine dieser Badehosen, die ich liebe. Nämlich welche mit Seitentaschen. Ich hasse Badehosen, die keine Seitentaschen haben. Was soll ich denn sagen, wenn ich ein Bikini trage? Ich hab' mir irgendwo Platz, was reinzutun! Ich hab' sagen wir mal so'n Badeh... Ich rede jetzt aber auch von Badehosen und nicht von Bikinis. Badehosen... Ich hab' sagen wir mal so'n... Sagen wir mal so'n... Eher von der Frau her wie so'n... Wie an, aber halt'n blauen. So wie Jokers Farbe. Hab' ich so'n... ja. Ich hab' schon gesagt. Ich sag' ja nur, was bei Badehosen ich gerne Taschen haben. Ich hab' ja nicht von Bikinis geredet. Ah... das stimmt. Ähm... Oh ja... Bikini ist zu tragen. Ist ne... Ich muss natürlich sagen... Ja, gut. Ich muss natürlich sagen, ich mag halt Badehosen mit solchen Taschen einfach mehr, weil... Keine Ahnung. Ich mag Seitentaschen. Ich sag' ja nur, ach... Ich... Ich koste Masse aus. Oh Gott! Nein! Mach mal auf mit dem Speedo! Nein! 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 Usamo hat auch way too much Speedos, wo ich mir denke... Leute, könnt ihr den Charakter nicht irgendwie... mehr... Link, du hast überraschend starke Meinungen, wenn es um Badehosen geht. Mhm. Ich muss halt echt sagen, ich find' Badehosen, die so sind wie jetzt die von Ryuji oder halt von allgemein von ganzen Jungs so, ich find' solche Badehosen halt einfach toll. Weil... Sie sehen stylisch aus. Mhm? Sie sind bequem, weil ich weiß selbst, dass sie bequem sind. Ich hab' solche Badehosen, ne? Und... Es sind keine Speedos. Ich würde auch niemals... einen Typen nehmen... für Speedos halt. Ich so... Bäh! Bitte zieh! Hau dir eine andere Badehose! Bitte! Du isst das selbst hier? Du isst das selbst hier? Mein Stapelessen! Das sollte ein bekannter Geschmack sein, aber warum schmeckt das so gut? Was ist denn, Makoto? Du hast nicht viel gegessen. Oh Gott! Richtig! Also, Niara und Lena sagen Badeanzug. Badeanzug, aber das liegt bei mir daran, dass ich es keine Bikinis tragen will, sollte. Aber irgendwann Bikini-Oberteilung schwimmen. Ja, das geht ja auch. Mhm. Richtig. Und Nana grad so, ich arbeite freiwillig im Freibad in der nächsten Stadt. Da stimmt's jetzt nicht, dass ich sie dabei war. Mitte 40, mit goldenem Tanga und Bierbauch. Uah! Alter! 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 Press F, Banana! Das ist ja wirklich noch, also ein Tanga ist noch mal schlimmer als ein Speedo. Ja! Und die Kombi. Was ist los, Makoto? Warum isst du nicht so viel? Oh ja. Die Strafikis. Weil... Ist so. Ich weiß ja, ich hab halt... Natürlich halt auch Badeanzug, aber ich weiß, ich fand die nicht so bequem. Also ich hab mich nicht so früh Urgefühlt. Es klingt ein bisschen Widerspruch. Ich fühl mich wohler, wenn ich mir Haut zeige. Aber well. Ja. Ist halt so. Gut. Ähm. Ähm. Ja. Fühlst du dich nicht gut oder so? Du verstehst einfach nicht, oder, Ryuji? Wenn ein Mädchen in einem Swimsuit trägt, möchte sie so schlank wie möglich aussehen. Ach ja. Die Strandfigur. Und dann kommen die ganzen Fitnesscenter auf einmal mit irgendwelchen Programmen von Dingen so... Wollen sie jetzt noch fit für den Strand werden? Dann nehmen sie jetzt unser neustes Programm und ich denk mir einfach nur so... Halte die Klappe, dass die Mädchen so wohlfühlen wie sie wollen. Mhm. Mako, du trägst kein Swimsuit, sondern ein Bikini. Die tragen alle Bikini. Ja, ich kann sagen, die tragen alle Bikini. Swimsuit ist aber auch tatsächlich kein Bezeichnis für Bikini. Äh, kein Bezeichnis für Badeanzug. Swimsuit heißt einfach nur Badebekleidung. Äh, ja, Liara, ich kann meine... ...meine Figur ist sogar nur Badeanzug tragen. Ja, Lena, ja, wegen der Tico Bade dazu gedacht. You're welcome. Anna, ich bekomme mit meiner Oberste keine Bikini-Oberweiße. Die... die... Makoto-Tri... genau. Ja. Gefällt dir ein Bikini? Ja. You ain't wrong? Ja, ich hab dich unbedingt falsch. Swimsuit heißt ja eigentlich nur Badebekleidung. Weil im Prinzip, die Jungs tragen auch an sich Swimsuits. Es ist ja eigentlich tatsächlich nur der Name für Badebekleidung im Englisch, ne? Ein bisschen... äh... Peleid wegen... Wegen... Wegen Badeanzug im Deutschen, ja. Ja, weil Suit ja Anzug bedeutet im Deutschen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es englische Begriffe extra für Bikini, beziehungsweise Badeanzug, beziehungsweise Badehose gibt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass diese engen Badehubs und Speedos heißen. Bestimmt gibt es da von englischem... Ich sag doch, Bikini heißt ja auch Bikini. Im Englischen. Stimmt. Ich weiß jetzt... Da ist der Anzug in One Piece. Ja... Seht ihr halt? Das One Piece ist der goldene... Warnanzug im Goldmarscher. Schwade. So lange Ruffy den nicht anzieht. Oh Gott. Wobei... Ich glaube... Tatsächlich... Frankie wäre schlimmer als Ruffy darin. Er hat ja so ein... Er hat ja so ein Speedos an, also... Gut, aber er ist ja ein Cyborg, also... Ja... Also bei Sanji würde es mich nicht wundern... Ja, ehrlich gesagt, würde es mich bei keinem mehr Charaktere wundern. Außer Zocker. Zocker wäre etwas verstörend. Ja... Weißt du, Sanji würde es zutrauen, um die Mädchen anzuhitten. Äh... Okay... Chopper würde es auch nicht unbedingt zutrauen, weil Chopper zu sweetheart dafür ist. Ach! Aber Frankie... Äh... Und... Oh, wie heißt der nochmal? Zock! Okay, ob Blutstops tragen würde, weiß ich auch nicht. Stimmt, Trunks heißen Badehose. Stimmt jetzt, wo du es sagst. Dennoch, du... Kümmerst dich zu viel darum. Hast du... Hast du... Hast du Frühstück gegessen? Mona... Mona ist taktlos. Ähm... Mona... Mona ist taktlos. So, was tun wir jetzt? So, was tun wir jetzt tun? Sollen wir ein Beachvolleyball spielen? So, was tun wir jetzt tun? Sollen wir ein Beachvolleyball spielen? Apropos Sommer... Ähm, ja... Wie schon gesagt, du Sommer hat ja momentan auch noch... noch die restlichen drei Tage sein Sommer-Event. Und da haben sie auch irgendwie viel zu viele Speedos eingebaut, wo ich mir denke, so... Die paar Charaktere, die wirklich lange Badehosen tragen, sehen für mich da irgendwie am besten aus. Apropos. Weil Speedos sind dann so... Äh... Ja? Apropos. Ich... Beachvolleyball. Ich weiß, ich spiele nicht gerne Beachvolleyball, weil ich gar kein Volleyball spiele. Wie sieht eigentlich für euch euer perfekter Strandtag aus? So... Und wir machen unterschiedliche Dinge. Entweder wir machen vielleicht zusammen was im Wasser. Oder alternativ, ähm... Was wir auch gemacht haben, als wir am Strand in Spanien waren, haben wir uns einfach... In Schatten gesetzt und haben wir einfach Karten gespielt. Es war halt auch ein tolles Gefühl, das am Strand zu machen. Weil es hat echt Spaß gemacht, die Situation so zu genießen. Mhm. Aber wir so... Wir spielen halt, weil ich die irgendwas... Werfen uns halt im Wasser meistens einen Ball hin und her. Was ganz lustig eskalieren kann bei uns. Oh ja. Ja. Jungs mit langen Badehosen sehen ohnehin viel besser aus. Glaub mir, viele Jungs fühlen mir in langen Badehosen auch wohler, so wie ich. Ich fühle mich mit kurz echt... Wahrscheinlich fühlen die sich eingeengten und Speedos. Ich weiß es nicht unbedingt. Speedos sind ja tatsächlich hauptsächlich Schwimmerkleidung, damit man halt wirklich... halt tatsächlich eben, ähm... schneller im Wasser ist. Deswegen ist es ja auch Schwimmkleidung. Mhm. Und viele tragen ja eher solche ganz kurzen Badehosen. Also sie ist nicht unbedingt Speedos, aber hat eher Unterhosenlänge. Mhm. Das gibt ja auch noch. Aber ich bin halt eher jemand, der wirklich gerne solche langen Badehosen hat. So. Lena verbringt viel Zeit im Wasser, Eis essen und im Schatten liegen und sowas wie Kartenzocken. Ja eben, Lena, genau das. Yara, mein perfekter Strandtags, solange ihr im Wasser schwimmt, bis mir langweilig wird, ich Hunger bekomme oder mehr kalt wird. Was alles das lange bei mir dauern kann. Mhm. Also, soll ich den Beachvolle mal spielen? Oh, sorry. Unsere Mädchen haben schon entschieden, Bananenboot mit dem Bananenboot zu fahren. Ich will auch mitfahren. Bootfahrt haben wir auch alles kostet weißes Geld. Und dann sind wir so, wir sind viel zu geizig, um das Boot zu mieten. Ja, aber wir holen uns ein Eisbecher. Finde den Fehler. Von der teuesten Eis, die ihr eben am Strand. Well. Glocke, ihr seid zu laut. Oh ja. Äh, wir können nur ein Boot für drei Personen mieten. Also, sorry. Warte, dann was ist mit uns? Warte, was ist mit uns? Ja, ich kann sehr lange im Wasser bleiben. Teilweise habe ich so sieben Stunden im Wasser ohne Ausgang. Ups. Also, im Wasser kann ich nicht alleine so lange bleiben. Ich brauche, dass ich immer da halt auch irgendwelche Leute, mit denen ich was zusammen machen kann, weil alleine finde ich so stinkend langweilig. Oh. Auch immer diese Tatsache von wegen so während heißen Tagen, ja, geh doch ins Schwimmbad. Ich so, erstens alleine, nein. Zweitens, wenn es mir zu warm ist, dann gehe ich auch nicht ins Schwimmbad, weil da ist mir wirklich viel zu warm. Dann gehe ich nicht aus dem Haus raus. Und Leute, das wäre sehr voll, sag ich so. Ja, Mutter. Ja, warum gehst du nicht mit in deinen freien Nachmittag am Strand? Oder am Wochenende so. Mama, da sind viel zu viele Leute am Strand. Nein! Spät. Die können auch um 18 Uhr. Aber da ist nicht mehr so viel los. Ja, das ist das Ding. Das ist, dass da nicht so viel los ist. Was wir auch gemacht haben. Äh, wir haben zwar gemacht, also wir hatten halt Besuch gehabt von Freuden aus NRW und wir sind dann zusammen dann um 5 Uhr morgens an den Strand gefahren. Das waren deren Idee. Die haben mich auch an den Strand kennengetragen zum Gag. Und da habe ich irgendwann auch gewählt. Auch nur so. Strand! Ich bin tatsächlich noch nie im Meer geschwommen. Ich war mal ein paar Mal am Meer, aber auch wirklich nur am Strand vom Meer. Weil erstens, ich mag es nicht so sehr in einem Meer zu sein, wo es Quallen gibt. Und... Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, ich weiß, ich mag Salzwasser nicht so sehr. Wenn du am Süßwasser aufgewachsen bist. Ich bin ja, wie schon gesagt, ich wohne am größten Binnensee von Deutschland im Bodensee aufgewachsen. Also, wenn man nur Süßwasser kennt, dann kann man Salzwasser irgendwie nicht so wirklich genießen. Mhm. Ja, gut. Was mich erstellt, ich wohne ja an der Ostsee und Steine am Wasser. Eilen. Gar nichts am Boden. Wenn da alles voller Eilen ist, das mag ich auch nicht so gerne. Haben wir ja auch. Und wenn die Klamotten voller Eilen ist, ich so... Kommt gar nicht ganz drauf an, wo man bei uns reingeht. Wir haben ja Stellen, wo es tatsächlich voller... Also bei uns... Es gibt ein Gebiet, da ist der See voller Schlamm. Da kann man zwar gut stehen, aber es ist irgendwie auch doof. Und ich habe schlechte Erinnerungen an den Schlamm, weil... Kleine Geschichte von Link. Wir waren... Baden im See. Irgendwann kam mein Bruder auf die tolle Idee. Wie wäre es denn, wenn wir eine Schlammschlacht machen? Also haben sie sich gegenseitig mit Schlamm abgeworfen. Link! Also ich wollte nicht. Ich wollte einfach weggehen. Sie haben sich mit reingezogen. Ich habe mich dann untergetaucht und versteckt. Irgendwann hatte ich ein Kind aus mir mit aufgetaucht. Und genau in dem Moment hat mein Bruder mir Schlamm ins Gesicht geworfen. Der Schlamm kam in mein Auge. Ich hatte Schlamm im Auge. Ich wusste nicht mehr, wie ich den Schlamm rausbekommen soll. Wir haben es erst versucht mit der Dusche. Hat nicht geklappt. Dann war ich bei der Bademeisterin, die es mit so einer Wasserflasche versucht hat, das rauszukriegen. Hat nicht geklappt. Es war an einem Sonntag. Wir sind also einfach nach Hause gefahren. Ich konnte meine Augen, wie schon gesagt, nicht aufmachen, weil Schlamm im Auge. Auf jeden Fall mussten wir dann zum Notarzt gehen. Der nächste Notarzt war 50 Kilometer entfernt. Erstmal mit dem Auto da hinfahren. Wie schon gesagt, blind. Das heißt, ich durfte die Augen während der Autofahrt die ganze Zeit nur zulassen. Ey. Auf jeden Fall waren wir dann bei diesem Arzt, der nichts auf die Reihe gekriegt hat. Und dann eben nur noch ein paar Versuche gemacht hat, es rauszukriegen. Und dann hat er gemeint so, ja der muss in Narkose, äh nicht in Narkose, doch in Narkose. Auf jeden Fall in die nächste Augenklinik. Nochmal 50 Kilometer weiter. Nach Ulm eben, wo ich ja jetzt wohne. Weil wir halt eine gute Augenklinik haben. Noch mehr Fahrt blind. Es war mittlerweile 22 Uhr in der Nacht. Gott. Als wir angekommen waren. Mhm. Auf jeden Fall, der Arzt dort hat halt kurz mein Auge betäubt. Ich konnte meine Augen aufmachen. Hat kurz rausgewaschen, das war's. Das hat scheinbar der Notarzt nicht hinbekommen. Mhm. Auf jeden Fall, es war dann ungefähr 0 Uhr in der Nacht, als wir dann zurückgefahren sind. Und ich dachte mir einfach nur so, super. Das Schlimmste waren übrigens tatsächlich nicht die Autofahrten, sondern tatsächlich die Parkhäuser. Weil die Parkhäuser hatten immer diese schönen Rundungen. Und stellt euch mal vor, ihr habt eure Augen zu. Und das Einzige, was ihr spürt, ist, dass ihr irgendwas drin seid, was sich dauernd im Kreis dreht. Oh. Seitdem gehe ich nie wieder in diesem einen Bereich des Sees schwimmen. Okay. Ja. Mhm. Äh, ja. Äh. Äh. Ich mag es nicht. Äh. Äh. Aufgrund deiner Geschichte. Lira. In Griechenland auf Inseln kann man gut schwimmen. Wie schön gesagt, wir haben halt den Bodensee. Und leider gibt es bei uns am Bodensee tatsächlich nicht mehr die Möglichkeit, irgendwo baden zu gehen, weil alles momentan besitzt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, im Bodensee baden zu gehen, ist tatsächlich das Strandbad. Man darf nicht mehr woanders baden. Man muss auf jeden Fall zahlen. Mhm. Gut. So, und bevor wir zu weit wieder ablenken, lesen wir mal weiter. Äh, pass auf unsere Sachen auf. Höchst nicht! Warum musst du uns so so verhalten? Sicherlich nicht. Warum, äh, warum verhalten? Wer handelt ihr euch? Ihr uns so. Wir sind Berühmtheiten, die Schlagzeilen machen. Ihr solltet uns besser verdienen. Ich denke, dass sie nicht so schlecht im Meta-Haus sind, aber in der Realität sind. Aber in der Realität ist es komisch, oder? Sagst du mal, Koto. Äh, sie können Schmerzen stehlen, aber sie sehen nicht, dass sie keine Mädchen stehlen können. Ah, ihr könnt dafür auch nicht die Herzen eines Jungen stehlen. Also, ihr seid gerade ziemlich quitt. Ich dachte so. Joke hat euch alle eine Abfuhr gegeben, euch beiden. Mhm. Joke hat beide schon eine Abfuhr gegeben, also... Naja. Aber, aber Lady Ahn. Können wir schon zum Bananenboot kommen? Oh, Entschuldigung. Wir gehen jetzt. Ich hab irgendwie das Gefühl, Bakoto hat Futabas Bikini ausgesucht, weil es gefühlt fast derselbe ist, wie sie trägt. Ja, schon so ein bisschen. Vom ähnlichen Stil her, sag ich mal. Mhm. Wir werden tauschen, wenn wir fertig sind. Pass auf unsere Sachen auf. Äh, Banana! Warte mal! Warte mal! Es ist gefährlich, wenn du so raufst. Und hier kommt der Komet. Ich verstehe nicht, wie unglaublich wir sind. Verdammt. Sie verstehen einfach nicht, wie unglaublich wir sind. Wir riskieren unsere Leben als Phantom Thieves. Äh... Keineswegs sind wir wie andere Leute hier. Sollten wir nicht auch gute Zeiten in der Realität haben? Nein, wir sind besonders. Stimmst du dich zu, Yusuke? Ryuji, wenn du besonders sein willst, dann verdienst es dir auch. Und das... Auf allem, Ryuji, du bist eigentlich schon besonders. Du bist der beste Bro. Also, du bist schon so besonders, nicht wahr? Wieso sieht Yusuke eigentlich in diesem Headshot immer aus wie ein Killer? Hä? So mit diesem Hoodie, mit diesem Schatten, der sich unter seinen Augen biegt. Und dein Augen auf die Hoodie, Messer versteckt! Das ist kurz, aber sich abzustechen. Wenn du das so formulierst, hast du vielleicht recht. Ahn und die Anderen nicht haben, weil sie immer um uns herum sind. Hey, wie kriegen wir Lady Ahn dazu, dass sie immer an uns rum sind? Und wir sind als Phantom-Thiebe. Nun, wir müssen waschen was stehlen. Swingsuits. Besser nicht, aber... Ich glaube, das wäre so ein bisschen zu viel. Ah, ich glaube, da werden die verprügelt werden. Herzen? Arne hat sich über uns lustig gemacht. Schauen wir, was wir wirklich können. Ich verstehe. Ich muss nur meine Skills in der Realität prüfen. Ich verstehe. Es scheint, dass wir dich meine Fähigkeiten in der Realität auch überprüfen. Äh, das aufzeigen. Ich warte, dass ich noch nie in Griechenland, also keine Ahnung, wie gut man in Griechenland schwimmen kann. Aber ich weiß, ich mag das mehr nicht wegen den ganzen Qualen. Also bei uns gibt es nicht so viele Qualen. Ja, aber halt in Spanien gab es sehr, sehr viele Qualen. Beste Situation immer noch. Äh, ja. Unsere Klasse. Zitat, Abizeitung. Ich dachte, Quallen wären nur eine Legende. Wer... Wer hat das gesagt? Jemand aus meiner Klasse hat gemeint, Quallen existieren nicht, sondern wären nur eine Legende. Dann wurde er von einer gestochen. Ich würde gerne irgendwann nach Griechenland. Dito, ich will die ganzen Ruinen erkunden. Ah. Alle anderen so, ja, ich will die schöne Landschaft gießen. Ich so, ich will die Ruinen sehen. Einfach alles entdecken wollen, also ich hab nicht so Stübbe oder so. Ich will einfach so auf alles entdecken. Auch das Essen. Gut, mit Essen habe ich so meine Probleme, weil in Griechenland ebenso auch viel mit Fleisch. Fleisch, ja stimmt. Als Vegetarier hat man es tatsächlich mit kulinarischem Essen gar nicht so einfach, weil es tatsächlich ziemlich wenige Kulturen gibt, die viel Vegetarisches anbieten. Weil es ist doch eher ein europäischer Trend, vegetarisch zu sein. Mhm. Komm schon, stillen wir die Herzen mit den Fähigkeiten, die wir als Fanthiefs gesammelt haben. Ich bin sicher, dass wir uns alle über uns besitzen, die Fähigkeiten, die wir uns geben. Äh, Klinge. Ich hab früher als Klinger mit Ligern, äh, mich mein Quallen gespielt. Ja. Und Lena schreibt, ich will mal die Denkwunder und so sehen und das Essen. Oh ja. Kek. Kek, 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 kek. Ich bin sicher, die Mädchen werden uns lieben, wenn wir überlegen, welche Vibes wir ausstrahlen. Sehr gut. Lass uns das tun. Pulling off our work in reality doesn't sound bad. Nur dann, lass uns das tun. Wieso stimmt Juske eigentlich zu? Unsere Arbeit in der Realität zu tun, kann ich gar nicht so schlecht. Also, Mona, du bist dafür verantwortlich, um auf unser Zeug auszupassen, okay? Gib mir kurz und ich bin glücklich. Okay, Lena. Hä? Okay, wir einfach so gehen. Bye, Mona. Hey, what the hell, komm zurück hier! Don't leave me behind! Hey, what the hell, komm zurück, lass mich nicht hier! ... Operation Daypump 3.0. Ehrlich gesagt ist das etwas, wo ich bedenke, ein bisschen schade, weil sowohl, glaub ich, ich weiß nicht, wie es in Persona 3 aussieht, aber in Persona 4 gab es halt bei einer ähnlichen Szene, konnte man sich frei bewegen und mit den Leuten reden. Und hier kann man leider sich am Strand gar nicht bewegen. Das ging auch in Persona 3. Genau, man konnte halt frei bewegen, halt die Charakteristik. Und dann hat man verschiedene Antwortmöglichkeiten. So ab, wo wir kommen. Ich glaube, sie ist nicht gerade erfreut über uns, oder? Ich kann irgendwas sagen. Tschüss. Die Strände in Rona sind gut, ansonsten kost. Nur da muss man halt gucken, dass man nicht auf den Touristensträndland ist. Es gibt tatsächlich ein paar, welche nur von lokalen Leuten benutzt werden. Und jetzt traurige Musik. Operation Bay, Pau, 3.0 ist gescheiter. Ich weiß nicht, der Ozean sieht irgendwie ziemlich blanktönig aus. Komm schon. Sagst du was nicht... Sag das nicht, als wäre ich der Einzige, der es vermasselt hat. Wir tun das als Team, nicht wahr? Lena, ich muss Katrax sagen, das reicht schon, Kek. Link, wenn du Ruinen sehen möchtest, hättest du auf Rolos die Weiße Stadt und zwei Tempel zusammen mit der Himmelsteppe im Schrafen. Ich will halt wirklich gerne mal Ruinen sehen. Das finde ich halt ziemlich spannend. Ich habe eine Präsenz, die uns anstarrt für eine Weile lang gespürt. Werden wir verfolgt? Oh, warte mal. Heißt das, die Mädchen wollen doch mit uns flirten? Und Yusuke kommt einfach ab. Och, Yusuke. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass sie hier sind. Ich könnte Steven meinen... Das muss jetzt ich nicht spüren. Wie? Diesen... Diesen lieblichen Jungs da scheinen so, als würden sie nur darum betteln, von mir ange... äh, angeflirtet zu werden. Oh nein. Hi, everyone. Es sind die beiden aus Persona 3 und die beiden von Shinjuku. Ihr seid doch die Leute aus Shinjuku. Und dann diese... Und dann sind Basos. Also die vom rechten ist nicht so schlimm, aber die vom linken so... Oh. Könnte die von Kamoshida sein. Ja. Was? Was tut ihr hier? Oh, mei. Ich kann es nicht glauben, dass wir hier an diesem unglaublichen Ort wieder vereint werden. Riecht wie Schicksal für mich. No. Hu, wei. Wir sind die Fashionpolizei. Wenn ihr unsere Fragen nicht beantworten, werden wir euch wegnehmen. Hey. Also wer von euch beiden ist männlich? Männlicher. Nee. Nee, welche von uns beiden deckt ihr es männlicher? Äh. Das ist sehr gruselig. Ja, die beiden sind gruselig. Das waren sie aber auch schon in Shinjuku. Nun, die linke habe ich in Julia in Sims angezogen. Wenn der so das erfährt, wäre ich tot. Ja. 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 Wenn der so das erfährt, wärst du wirklich tot. Ja. Na, na. Die Jungfräulichkeit, der weint in Gefahr. Again. Das ist sehr gruselig. Das ist sehr gruselig. Ja. Klinge ist es. Äh. Äh. Und ihr seid unseren Aufgaben in den Weg gekommen. Ja. Die sind... Juh... Also... Guck dir mal Jokers haltet. Er so... Kampfstille. So... Weh! Verschwemm! Also es würde kurzer Vorteil zu kämpfen. Sieht da so ein bisschen aus. Achten wir mal auf die tollen NPCs mit ihren tollen Badeklamotten. Und wie sie darauf geachtet haben, dass die NPCs auch verschiedene Badeklamotten tragen. Finde ich ziemlich cool. Und ich meine jetzt nicht die beiden vor uns. Im Hintergrund, meinst du? Ja, ich meine jetzt nur im Hintergrund. Schaut mal. Mhm. Ich finde die echt cool, die Badeklamotten. Und nicht die von den beiden vor uns. Ja. Oh nein. Meine Fashionista-Fähigkeiten wären perfekt hinter das. Hände hinter dem Rücken. Und überm Kopf. Ah! Mensch, Tyler. Bei solchen perversen Dingen würde ich aber auch wegrennen. Ja. Die Suspecte fliegen. Fangt sie ein. Können wir bitte die Polizei rücken? Die meint sie creepy. Die Eye open up. Ich denke mal, wir haben sie abgeschüttelt. Übrigens, wo ist Yusuke? Oh, warte mal. Kommt jetzt nicht die Stelle? Jaaaa! Ja, genau die Stelle. Ah, ihr beide seid hier. Ich hab euch schon gesucht. Woher hast du die beiden Lobster? Woher hast du das Geld dafür? Ähm, was tust du mit diesen beiden Lobstern? Was ist denn die Besitzung von Lobster? Ähm, Krebse? Das sind keine Krebse. Hummer. Oder? Hummer. Stimmt, die sind Hummer. Wobei, bräuchten sie für Hummer nicht irgendwie größere Fangarme? Ich weiß es nicht genau. Die Anatomie von diesen Hummern sind. Aber es passt. Riech ist egal. Stimmt. Wuskes. Sprecher. Ja, ich lache. Merchimersa. Merchimersa. Ich weiß. Es ist Ryoma. Ryoma. Ryoma Lobsterlord. Ich weiß. Es passt sogar. Weil irgendwie viele ja meint, dass Ryoma aussieht wie Lobster. Was ich nicht so richtig verstehen kann. Lobsterlord, ja. Das sind auch die selbten Leute, die sagen, dass Corrin sich anhört wie Korn. Lobsterlord. You'll never see it coming. Yes. Nun, weil ihr. Während ihr beschäftigt wart mit diesem. Mit eurer Erkundigung. Habe ich diese wunderschönen. Spezialitäten. Günstig gefunden. Wie, woher hast du das Geld? Selbst wenn die im Angebot wären, hättest du sie nicht kaufen können. Und so habe ich entschieden, mein letztes Geld dafür aufzugeben. Und warum leben die vor allem noch? Die Armen. Ey, das ist nicht schwierig. Lebendig sind sie doch eigentlich grau. Also haben nicht die rote Farbe. Die werden ja auch erst Brot, wenn die gekocht werden, oder? Kommt auf die Art an. So, okay. Ich glaube, die sind eher grau, wenn sie zu lange austrocknen. Na gut. Na, du bist echt hoffnungslos, wenn es ums Geld geht. Warte mal. Du hast uns beobachtet? Warum hast du nicht geholfen? Tut mir leid. Aber ich war abgelenkt. In dem Moment. Äh. Was? Als ich diese unbekannten Frauen gesehen habe, war ich ja nie lieb. War ich verliebt. Ja, im Diskurs. Was? Oh Gott. Wie du... Was? Mein Herz wurde... ...nicht so... ...geschüttelt... ...seinddem ich... ...angesehen habe. Ich bin sehr entschuldig. Ich bin sehr entschuldig. Ich bin sehr entschuldig. Ich bin sehr entschuldig. Komm schon. Liegt uns nicht an, Baby. Wie wäre es, wenn ihr zu einem netten Kreuzfahrt sch... ...Kreuzfahrt mit unserem Boot kommt? Inna ist getriggert. Geht weg von Makoto! Jaa... ...nain. Übrigens ignoriert manchmal den Nightbot, wenn er euch wegen sowas anmault. Es ist nicht wirklich spammend. Ich muss es nochmal hochschrauben. Es wird auch eine Party geben, jede Menge Berühmtheiten und Industriefakultäten und industrielle Menschen werden dort sein. Weißt du, woran mich das erinnert? Dieser random besoffene Typ, der plötzlich auf uns zukam, wo wir uns ein Foto haben wollten. Und dann wollte er, dass ich das für WhatsApp schippe. Nein, erstmal die Nummer blockieren. Dich hat ein Typ angeschrieben? Man. Dich angesprochen auf der Gamescom und der wollte, hatte halt mit mir und mit einer Freundin zusammen ein Foto gemacht, obwohl ich nur mit meiner Freundin ein Foto machen wollte. Achso, das war, wo ich nicht dabei war. Ich war echt verwirrt. Das war an dem Samstag, genau, obwohl du nicht dabei warst. Du warst ja kurz weg. Hä? Was war das? Hä, wann war das am Samstag bitte? Waren wir doch mit Niklas unterwegs oder nicht? Als wir unterwegs sind, dann sind wir ja Aisy begegnet. Ja. Und da kam plötzlich der random Typ. Ach, da! Oh Gott! Ja, da war ich kurz unterwegs. Ich dachte, was? Ja, warst du kurz weg. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Ich wollte da ja nur mit meiner Freundin ein Foto machen und dann kam der Typ. Ja. Und da erinnert mich grad diese Situation. Tut mir leid, dass wir euch warten lassen haben. Ha, also habt ihr jetzt ernst gemeint, als ihr seid, dass ihr mit Freunden seid? Ja, warum sollten sie lügen? Auch wenn ich sagen muss, ich mag die Badehose von dem linken Typ, die sieht schön aus. Ich klinge. Mirai, der wollte dich kennenlernen. Link am Strand. Alle anderen so, oh, wir schnappen uns heiße Typen und Mädchen. Link so, oh, die sind Badehose, sieht aber echt cool aus. Kurz. Und Nana, ich kann nicht aufhören, ob die Lobster zu starten. Die bewegt sich ja auch noch. Das haben wir von Anfang an gesagt. Finde ich jetzt nicht langweilig, Zeit mit diesen Kindern zu verbringen? Wie viel älter seid ihr, bitteschön? Äh. Das ist wesentlich interessant, uns mit euch beide zu beschäftigen. Wie war das? Und genau wegen solchen Leuten sollte man auch nicht alleine am Strand unterwegs sein. Mhm. Hey, lass uns diese Kinder einfach Spaß haben mit anderen Kindern. Jetzt sind die Kinder. Nur wir gehen dann. Ich muss halt echt sagen, die Badehosen sehen trotzdem cool aus. Wie komische Leute. Vielen Dank. Halt. Ich hab's zwar noch nicht gesagt, aber ja gut, wir haben ja die Badehosen schon oftmals im Mementos gesehen. Beziehungsweise in den Dungeons. Mhm. Das kennen wir ja zum größten Teil schon. Aber ich mag irgendwie auch zum Teil so was die Badehosen ausstrahlen. Ich meine, Arns zum Beispiel strahlt für mich einen eher dschungelhaftigen Strand aus. Sowas wie Karibik mäßig. Mhm. Das strahlt für mich Arns Badeanzug aus. Äh, Bikini aus. Mhm. Dagegen ist es tatsächlich so eher bei den anderen, dass es... Okay, Ryujis würde ich auch halt eher in die Karibik schicken. Oder halt auch Spanien. Äh, die anderen drei plus Futaba sind für mich dann eher doch überall zu tragen. Mhm. Finde ich... Ehrlich gesagt, das war nicht unbedingt so schade, weil ich mag die Badeanzüge trotzdem. Aber sie sind irgendwie... Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich jemand, der es mag, wenn etwas nicht zu schlicht ist, aber es ist mir zu schlicht. Dieser Makoto trägt ja weiß. Weiß ist ein bisschen unpraktisch als Farbe, weil... Es ist sehr grau. Aber ja. Gut. Ja. Aber grau finde ich auch nicht so schön, finde ich. Gerade bei so einem Schnitz. Ich würde echt sagen, es ist sowohl bei T-Shirts als auch bei solchen Badehosen halt so... Ich finde halt so, wenn es wirklich nur so eine einfache Farbe ist, ohne irgendwas anderes, ist es in meinen Augen einfach langweilig. Ich mag da etwas mehr Pepp drin. Sowas wie Ryuji hat halt irgendein Muster, irgendwas, was das Ganze halt noch ein bisschen aufbereitet. Und nicht nur so ganz einfach langweilig ist. Lena ein bisschen lull, weil bei Makoto... Kek! Ach ja. Diese Typen wollten einfach nicht aufhören, uns weiter anzubaggern. Wo ist Futaba eigentlich? Sie hatten echt Glück. Ne Frage. Äh, was meinst du? Naja, hätten sie euch länger angebaggert, hätte ich erwartet, dass Makoto ihm gleich eine reinschlägt. Stimmt. Ja, wir... Genau. Wenn die geschlecht gegangen wären, hätten wir sie wahrscheinlich ins Krankenhaus schicken müssen. Äh, vergiss das. Ist nichts. Übrigens, wo sind Futaba und Morgana? Hä? Hä? Äh... Wo... Sind das? Roma? Und einer an jeder Hand? Ähm, die Persona-Sticker hat sie von... Ich glaub, die sind von Svenja, oder? Von Eclair. Eclair für 2008, die Sub-Emotes. Fun Fact. Ich hab auch ein... Ich hab... Wo bist du? Da, ich hab auch ein. Persona 4. Und ich hab noch ein paar, äh, kostenlose, beziehungsweise wenn man halt Frank-a-Face-Set hat. Hm? Was ja ich unten drunter geschrieben hab, dass man sich holen kann, um ein paar Emotes zu haben. Ich hab ja ein paar Persona-Emotes da hinzugefügt. Hm? Mein Emote ist übrigens von... Ich muss es wieder mal aufschreiben. Ah, ich vergesse es jedes Mal aufs Neue! Irgendwann muss ich mich auch gerade erinnern. Mano, die Person hat es so toll gemacht. Und ich hab ihr auch noch Trinkgeld dafür gegeben. Ich find's übrigens immer auch toll, wie sich einfach Futaba und Josuke ankecken. Mhm. Jetzt hab ich mich auch gefragt. Oh, willst du mit Shashi machen? Oh, der sieht ganz rasch. Jetzt gibt's übrigens auch ein Tensiator-Gift, was ich auch abgespeichert habe. Das da. What? Ups. Rieee. Das ist vielleicht doch, wie sich ankecken mir. Wird doch passen. Jusuke ist doch der größte Part. Und Kutu aber die kleinste. Weißt du? So fühl ich mich, wenn... Bei dir mal nicht mal. Ich lebe nicht, die. Genug von dieser... Postulation. Die sind wahrlich für... Visuelles anschauen. Dann lass sie doch frei. Die sind lebendig, Jusuke. Wenn du sie so dazu anschauen würdest, dann könntest du sie auch in Wasser stecken und zu Hause haben. Aber einfach lebendig da irgendwann mal zu... Bis sie tot sind in der Hand zu halten, ist schon grausam. Mhm. Wir haben ne Menge Zeug heute gemacht. Alles in allem schätze ich mal, dass es echt wert war, zum Strand zu gehen. Und wenn alle hier sind, wer passt gerade auf euer Zeug auf? Frage, nächste Frage. Jetzt so euer ganzes Zeug ist weg. Möp, möp, möp. Wir sollten wahrscheinlich nach Hause gehen. Wo kommt der Wasserball auf einmal her? Irgendwas vergessen. Das Surfboot wahrscheinlich auch, oder? Das auch. Ja, von der Körperflöße sind die wahrscheinlich... Link und ich bin halt 30 cm kleiner. Triebriare. Würde ungefähr passen, weil allein schon Joker ist 20 cm größer als Futaba. Mhm. Ich stimme zu. Lass uns zusammenpacken. Äh, Futaba... Ging es... Es ruht in der Menge. Es scheint, als hätte sie... Äh, ihre letzte Übung überwunden. Hey Futaba! Wir gehen nach Hause! Stopp standing around und helf uns! Hey Futaba, wir gehen nach Hause! Hör auf da rum zu stehen und hilf uns! 95 bist du doch groß, oder? Ja, ich bin 1,95. Weißt du... Zu der Zeit... Zu der Zeit... Dachte ich... Das war mein... Die ganze Zeit dachte ich, das wäre mein Fehler gewesen, als meine Mutter gestorben ist. Aha. Aha. Es ist, weil jeder gesagt, dass ich sie getötet habe. Jeder schaute mich so an und dachte, ich wäre ein Mörder. Ich bin 40 cm größer als du? Uff. Mhm. Aber Lena, ich stand doch schon mal direkt neben dir. Aber Lena, ich stand doch schon mal direkt neben dir. So klein wirktest du gar nicht. Du hast Lena im Kopf gehabt. Das ist, warum ich mich selbst in und verwechselte meine Augen. Was? Dass sie Lena mit irgendwie verwechselst. Lena war ja... Wie gesagt... Die im Costume, also mit ihrem O.C. Also weiße Perücke, weiße Bluse und... Ja, ich weiß, wer Lena war. Ja, ich hab sie auf der Dokomi gesehen, als sie an mir vorbeigelaufen ist. Und ich wusste, wie ich jetzt sagen wollte. Und ich einfach rufen wollte. Hey, Duda von Pikami Tensei! Pssst! Sie ist jetzt hier bei mir an der Schlange ganz am Anfang bei der Öffnung vorbeigelaufen. Und ich so... Wie rufe ich jetzt am besten? Ach, lass es einfach. Ich hab... Ich hab diese Welt gehasst. Deswegen hab ich mich vers... äh... eingeschloss und meine... Ohren zu... Du hättest reagiert? Okay, dann hätt ich sie ja erst mal rufen sollen. Ich glaub, nächstes Mal kannst du sie Lena nehmen. Ich wünschte... Meine Mutter würde wieder am Leben sein. Manchmal wach ich auf und denke, es war alles ein Traum, aber... Blöd. Ich hab mich wieder eingeschlafen. Wird... Wird... Meine Mutter geliebt. Deswegen möchte ich genauso werden wie sie. Wie sie hart gearbeitet bis in Nacht. Wie sie es geschafft hat, früh aufzubauen und... mir jeden Tag eine Lunchbox zu machen. Und... Wie sie ihr Bestes gab und die Forschung voranzutreiben. Wie sie mich angemerkt hat, weil ich auf ihre Notizen geschaut habe. Also... Kognitive Psychologie, nicht wahr? Wer kann... durch die verlangen? Und wenn es gestört wird... beginnt eine Person... ein sehr problematisches Verhalten in der Realität zu verhalten. Äh... diese Kognitive... äh... den Kern entfährst. Und... die... Problematik... Überraschende Aktionen werden aufhören. Nicht... die Palaces? Das ist das Metaverse! Sie wusste darüber? Das war kein Sinn. Aber jetzt verstehe ich nachdem... was alles mit mir passiert ist. Und also... ich war gefangen in einem kognitiven Labyrinth. Ich... konnte nicht rausgehen. Was ich allein schaffen konnte. Deswegen hast du uns gebeten, dein Herz zu stehlen? Das ist ein riesiger... gesprung... in so vielen... auf so viele Ordnungsweisen. Erst... dachte ich nicht, dass diese... Gerüchte über die Ferne... wie es wahr wären. Das ist ein Steg. Übrigens... äh... Apropos Dokomi... Ich glaube... jeder der am ersten Tag der Dokomi... bei der Eröffnungsschlange drin war... kennt wahrscheinlich diesen Spruch auswendig. Mit... Ticket weiter! Ohne Ticket hier! Oh Gott... Ah... Aaaa... Man stand so lange der Steg�, und hat's immer wieder gehört... ... und irgendwann haben's alle gerufen... Ah, okay. Sag doch nie, ob du so grummig bist, aber ich versuch nächstes Jahr, dass du hier hinzugehen. Leda auch genau so. Ah ja, genau. Mit Ticket weiter, ohne Ticket hier. Oh, Smyra, es lohnt sich. Ja, ich bin gut. Ja, ich versuch, Sa'ul auch zu kriegen. Ja. Und dann hab ich euch aus Versehen belauscht und dann wusste ich, dass ihr in der Nähe von mir seid. Gelauscht? Ah, die Wanze. Warum hast du Leblon überhaupt gelauscht? Ja, genau in Düsseldorf. Oh, auf Sotiraden. Mann, der Typ arbeitet wirklich. Ich will schon über ein schreckliches Hobby reden. Ich hab darüber geredet, über Herzensstehe und als ich es gehört habe, war ich so glücklich, dass ich auf und ab gesprungen bin. Vielleicht können die Phantoms nicht mein Herz heilen. Du könntest uns einfach aus dem Anfang sagen, aber warum fiel die Lobster hier hin? Mit der Frage. In Yuskes Hose. Äh. Ähm. Und der zweite Tag, wo ich einfach Neso aufgegabelt habe und sie, er hielt den ganzen Tag an und nicht, dass sie mich gestört hätte. Neso war die ganze Zeit bei dir? Und dann haben wir uns nicht mehr auch noch im japanischen Garten suchen. Hättest du das früher gesagt, wäre das so viel einfacher gewesen. Wow. Passiert. Ach ja. Du hättest es mir von Anfang an sagen können. Warte mal, ich... Du warst da auch dabei? Und ihr habt mich gesunken. Ich habe mich nie so getrieben, deswegen. Äh. So Kumi-Katastrophe. Wow. Ähm. Ich dachte, ihr könntet müde auf mich sein, wenn ich plötzlich gefragt hätte, na angesehen habe, ihr könntet schlechte Leute sein können. Deswegen habe ich euch, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich euch vorsichtig kontaktiert. Eine, ich habe, ich habe, äh, oft reagiert, ich habe oft geschaut, wie ihr reagieren würdet. Ah, du hast uns um deinen kleinen Weg her umgewickelt. Ah. Gut, aber, äh, jemanden außer dem Boss geredet eine lange Zeit lang, richtig? Ich weiß, wo die Lobsters sind. Ah. Im grünen Wasserball, der da gerade ist. Well. Und daraus will ich ein Use-Kunstwerk machen. Menge Mut. Du brauchst eine Menge Mut, wenn du die Phantom-Face kontaktieren möchtest. Es gab zwei Reasons für das. Äh, es gab zwei Gründe dafür. Magids, Magids, ja, die Phantom-Face waren so, ähm, bemitleidswert. Es hat mich frustriert. Irgendwann, wenn sie auch sich aufgelöst hätten. Die Anna war, äh, was ich gehört habe, als ich euch im Mühle-Blau-Bellansch hatte. Sojiro wurde mit Lügen beschuldigt, wie er, dass er mich mitzahndeln würde. Äh, er wurde bedroht, alles über meine Mutter rauszuspucken. Wenn wir schon darüber reden, dass wir Shit-Up machen. Und Lena schreibt, Und der Dukumi war bei mir auch, der Anfang mit Bungo Stray Dogs, dank Nesu. Ja, die, ja, diesen Heim hab ich bei dir mitbekommen. Shuja. Ich hab an der Dukumi leider auch ein paar Erschreckliche Erinnerungen an den zweiten Tag. Der erste Tag war gut, aber der zweite war katastrophal. Es macht mich traurig und hat mich verletzt. Ich dachte, ich muss Sojiro retten, deswegen muss ich da was tun. Deswegen hast du... Ich dachte nicht, dass ihr Leute sowas für mich riskieren würdet. Ich dachte nicht, ihr würdet euch auch so sehr um mich sorgen. Tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe, würde ich euch damit nicht trauen. So, und jetzt? Ja, das kann ich sagen. Ihr seid keine schlechten Leute. Deswegen hab ich eine Frage. Reden. Du musst nicht beitreten, du bist schon ein Teil von uns. Hey! Nein. Ähm, die Herzen der Leute ist nicht mit dir. Ich möchte herausfinden, was mit meiner Mutter passiert ist. Der Grund, warum sie getötet worden ist. Getötet? Getötet? Es wurde... Es war in ihren Notizen geschrieben. Sollte das Prostpektive Selbst in ihrer Welt sterben, wird das... Ich in der realen Welt auch das Bewusstsein verlieren? Ist das über mentale Shutdowns? Dann... ...heißt das, dass es die Kriminelle, den Kaneshiro erwähnt hat? Ja. Könnte das mal sein. Ich mag... Ich... Ähm... Diesen... 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 Aber vielleicht... Das Schatten deiner Mutter... Ich bin mir nicht sicher. Ich war kurz davor, bevor meine Mutter gestorben ist. Äh... Schien es nicht gut zu gehen. Auf welche Ab und Weise? Gell wie... Auch wie ich mit ihr geredet habe. Sie hat mir nicht geantwortet. Äh... Sie ist nicht auch vor... Das Auto geschworen. Es war mehr als würde sie... ...kollabiert und ist da reingefallen. Da dachte ich... Äh... Was ist in ihren... Deswegen habe ich das, was ihre Notizen geschrieben war, für wahrgehalten und habe da reingeschaut. Ich habe gelesen... Und... Und hat... Online veröffentlicht worden ist. Ich habe in die Netzwerke von verschiedenen Forschungslabors mich reingehackt, um ihre kassifizierten Dateien zu sehen. Deswegen bist du gut im Hacking. Was für ein Gehirn hast du? Aber... Ich habe für nichts rausgeworden. Die Forschung meiner Mutter war nirgends zu finden. Die Forschung wird so behandelt, als hätte sie niemals existiert. Diese Männer in den schwarzen Anzügen, die die falsche... ...Isen haben. Ich werde sie niemals vergeben. Ich werde euch Leuten bleiben. Ich denke, ich kann mehr herausfinden über diese Welt. Ich könnte doch mal, dass mich zu diesen Männern in schwarz hinleiten. Ich würde auch sagen, Männer in black. Ostdeck. Tiefkornen. Wait. Das ist ein sehr persönlicher Grund, warum ich euch beitragen möchte. Ist das in Ordnung oder bin ich einfach nur, äh, eine Last für euch? Jedenfalls bist du zuverlässig, nicht wahr, Mona? Warum schaust du mich an? Willst du aber sagen, dass ich adäquat bin? Nun, sie war natürlich eher als du. Hey, das ist unverzeihlich! Das ist, was unsere Phantom-Thibs sind. Sind wir jetzt bei Conan oder werden wir geblitzt-ingst? Wir werden geblitzt-ingst und danach bekommen wir die Pille auch von Conan. Ja. Und dann wären wir zum 6-Jährigen. Das wäre ja auch mal interessanter gewesen, von wegen, wenn Conan sich an die Ereignisse nicht erinnern würde. Hm. Das heißt, von wegen, wenn er wüsste, er ist jetzt im Prinzip, äh, er war mal Shinichi Kudor, aber weiß nicht genau, warum er jetzt Conan ist. Hm. Das wäre auch interessant gewesen. Ja, so sind unsere Phantom-Thibs. Aber ich denke, wir hätten gut mit anderen klarkommen, Futaba. Okay. Hey, lass die beiden. Warum... Warum lässt du es die zweite Weltvertretung und Futabas Codename uns entscheiden? Sieh's dies. Wie sieh's? Und sagen. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen. Und ich bin Fox. Ena, aber ich hab die Pille abgesetzt. Doch nicht die Pille. Das war eine Kapsel, die Shinichi geschluckt hat. Da war mir das Kapsel. In Futabas Fall. Hacker. Zensur. Hacker würde passen, oder? Mech? Ahn. Futaba ist kein Roboter. In Mechka. Das wird's im Toaster. Genau, Futaba ist kein Mechka. PC? PC? Oh Gott, Yusuke. Ich steh mal vor, sie würde wirklich PC heißen. So, komm. Nein. Warum nehmen wir das Ganze nicht wortwörtlich? Ich würde nennen sie Goggles. Super lame. Du hast keinen Geschmack, Kitty. In your face. Geschieht dir recht. In your face. Hast du irgendwelche anderen Ideen für Futaba's Codename? Ehrlich gesagt, ich find immer noch... Pharao Internet. Ja genau. Pharao... Ich find immer noch Pharao passt eigentlich zu ihr irgendwie oder nicht? Er hätte gepasst. Ja gut, zu ihrer Shadowform hätte das gepasst, aber zu ihr... Ja, zu ihrer Shadowform passt das, aber zu ihr jetzt hinkt nicht mehr so wirklich. Aber Pharao. Ich find die Antwort toll. Ich erklure dich. Ich liebe diese Antwort, deswegen bin ich eigentlich immer hier Pharao. Was wolltest du sein, Futaba? Äh, was wolltest du sein, Futaba? Hm. Hm. Oracle. Oracle, mit meiner Vision würde ich euch zum Sieg leiten. Oracle ist... Oder im Japanischen einfach Navi. Hey, listen! Sie heißt halt im Japanischen wirklich Navi, zum Englischen umgeändert. Hm. Gut. Dann wird Futaba Oracle sein. Mann, ich hätte niemals gedacht, dass ich... Äh, dass die unberüchtigten Fantries so nah bei mir sind. Selbe ist gilt für dich. Zu denken, dass du die Tochter von einem Metaverse-Erforscher bist. Zu denken, dass du die Tochter von einem Metaverse-Erforscher bist. Reden wir mal über ein mysteriöses Schicksal. Sollten wir dann gehen? Ja, lass uns nach Hause gehen. Hi. Ja, der Vorwärm mit Metaverse-Erforscher schien besser abgelaufen sollte als vorher gesehen. Das sollte die Unterstützung der Fantasies noch mehr in die Höhe treiben. Ich stimme zu, dass sehr effektive Möglichkeiten die Fantasies zu benutzen. Nun wäre die beste Zeit, um unnötigen Müll loszuwerden. Egal ob sie mit uns verbunden sind oder nicht. Hi. Hey, du bist zurück. Wie war's mit Futaba? Ich hab gehört, ihr habt ihr Gesellschaft in den letzten Tagen... Ihr habt ihr Gesellschaft geleistet. Ich schütze das. Ein Krimineller, der das Kötter-Wespen nutzt, um seine Verbrechen auszuführen. Wie wir nicht mehr ignorieren können. Besonders, weil sie wahrscheinlich diejenigen sind, die Futaba's Motor getötet haben und ich kann das Fenster nicht aufmachen. Ich rieche die ganze Zeit nur Wurst. Oh, Mama. Es riecht halt nach ekliger Wurst. So wie verfaulte Wurst. Ah. Um ehrlich zu sein, hab ich die Idee, äh, berücksichtigt, dass sie vielleicht hinter diesen berüchtigten, psychologischen Zusammenbrücken stecken. Aber es scheint so, als würde die Person auch Menschen töten. Enttäuschlich gesehen. Äh, machen sie doch, sorgen sie doch, wenn sie die Leute im Endeffekt Schatz auskriegen, warum sie sterben. Das passiert, wenn du einen Shadow tötest, nicht wahr? Hm. Wir sind besorgt über diesen... Hoppla. ...typen mit... Nein, äh. Sie waren damals schon bei Kamushito und Madakame, deswegen so. Genau, wir waren deswegen in Kamushito und Madakame sorgt. ...krotischen Zusammenbrüche, mentale Shutdowns. Ähm, es würde Sinn ergeben, wenn, dass die der Person im Hintergrund... ...dö? Hoppla. Ritensiert? Ja. Achso. Äh, die Neuigkeiten reden nicht über... ...die... ...opfer sterben, aber... ...die... ...Breakdowns. Also ist dieser Shit wirklich ein Fall? Wenn das for real ist... ...ist ja auch immer das Tool ein ziemlicher Assassine. Klingel? Ich werde... ...die Crap aus ihnen heraus schlagen. Ich schätze mal, wir sollten vorsichtiger sein, deswegen. Wir wissen immer noch nicht... ...immer noch nicht wirklich viel, was Madanus nach. Doch. Das war... ...ich habe Assassine gehört. Ich habe Klingel gesagt. Ah. Das ist wahr. Ich frage mich, warum das existiert. Es gab einen Mann in meinen Träumen. Einen Traum? Schläfst du immer noch halb? Ob dieser Kriminelle auch diese App benutzt? Äh, scheint es wäre... ...es wäre es dein Gebiet, das Hauswirten. ...weißt du irgendwas darüber? Ich habe davon gehört. Ich meine... ...ist es nicht wirklich eine App? Eine mysteriöse... ...eine mysteriöse App-ähnliches Ding. Verstehe. Es ist okay. Zuerst haben wir nicht... ...wissen wir nicht viel, was nach... ...aber wir können... ...euch immer noch... ...ich kann euch immer noch zum Sieg navigieren. Ihr Leute, seid auf dem Pfad zum Sieg. Auf dem Pfad zum Sieg kann ich euch leiten. Ich werde euch... ...hinführen, egal... ...egal, welchen Kriminellen ihr Ausschau hält. ...mich... ...mörte Kazam! Ihr könnt euch auch nicht verlassen! Verdammt, Dude! Du bist viel zufällig so als Mona! Verdammt, Ryuji! Du findest immer die schlimmste Möglichkeit, Dinge zu sagen! Wollen wir kurz fünf Minuten Pause machen? Ja, wir machen Pause. Dim, 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 dim... Ich muss nur kurz meine Tastatur holen. So! Ähm... ...wir machen jetzt Pause. Ich... So! Ist die Rei schon da? Ah, ich bin schon da. Bin grad gekommen. Ja, die Alerts funktionieren, warum auch immer nicht so ganz, wie sie sollten. Mhm. Aber ja, ich hab jetzt einfach mal gedacht, ich verschick mal ein Abo. Warum auch nicht? Ja. Mir fehlt übrigens immer noch ein Abo-Punkt für das neue Mode. Ich weiß zwar nicht warum, aber mir fehlt immer gefühlt eins. Immer eins. Äh! Und ich chatten, Mist. Hä? Wir sind schon Stop-All. Ich chatte gerade. Ja! Ich fühl schon. Und bei Sojiro... Äh... Äh, ja. Und... Ich will die Hunde festmachen. Oh! Hallo, Sojiro. Oh! Oh! Das ist Zeit, oder? Hilf mir im Kaffee aus. Okay. Ich komm an Sojiro ran, wegen Phoenix. Okay. Tut mir leid und danke. Oh, die rührende Kunden sollten jede Minute kommen. Dein Text. Äh, wirst du nicht einsam, Sochan? Du bist so ein Fächer für so lange Zeit. Hast du die Hochzeit aufgegeben? Alles, was ich finde, ist eine Beziehung mit scharfen Stimulationen. Gefolgt von eines sanften, beruhigenden Komfort. Und ich kann beides von Curry und Kaffee bekommen. Das ist genug für mich. Echt immer mal... So, meine Fragen auf... Er ist so clever. Oh, boy. Ach, nee. Oh, boy. Und deine Gedanken über Sochans Lebensart. Wie geht denn das Seine? Das ist ungefähr zu zeigen, dass es sich nicht interessiert. Jedenfalls. Das Einzige, was mich kümmert im Leben ist, meine Kunden zufrieden zu machen. Nichts macht mich glücklicher, als zu sehen, wie Leute sich entspannen können hier drin. Also, kommen wir in das heute wieder, okay? Hey. Sie schienen heute ziemlich aggressiv zu sein, oder? Ich wäre wohl schlecht gewesen, wenn ich mich noch weiter nach hinten gedrückt hätte. Aber ich schätze mal, Essens-Service kann sich auf das Recht, Distanz von Leuten zu halten und verlassen. Nicht zu weit weg und nicht zu nah. Willkommen... Oh, nein. Oh. Du weißt echt, ich war nur aufgeben bereits, oder? Nun, ich habe etwas sehr Interessantes erfahren. Futaba hat sowohl die Schule, äh, sowohl nicht in der Schule, als auch in der Gesellschaft, diese ganze Zeit, hm? Das ist keine gute Eltern... Das ist nicht ein gutes Verhalten für Eltern. Eine gute Erziehung. Eine gute Erziehung. Wenn es so weitergeht, muss ich doch selbst dafür sorgen, dass ich die 15 Abo-Punkte voll habe. So, Abo verteilt, Abo verteilt, ich kriege es so oder so die Hälfte selbst. Wieder also. Das ist so oder so das Ironischste. Wenn ich ein Abo für 5 Euro verteile, dann kriege ich die 250 oder so wieder selbst rein, weil es ja mein Geld ist. Well, also gibst du in Erziehung nur 250 aus für einen Sub. Richtig. Also wenn ich Subs verschenke, dann zahle ich ja selbst nur die Hälfte dafür. Das ist ja immer das Sellout. Macht Kaks glücklich und schenkt irgendeine Rande, was sonst hat. Icke? Was? Wäre Icke? Ecke? So, je? Nee. So wie Han Taro halt Ecke macht. Ecke, ja, genau. Sie kommt nach so, äh? Und was hast du damit zu tun? Ich überlege halt wirklich, ist es eine Blush-Emote zu machen, weil Blush-Emote haben wir noch gar nicht und es passt einfach. Das wäre dann so im Prinzip, warte mal. Äh, ich glaube... Oh. Gab's nicht Jan Blush? Jan Blush ist doch ein, ähm, Drastella. Drastella, ja genau, Jan Blush gibt's. Dann haben wir auch für mich dann ein Blush-Emote. Das wäre dann im Prinzip, wie gut ist, kann ich Jun Blush heißen, weil ich kann die Emotes ja nicht nach mir, äh, nicht umbenennen. Ich kann die Emotes nur mit meinem Vornamen. Das heißt, wäre im Prinzip Blinkark Blush. Mhm. Wie kriegt das denn, dass es dann Jan Blush heißt, frage ich mich gerade. Äh, keine Ahnung. Vielleicht kann man das doch umbenennen, aber ich muss mal gucken. Mhm. Du weißt genau, was ich, äh, was ich getan habe und du das an der Zeit zu bezahlen. Sei nicht lächerlich. Futaba hat ein terribles Leben gehabt, ein schreckliches Leben mit dir gehabt. Machst du zu, das, hab ich dir ein Großteil des Geldes schon gegeben. Ist das immer noch nicht genügend? Wir können das immer noch vor Gericht abklären. Ich frag mich, wer gewinnen würde zwischen einem Blutverwandten und allem und nur einem, äh, legalen Fonds. Und der legale Fonds. Und vielleicht, du, äh, oh, und nicht verwenden, das Kind, das du hier hast. Ich hab gehört, ich hab alles über ihn gehört und seinen kriminellen, kriminellen Eintrag. Das lässt uns zurück mit einem, mit einem Elternteil, was, äh, der sie nicht zur Schule gehen lässt und einem unangenehmen Hausgenossen auf Bewährung. Scheint das nicht die beste, äh, scheint nicht wirklich die beste Umgebung von Futaba zu sein, nicht wahr? Halt die Klappe. Hast du ein Problem, Punk? I'll sue! Damn it! Damn it, I'll sue! Ich klage dich an für Bedrohung und Einschüchterung. Hey, halt deine Nase da raus. Geh einfach nach oben. Oder, halt einfach, halt dich da raus. Geh einfach nach oben, okay? So, oh, warte mal, dein Herz. Oh, I'm hungry, I'm hungry! Ich, ich, ich muss in den Wald gehen. Ich, ich, ich muss in den Wald gehen. Sie ist, sie ist nur so, weil sie dich gesehen hat. Pfff, lass mich nicht, bring mich nicht dazu, mich zu wiederholen. Du kannst mich im Gericht nicht schlagen, also gib mir am besten das Geld. Nö. Nun, ich hoffe, dass du die richtige Wald wirst. Tschüss! Ich hasse den Typen jetzt schon. Mhm. Gut, aber du solltest wohl nach Hause gehen für heute. Ich nehme dich mit. Ojiro! Futabas Onkel. All dieses Drama muss sie wohl ermündet haben. Sie ist sofort eingeschlafen, nachdem wir zu Hause angekommen sind. Dieser Mann ist Futabas Onkel. Ja, das heißt ja schon mal viel. Danke dafür. Mütterlicher oder väterlicherseits? Mütterlicherseits, weil ihren Vater kennt man ja gar nicht. Es könnte ja auch väterlicherseits sein. Na. Nachdem Broker gestorben ist, wurde Futabas, äh, von einem Verwandten zur nächsten geschoben. Sein Ort war der letzte. Er hat sie wie Müll behandelt. Er hat sie niemals gefüttert. Und, äh, sie ist dazu gezwungen, auf dem Boden zu schlafen wie ein Tier. Ja. Tolle Eltern. Er hat sie nicht mal baden lassen. Ja, tolle Eltern. Sobald ich das gelernt habe, wusste ich, dass ich eintreten muss. Äh. Ich konnte diese Art von schrecklicher Behandlung nicht akzeptieren. Also habe ich mich entschieden, Futabas unter meine Fettiche zu nehmen. Guten Hunger, Liara. Guten Hunger, Liara. Selbst dann hat er, äh, darüber geheult, wie viel Geld er ausgeben muss. Ich habe ein bisschen Geld ihm gegeben. Habe gedacht, das wäre, würde das Ganze im Prinzip beenden. Aber jetzt ist er zurück für mehr. Gibt solchen Leuten niemals Geld, sonst kommen sie nach mir jetzt für mehr. Ich weiß noch nicht, wie er es gekriegt hat, mich zu finden. Vielleicht ihn zu bezahlen war ein Fehler. Futabas zu retten war absolut kein Fehler. Danke. Ich hätte niemals gedacht, dass du derjenige bist, der mich ermuntert. Egal, wie jedoch, es ist meine Schuld, dass Futabas nicht ihr Zimmer verlassen hat. Ich wusste einfach nicht, wie ich ihr helfen sollte. Ich habe Curry gemacht und es bei ihrer Tür dagelassen und bin gegangen. Wenn du es nicht gewesen wärst, würde ich wahrscheinlich immer noch warten, dass sie hier rauskommt. Also, wenn du mich fragst, ob ich es verdient habe, Futabas Vormod zu sein, die Antwort wäre nein. Sie sagen, blut ist dicker als Wasser, nicht wahr? Ich frage mich, was das beste für Futabas wäre. Sorry. Schau at me. Schau at me. Schau mich an. Schüttel ich mein Herz aus zu einem Punk wie dir. Schüttel ich mein Herz aus einem Punk wie dir. Dennoch, es fühlt sich komisch an. Aus irgendwelchen Gründen... Fühle ich mich einfach... Was? Fühle ich mich einfach, danach dir das zu sagen. Es ist fast so, als würdest du... ...in mein Herz sehen. Ich schätze mal, es ist wirklich was Besonderes an dir. Mein Bündnis mit SoTuo steigt. SoTuo, vertraut uns! Jetzt können wir Coffee machen! Ein Coffee! Also, konnten wir schon davor, aber jetzt können wir doch mal Coffee machen. Es ist schon zu spät. Jetzt wird er nach Hause. Ich mach mir immer noch Sorgen wegen Futabas. Bleib nicht zu lange wach, okay? Oh, und danke. Ich kann, äh, eine Entschlussheit zwischen Aktionen führen. Ich will meine Kindness, Rose. Ja, jetzt können wir hier mal Kindness. Alright. Was war das denn? Dieses schwarze Ding war... ...ich? Das kann nicht wahr sein. Ich bin ein Mensch. Ich sollte ein Mensch sein. Ich sollte ein... Wenn wir die Störung in den Tiefen von Mementos loswerden, bin ich mir sicher, dass alles in Ordnung sein wird. Niklas? Ich hab Ihnen ein Sub geschenkt. Oh, wow. Das ist nicht klar. Nein. Überraschend. Habt ihr das genug, Coffee und so? Nein, 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 nein. Aber ja. Ich gucke jetzt. Hat Futabas Vater nicht den polnischen Abgang gemacht? Guck mal. Jetzt wird 10 von 25 Abopunkten. 15 von 25 Abopunkten. Hm. Ich kann nur ein Sub verschenken, tut mir leid. Jetzt wird er nochmal 25... noch mal 15 Subs verschenken. Du kriegst einen Sub, du kriegst einen Sub, ihr alle bekommt einen Sub. Jetzt muss ich noch Schuri und Alex noch einen Sub schenken und random Alessandra und Mardin. So random Alessandra und ich so, warum habe ich neue Emotes? Ähm, surprise? Ist nügt das überhaupt da? Konnte heute nicht. Hat er ganz am Anfang des Teams geschrieben. Eine Überraschung erleben. Sorry, habe ich dich aufgeweckt? Was ist falsch? Äh, ist was falsch? Mein Sonnenbrand hat wehgetan. Und deswegen bin ich aufgewacht. Ich wäre aber auch irgendwie der Erste, wenn ich so aufwacht würde, so, ja, ist was? Ist was falsch? Was ist los? Ich glaube, ich wäre nicht derjenige, der dann sagen würde, ich will schlafen. Ähm. Oh Gott, jetzt muss ich wieder eine Ghost-Story-Sub denken. Nein! Was? Kennst du Ghost-Story, die englische Sub? Äh, die englischen Dubs? Äh, nein. Es gibt eine Szene, wo so ein Mädchen den Hasenbüree lebt hat oder so, hat sie gesagt so, we can't be together. It's not because you're a rabbit, but because you're black. Äh. Das ist ein Racist. Ja. Ghost-Story is in a nutshell. Ghost-Story is so random. Daher haben wir übrigens auch dieses WIIII-Geräusch, weil es gibt literally eine Szene, wo ein Geist die Leute verfolgt und sie läuft die Treppen hoch und wenn sie hochlaufen, was so... WIIIIII- Das ist so trashig, der Ghost Story Stub, der Englische. Oh Gott. Ich hab all das Sonnenlicht absorbiert, weil ich schwarz bin. Verstehst du? Geht's dir gut? Oh, ähm, ich bin nicht sicher, was ich tun soll, wenn du mir eine ehrliche Antwort gibst. Bei der Weise, es ist nicht so, dass ich mich daran beschäftigt bin oder nichts. Please, he's not racist. Oh, wirklich? Es war wirklich zur Erklärung Ghost Stories in Japan nicht so gut und dann haben sie halt zu den Dabbern gesagt, von wegen so, macht damit, was ihr wollt. Und sie haben das ernst genommen und haben wirklich das gemacht, was sie wollten. Komplett den Kontext ausgerissen, oder? Ja, es gab einen Charakter, der auch darüber geredet hat, über Jesus und so. Echt? Dann gab es einen Charakter, der da und so, äh, 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 gemacht hat. Was würdest du tun, wenn ich ein komisches... Ding war, wenn ich ein komisches Ding war? Es würde mich nicht kümmern. Aber mich würde es kümmern. Wenn das, was ich vorher gesehen habe, war es, ist es okay für mich, bei den Phantom Thieves zu bleiben? Vor allem, das Tolle ist so, wie ich so Morgana, hey, ist doch alles gut. Ja, komm schon, ist doch alles so. Morgana, so, es bekümmert aber mich. Oh, genau, oder so. Hast du endlich akzeptiert, Jesus ist dein Lord und Savior? Ja, genau, dieses auch, dieses Zitat. Oh, mein Gott. Oder auch so, die letzte... Die lieben auch die vierte Wand zu durchbrechen, so. Letzte Folge, zwei Charaktere gegen die Wand rein, auf einmal so. Das ist die letzte Episode. Yep. Yep. Und keine Sequel inside. Nope. Wir werden sterben? Yep. Ja. Well. Und selbst wenn ich im Team bin, bin ich momentan nutzlos. Nein, Morgana, bist du nicht. Du bist derjenige, der uns immer heilt. Aber wirklich, Morgana, ist nicht nutzlos. Das wird nicht derjenige, der uns immer heilt. Ja, mach grad nix. Es ist nichts. Ich hatte Morgana ja eigentlich auch immer im Team. Dass ich Makoto jetzt mal im Team habe, ist eine riesige Ausnahme tatsächlich. Normalerweise habe ich Makoto ja nie im Team. Ich nehme sie jetzt mal zur Ausnahme mit. Nee. Vielleicht weil sie Lena auch ein bisschen freut, oder? Ja, dann liegst du mal ein bisschen durchwechseln. Dass wir vielleicht wieder Morgana Juske reinpacken. Mhm. Well, ich habe mich auch ziemlich an meinem Leben als ein Katt getrunken. Und um zu frank zu sein, die Arbeitsplatz ist auch nicht schlecht. Das ist halt auch das coole an Persona, finde ich. Du kannst die Charaktere halt teilweise wirklich ausswitchen. Mhm. Weil, sagen wir es eben so, du brauchst meistens eigentlich nur einen Heiler. Mhm. Jemanden, der viel Damage macht. Und das andere kannst du eigentlich fast frei wählen. Mhm. Und das Letzte, was du halt frei wählen kannst, ist bei uns Ahn, wo ich halt wirklich die Glas Magierin reingetan habe. Aber an sich kann man alternativ zum Beispiel auch noch als anderes Juske benutzen, wenn man halt unbedingt auf Doppelangriff geht, weil Juske und Ryuji halt die beiden physischen Charaktere sind. Mhm. Oder alternativ kann man halt auch auf Doppelheilung gehen, wenn man halt Morgana reinbaut, bei sehr drastischen Kämpfen. Mhm. Und das kannst du auch gewöhnen. Prima. Ja. Dieser Schuppenraum ist nicht so schlecht. Und Lena freut's. Mhm. Und dann wieder, ich kann nicht warten, um wieder ein Mensch zu werden, um hier auszuziehen, um wohin willst du dann hingehen. Das ist kein Geld. Vielleicht lebe ich ein lebendes Luxus in einer Street auf dem höchsten Stockwerk. Mit welchem Geld? Ja, Morgana. Wie ist noch? Morgana hat geheime Verdienste. Stimmt, aber doch nicht so viel. Das reicht um den Zugticket. Aber besser als irgendein komisches Ding zu sein. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht, eine Katze zu sein. Du und ich haben einen Deal geschlossen, nicht wahr? Das heißt, ich kann hierbleiben, oder? Hab ich mir gedacht. Vergesst nicht, was du gesagt hast, okay? Oh, Morgana mag uns. Und wir mögen Morgana, nicht wahr? Monatlich unser aller Liebling. Harrison Recovery. Oh, dein Lieblingsmaskottchen. Komm schon. Lass uns schlafen und schlafen. Schlafen. Guten Nacht. Es erinnert mich an den Streit zwischen den Maskottchen. Hm. In Persona 3. In Persona Q2 gab es halt diese Streiterei von wegen, wer ist das Maskottchen? Das Lieblingsmaskottchen von allen. Oder halt diese Diskussion gibt es ja auch. Wer ist das Maskottchen von Persona 3? Der Toaster oder der Hund? Ich frag mich so oder so, warum Diskussion überhaupt besteht. Ich meine, wir haben in Persona 4 und 5 beides mal Tiermaskottchen. Warum sollte es in Persona 3 ein Cyborg sein? Und ja, damit begründet, wer auf dem Logo von Persona 3 Dance, den ja Eiges, drauf ist. Das ist ja eine total tolle Begründung. Ja. Das ist ja auch schon sein, oder? Come internet in a nutshell. Es gab auch genügend Leute, die haben sich beschwert, dass Koromaru nicht in Persona 3 Dancing dabei ist. Und ich auch. Hm. Ich weiß, wie soll ein Hund tanzen, aber trotzdem. Er hätte ja wenigstens zusammen mit Ken tanzen können, oder? Also mit Shinjiro. Gut, Shinji war ja auch ein DLC. Also es gab ein paar Charaktere, die ja DLCs waren. Hey, du gewahrt, du lebst in Yonken, nicht wahr? Du weißt, dass hier ein altes... Ah, jetzt kriegen wir die Quest, okay. Altes, äh... Kino. Altes Filmkino gibt. Nun, das alte Part, das es, äh... Finanziert, wird momentan von jemandem bedroht, der das Land haben will. Sie versuchen, äh... zu sagen, dass das Theater im Weg ist für irgendein Gebäude, was sie dahin bauen wollen. Irgendwie fühle ich mich schlecht für sie. Nicht wahr? Dieses alte Paar hat so Angst wegen dieser Bedrohung, dass sie nicht mal mehr ihr Theater, äh, Kino öffnen wollen. Was übrigens auch der Grund ist, warum wir hier nicht ins Kino gehen können. Hm. Jedenfalls, unser Ziel ist ein Typ namens Yasuo Yōji. Komm schon, besiegen wir ihn und besuchen und retten das alte Paar. Hm... Vielleicht gibt es eine Veränderung im Momentus wegen dem ganzen Match-Zeug. Wenn du dorthin willst, dann wäre jetzt die richtige Zeit. Diskutieren wir das mit den anderen im Versteck. Gut, ehrlich gesagt, wenn Futaba keine Zeit hat, ist es letztlich auch das, was wir machen können. Hm. Weil wir haben so, wie schon gesagt, tagsüber nichts anderes vor. Jetzt nur noch Futaba. Gut, dass bald wieder die Schule anfängt, dann können wir tagsüber wenigstens lesen. Hm. Es wird mir leid, dass ich hier mitten in der Nacht aufgewächst habe. Es... ich hatte einen ziemlich seltsamen Traum. Wahrscheinlich, weil ich so müde war. Nein, wir können Futaba noch nicht anfangen. Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass es der falsche Tag ist, aber... Gut, dann geben wir uns das Versteck. Ach ja, warte mal. Warte mal, jetzt können wir auch irgendjemandem etwas machen. Okay. Hm? Guck mal. Mona sitzt auf Futaba. Hm. Ja. Und gestreichelt. Jungs, geh jetzt einfach knuspern. Okay. Stimmt, ja. Mein Fell ist heiß genug. Ich brauche nicht, dass es wird... Ach, stimmt, ja. Wir sehen jetzt zum ersten Mal, was bei Hitze im Mementos passiert. Mhm. So, wir haben, glaube ich, die zwei Requests eigentlich nur, oder? Wir dürfen eigentlich nicht mehr haben. Genau, Hifumi und Digasa Mishima. Nun, geht das hier. Das ist eine gute Möglichkeit, um durch die Mementos-Ziele zu gehen, die wir haben. Wir fangen mal mit diesem an. Hör auf! Das Ziel ist ein fieser Landbeobachter. Er versucht, das alte Paar, was das Kino in Yonken, äh, managt, zu vertreiben. Wenn die nichts tun, werden die Dinge wahrscheinlich noch schlimmer werden. Also, er versucht das, weil sie sein Angebot abgelehnt haben. Äh, erlaubt, dass es jemand mit solchen schrecklichen Methoden erfolgt hat. Nun dann, ich werde mitmachen. Es gibt noch mehr. Als nächstes haben wir... Das Ziel ist die Stage-Mutter, die ihre Tochter falsch behandelt. Die Shouke-Spielerin Hifumi Togo. Sie kontrolliert jeden Aspekt von Hifumis Karriere und hat damit das Shouke-Leben ihrer Tochter ruiniert. Sie zwingt Hifumi ein Idol zu werden gegen ihren Wunsch und, äh, manipuliert selbst, selbst ihre aufkommenden Shouke-Metches. Äh, das... Äh, sie behandelt ihre Tochter wie ein Werkzeug. Müssen... ...davon befreien. Sehr gut. Nun dann, ich werde mitmachen. Okay, das war nun alles. Hey! Diese hier ist... was? Diese hier scheinen ziemlich schritten und krimineller zu sein, aber... Noch ein dritten? Ne? Aber sie sind ziemlich verstört. Ah! Okay, da können wir doch nicht hin. Hey! Sie sind zu tief für uns, als ob sie es erreichen könnten. Oh nein, das heißt, wir können Hifumis Quest noch gar nicht machen. Keine Endwände, okay? Ja. Okay. Wir können losgehen, wenn es okay ist. Das ist eine einstimmige Entscheidung. Alles, was wir tun müssen, ist unsere Ziele im Moment zu besiegen. Das heißt, wir können tatsächlich Hifumis Quest noch gar nicht machen. Weil es ein B-Rang-Quest ist. Das ist nach dem nächsten Dungeon. Das ist doof, weil das heißt, wir können Hifumis dahin nicht weitermachen. Noin. Hm. Na egal, nachts haben wir auch was anderes, was wir tun könnten. Wir können nachts zumindest lesen, also... Hm? Dann gehen wir mal. Confidence in der Nacht. Was? Ja, wir haben auch jede mit Confidence in der Nacht, das stimmt. Yusuke wiederholt sich, oder? Ja... Ja, er wiederholt sich immer damit. Okay, dann gehen wir mal. Okay, wir haben zwei Ziele. Und wir dürfen jetzt ein neues Gebiet freigeschalten haben. Vielleicht ist es in dem Gebiet ja drinnen. Das kann natürlich sein, oder? Mhm. Das wäre ziemlich glücklich wenn... Oh nein, die Weihnachtsoutfits. Warte, guck dir das mal an. Ja. Irgendjemand ist wirklich out of context. Ja. Ja. Oh mein Gott, ich... A reading. Es kommt von unten. Das Papier war wirklich hier so komplett out of context. Zack. So, jetzt sieht's besser aus. Nein, reich wurde es jetzt in den Tiefen. Ich update die... ...Wohnen. Es wurde selbst... Es wurde noch größer. Das passiert, weil wir einen anderen Schatz gestohlen haben. Richtig? Es fühlt sich an, es wird größer und größer werden. Ich sehe nicht, dass die Erweiterung des Mementos-Gebietes darin liegt, weil wir die Scherze gestohlen haben. Es hängt auch mal mit den... ...der Anzahl der Suchanfragen für die Fat Thiefs, die... ...die ganze Welt ist. ...und es gibt jetzt den Count auf Mishimas Website und so. Das ist jetzt... ...es... ...langsam. Vielleicht ist es andersrum. Was meinst du? Wir sind diejenigen, die das erweitern. Oder... Mementos... Ja... ...gewärt einen weiteren... ...wenn wir... ...äähn... ...wenn wir... ...wenn wir... ...wenn wir... ...wenn wir... ...wenn wir... der Allgemeinbevölkerung. Wie freien Eintritt zu bekommen, weil man ein berühmtes? Das ist gut ausgedrückt. For real? Das ist unglaublich. Wie hast du das herausgefunden? Ich sag, du bist unglaublich, Futaba. Wie hast du das rausgefunden? Ach, Zuckerschlecken. Ich wusste es absolut nicht. Was habe ich getan? Was meinst du? Es ist so warm. Das fühle mich daran. Ich habe gehört, dass es sozusagen Kitzelwetterphänomen gibt. Ich denke, es hat einen Effekt auf Mementos. Hä? Was meinst du? Nun, Mementos ist beeinflusst von der Demonstration der Öffentlichkeit. Alter, das heißt das, wenn das Wetter sich ändert, das Wetter verändert die Gefühle der Menschen. Und das hat auch einen Effekt auf Mementos? Ja, es hat einen sehr guten Effekt. Also es gibt, glaube ich, keine einzige Wetterveränderung, die schlecht ist. Es gibt, glaube ich, nur gute. Nicht nur Mementos, auch die Shadows hier drin. Äh, die Art von, die Art der Wetterung ist, abhängig von welchem Wetter. Das könnte ziemlich nützlich sein. Genau. Schlechten Wetter. An Tagen mit schlechten Wetter wie Regen wird Mementos gefährlicher sein. Okay, Regen ist tatsächlich... Okay, doch, Regen war tatsächlich negativ. Aber dafür gibt es bessere Items. Ich glaube, Torrential Rain ist dann nochmal noch schlimmer. Dann laufen da gefühlt nur rote Gegner rum. Ich habe es noch nie ausprobiert. Mhm. Aber die Items? Genau. Es kommen mehr Gegnerverstärkungen und es gibt auch seltene Gegner. Und es gibt eine größere Anzahl Vertriebe. Hey! Äh, was für eine Art meine Haare hier gerade? Ich schätze mal, es hat etwas mit dem Hitz dazu. Ich weiß es nicht wirklich. Was soll das bedeuten? Es ist doch in Detroit nur erklärt, was Regen bedeutet. Ja, wir werden im ersten Kampf aber erklärt, was das bedeutet. Na gut. Ich denke, wir werden das herausfinden. Übrigens, äh, einfach nur, damit es jetzt gerade mal kurz passt. Futaba hat logischerweise als unser Navi, wir haben es ja schon mal im letzten Kampf gesehen, ich weiß auch nicht, warum sie Protector auslusten kann, aber sie hat keine Waffen. Mhm. Ich weiß echt nicht, warum sie Protector hat, die macht absolut nichts. Das nehmen wir trotzdem rein, weil, ähm, Futabas Statuswerte sind wichtig, weil Futabas Statuswerte halt beeinflussen, wie oft sie ihre Fähigkeiten einsetzt. So, wir geben ihr kurz... Ich glaube, es ist aber gut. Okay. Futaba sieht man übrigens nur tatsächlich hier bei Speicherpunkten und Anfang von Mementos. Oder, also wirklich nur in diesen Gebieten, ne? Ja. So sieht bei Futaba gar nichts. Irgendwie haben sie es nicht geschafft, die Kostüme im Kampf zu ändern, wenn sie im Kampf ihre Effekte einsetzt. Ähm. Ja, Futaba the Red-Nosed Reindeer. I'm very shiny. Ah, steht da... Santas? Ähm. Ich werde nicht lesen, was da steht. Da steht nur Santas und dann da unten was. Okay. Äh, du darfst dich aus der Autos entscheiden. Was ziehen wir an? Geck Horn High. Okay. Okay. Futabas Outfits sind auch tatsächlich mehr von den Nulls, weil Futabas Outfits hat wirklich gefühlt gar keine Eier. Und sie haben. Okay, alle Outfits sind just von den Nulls, aber Futabas sieht man halt auch nicht mal im Glück nicht. Das sieht man natürlich nicht mehr in den Speicherräumen. So. Haben sie sich hinbekommen, das im Kampf auszurüsten, die Kostüme. Ich mag aber, dass Futaba auch ihren Kopfürraten hat. Auch in ihren Farben ziehen. Vielen stehen tatsächlich diese Outfits echt gut. Durch Futaba steht das eigentlich auch gut. Hm. Na gut, dann gehen wir mal. Tatsächlich, wir hatten Glück, das ist im neuen Bereich. Gut. Äh. Wir hatten Glück, weil wenn es jetzt wirklich nicht dort gewesen wäre, sondern noch im tieferen Bereich, dann hätten wir noch die kompletten Dungeon warten, bis wir da hinkommen. Oh, Dach- und Wütterungszeit ist vorbei. Okay. Okay, hier ist mal Jochis Schatten. Indeed. Betrachtet von dem Lächeln in seinem Gesicht, scheint es so, als ob irgendwas schrecklich ist. Ich habe gehört, bedroht dieses alte Paar, das versucht er, äh, und versucht sie rauszuschmeißen aus ihrem Filmtheater. Hm, wenn wir ihn einlassen, in Ruhe lassen, wird er vielleicht nach Gewalt greifen. Was denn? Los geht's! Hi. Ah, ihr seid also die Phantom Thieves. Ich bin mir sicher, was ihr von mir wollt. Jetzt wieder Makuto mit Fun-Genier. Es scheint, dass wir... Apropos, wir haben unsere Stücke, aber unser Team sich erinnert. Egal. Nix, da kommt der nächsten Abstand. Es scheint, dass wir versuchen, versuchen die, dass die Leute ihr Eigentum verlassen. Landentwicklung ist wichtig. Von, äh, und, ne, nicht mehr übergegen. Äh, Sture. Sture Leute loszuwerden, ist meine Art und Weise, was in my way zu fahren zu sein. In einer Art und Weise. Achso, Sture Leute, die mir im Weg stehen, loszuwerden, ist Zeit als Jobs. Ich spiel nicht in den Jungen herum wie ihr Kinder. Du meinst das echt ernst. Wir können nicht jemanden... Nee, wir meinen es echt ernst. Wir können nicht jemanden, äh, durchkommen lassen, der solche Probleme für andere verursacht, ohne bestraft zu werden. Genau. Das... wie dich, der mit, ähm, Mobbing-Tricks versucht, das zu kriegen, was er will. Du bist, du bist nur ein pissy-smelling-Kind, das groß tut. Äh, das sich groß aufspielt. Äh, du hättest aufhören, du hättest aufhören, du hättest in der Vorschub schon aufhören sollen, die hell zu spielen. Wer bist du denn? Ach, hi. Dich haben wir auch schon gesehen. Hatte wir den auch schon mal selbst ausgerufen? Nee, der war auch schon mal ein Gegner oder nicht? Er war auch im Moment, das ist ein Gegner. Ich werde Müll wie euch, der mir im Weg steht, auf den Grund des Ozeans werfen. Nun, gib mir dieses Land. Der hat nur einen Wein, kann das sein? Ja. Äh, okay, du hast eine normale Rampage. Ach, ein bisschen. Ach ja, und wie ihr jetzt seht, haben wir einen neuen Navigator da oben. Ja, da oben haben wir es Ruta, aber. Das ist noch live, oder? Hm. Mein Handy hat nämlich einfach ganz nett zu empfehlen und gemacht. Danke dafür, Boah, Handy. Das ist einfach nochmal ein neuer Name. Firebreak. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber auch nicht. Zack. Das ist einfach so. Zack. Out of my way. So, Splashhammer. Ouch. Das könnte schon viel Schaden machen. Uuuuh. Agilao. Okay, das muss ich nicht mehr so gut. Ich dachte, das macht nichts zu meckern. Wobei, normale Schlecken machen mehr Schaden, oder? Ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis manche wirklich sinnvoller ist, also unsere Waffen, oder? Hm. Ich glaube, ziemlich ein Late Game war ich eher. Hm. Leider. Aber es gibt auf jeden Fall die Zeit, um die jetzt. Okay, Traumschlange. Ich bin sinnvoller. Schade. Ich will immer Magie nutzen, und man soll sie auch manchen nutzen, weil Magie einfach mehr Schaden macht. Aber momentan macht es natürlich so viel mehr als jetzt einfach drauf zu hauen. Hier kein Plastglas. Ich hau lieber auf die Drauf, bevor drauf fangen. Schaut, die Frampage könnte wehtun. Hm. Und unser Navi kriegt ein Update. Hey. Ein Update, Level up. Update. Jetzt kriegt ein Update. Aber wenn sie nicht ihr Land aufgeben, werde ich gefeuert. Bitte. Gibt es keine Möglichkeit, dass ich dieses Theater haben kann? Geh aus, Jon. Ja, hör auf mit unserer Nachbarschaft rumzuspielen. Oh, äh. Tut mir leid. Ich gebe auf. Also bitte vergebt mir. Du berücksichtigst äh, die Gefühle derjenige, den du äh, den du die Sachen weggenommen hast von jetzt ab, jetzt auf. Ich hab's verstanden. Ich werde ehrlich mit meinem Vorgesetzten sein. Ich werde ihnen sagen, dass niemand Interesse hat, Jokun zu verlassen. Ich bin Jokun. Du machst besser alles gut für alle schrecklichen Dinge, die du egal woanders getan hast. So. Oh, Shitamachi Reborn. Schon wieder ein Buch. Aha. Ich suche ja, es gibt nicht mehr viele Bücher jetzt. Übrigens, wir haben ja Oracle, ist vom Arcana the Hermit und ihren Persona. Nämlich, Achtung, da steht's schon dran, aber, Necronomicon. Ihr UFO ist also das verbotene Buch Necronomicon. Das ist quasi in das hat sich ihr Shadow verwandelt. Ja. Wer Necronomicon nicht kennt, ist das verbotene Buch der Wiederbelebung. Wir können Background noch was lesen. Genau, das sieht man auch. Kommt aus der Kflus-Saga übrigens. Das Grimoire, welches wichtige Informationen über die Kflus-Saga von welches wichtige Informationen der Kflus-Saga von Laver enthält. Sein Originalname ist Al-Azif. Es wird gesagt, dass das Buch selbst am Leben ist und es kann Menschen wiederbeleben. Also es ist das verbotene Buch, dass Dinge wiederbeleben kann. Ja, guck mal unsere Level-Kurve an. Aber Futabas Level ist ja nicht ganz so wichtig. Futabas Level beeinflusst nur eine Sache, nämlich da ihren Dingens Werte, ihre Werte da rechts, die man sieht. Und ihr Luckwert ist halt der wichtigste Wert, weil ich glaube der Luckwert ist der einzige, der erhält sowas. Ja gut, Analysis bringt uns nichts. Eigentlich brauchen wir ihre späteren Fähigkeiten. Genau. Weil Analysis bringt uns so literally nichts. Wir kennen ja schon alle Personas. Richtig, ihre Fähigkeit ist einfach nur, dass wir jetzt das, was wir schon einmal angekündigt haben, jetzt hier immer sehen, von wegen so, ah ja, du hast eine Schwäche dagegen. Watch the power of aura! Danke für den Follow! Das war unbietig falsche Reihenfolge. Danke für das abgeschickt und kommt zu. Makoto, du hast kurz auf die Bank, weil wir wollen Morgana für den nächsten Abstand reinnehmen. Aber das passt auch zum Thema des Dungeons auch, von Necronomicon. Also das Buch Delirio, es geht ja abends darum, dass sie hier irgendeine Mutter wiederbeleben will. So, dann gehen wir mal weiter. Ist nicht geöffnet. gut, dann können wir jetzt weitergehen. Ich zeige aber noch vorsichtig, je tiefer wir gehen, desto stärker wir gehen. So, wir kommen jetzt in einen neuen Bereich, nämlich den Path auf Axel, Axelry. Was? Oh man, dieser Ort ist gruseliger und gruseliger. Das ist ein Zeichen, wie verwirrt dieser Ort hier ist. Oder wie durcheinander dieser Ort hier ist. Ich bin sicher, die Shadows sind hier auch stärker. Chainsaw das wären hier mehr Feine als weiter oben. Seid vorsichtig, okay? Das ist der Pfad von Axelry Uff. Unaufsprechlich. Hört sich nach Cthulhu an. Hi. Wow. Wow. Ich könnte hier noch nicht mal ambushen. Das ist auch eine der Tatsachen, warum ich nicht stoppte gekennst, sondern weil ich den Mementos ambushe. Ja? Ja? Das wird ein Schlag Feuer ist unser best Schatz. Zack. John. Hey. Das traurig ist, dass ich das jetzt rausgekommen habe, wie man die Wand ist. Hey. Well. Oh, Aluminium Sheet. Sehr cool. Die brauchen wir ja auch noch die Aluminium Sheets. Rotes Phosphor. Ja. Braucht ihr noch Hirens? Ich weiß ich nicht. Sammeln wir einfach alles, was wir kriegen können. Ich habe die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man Items bekommen. Weiß ich gerade nicht. Nachdem das Ryuji auch hier so ein rotes T-Shirt trägt. Und ich nehme die All-Out-Taxe. Zack. Denk mal schon. Ja, aber ein anderes. Aber ich finde es sehr interessant, wenn scheinbar in Persona 3 Moth ein Magician ist und in Persona 4 ein Yosuke Magician ist, dass einfach dann einfach Ryuji ankommt und dann so ich sage keine Hastie so Ja, also ich bin Chariot. Nee. Ich will mich jetzt wirklich mal mehr umschauen nicht, dass ich zu viel Einwitz mache. Wie gesagt, ich wollte die Social-Links im Portable stimmen nicht unbedingt mit dem Akane, welche die Person ist da so. Ja gut, bei Joe and Pay passt es, er hat seine Person ist ja Magician, er ist ja auch der Magician Social-Link, aber bei Akiko passt es jetzt nicht, er ist ja der Emperor und sein Social-Link ist da. Stilio ist ja Hanging. jetzt sehen wir es übrigens auch. Zack, jetzt gehen wir die Schrauben dafür, genau. Hitzewelle sorgen dafür, dass Shadows manchmal am Kampf einfach brennen, wie wir jetzt sehen. Was bedeutet die Hitzewelle? Äh, verschiedene Flotteffekte haben halt verschiedene Effekte. Wegen sorgt dafür halt ... ... ... ... ... ... Dagegen ist alles andere, was Lichtregen ist, eigentlich für uns Positiv ist. Hm? Ich muss gerade überlegen, dass es gab, es gab Hitzewelle, es gab irgendwo mal eine Kältewelle. Hm, Grippelwelle? Es gab die Grippelwelle und mehr fällt mir gerade spontan nicht ein. Gab es noch was? Pollensaison. Ach ja, die Pollensaison, aber die haben ja schon übersprochen. Das paralysiert glaube ich die Gegner. Stimmt, du hast recht. Mazu-Chaka, ja. Dich. Genau, und Shinjiro war ja, sein Person war Hyrofriend und er war der Moon-Social-Ding. Ja gut, Hyrofriend passt auch nicht so wichtig, weil Hyrofriend ist eigentlich fast immer die Person, die irgendwie für uns Vormund ist. Okay. Immer. Hm. Das war halt das Erkehler seines Personas. Oh, ein Treasure-Test! Wir gucken uns einfach jetzt immer gut auf den Ebenen um, weil es die ganze Zeit natürlich da auch ein bisschen länger dauern wird, aber wir brauchen halt die ganzen Items. Und ja, unterhalten, wie gesagt, Persona 3, 3, merkt man viel. Es wird auf jeden Fall auch gespielt, aber erst mal kommt nach Persona 4. Ich weiß zwar, dass wir da eine ziemlich... Das ist ein unzettelndes Ruhe. Das klingt wie mohnen. Das ist die Welt der Menschen, nachher. Ein paar Erkehler würden mich hier überraschen. So, ähm. Was ich gerade sagen wollte, wie spielt es mal dann in das komplett falschen Reihenfolge, aber so sieht man auch ein bisschen mal, das ist auch einen anderen Blickwinkel, nicht wahr? Wir haben das in der Reihenfolge gespielt. Man sieht so ein bisschen, was sich verändert hat, logischerweise, was sich verbessert hat. Und man vermisst wahrscheinlich erst ein paar Dinge, so wie das wir in Persona 4 auf jeden Fall. Ein paar Charaktere, so. Und ein paar... Man merkt schon, dass so ein Persona 5 ist sehr gut ausgereicht. Das Kampfsystem, auch mit dem Confidence. Man merkt auf jeden Fall, eine Sache an Persona 5 ist ziemlich gut ausgereicht. Das ist auf jeden Fall, was äh, was Curse und Dress angeht. Einfach weil's... Oh, warte mal, die Verstärkung. Oh! Das ist der Treasure von Carbastunden, oder nicht? ist es. Und sonst? Das kann natürlich auch passieren. Und ja, es gibt natürlich einen, äh, äh, Trash, den man eben auch nur so bekommen kann, tatsächlich. Ich nehme mich ziemlich nervig, aber ja, ähm, haben wir ja schon. Genau. Destruction. Hab ich auch mal nicht im Moment bestem Kackschuss gemacht. Ah! Ah, yeah! Let's go! Falls jemand Interesse daran hat, kann ich die Arcana von uns starten? Sind so, dass welcher Arcana hier steht. Deshalb auch für eine Ingenwerte gewinnen und fragen. Ich würde es gerne wissen, weil wir hatten ja auch die Tatsache von wegen, so dass meine Resubber ja mehr oder weniger confident sind und auch von sozusagen ein Arcana bekommen. Deswegen ist das Ganze interessant zu wissen, finde ich mal. Und da hat Link, äh, Kackschung versucht zu rechnen, so Yara war ja Star, ich war E-Zes Hermit und dann You're Lovers. Bei mir konntest du nicht die ganzen Scheiden. Ja, es ist halt echt schwer, weil einerseits versucht man es natürlich gleichzeitig, oh, wir haben alle 13 Fragen. Das ist gut. Einerseits ist es natürlich so, man vergleicht schon mit den Charakteren, die man kennt. Weil es ein bisschen hat es ja natürlich was damit zu tun. Aber andererseits ist es ja nicht unbedingt von den Charakteren abhängig, nur wenn man den Charakteren ähnlich ist. Mh, es ist Iron Fan versteht aber, glaube ich, soweit ich weiß, ob so eine Person wie ein Vormund ist, eine Person, zu der man aufsieht, beziehungsweise ein Trümmer zu Väterlicherseits. Mh, ist genauso, ich sag, wenn man sich die ganzen Ar-K-Personen mit dem Ar-K-A-Ners vergleicht. Wenn wir jetzt mal bei Magicians sind, Magicians sind ja, Junpei, Yosuke und dann haben wir Morgana. Ja, Junpei und Yosuke und Morgana sind irgendwie so ähnlich. Stimmt. Doch, unterschiedlich. Wobei, doch, die haben alle drei Ar-K-A-Ners gemeinsam. Oh, Karakterentwicklung ist Magicians, so ein bisschen. Dafür bereichert es komplette Geburtstag, 28. April 2000. Das ist ja kein Geheimnis, sondern die Geburtstag habe ich ehrlich gesagt. Stimmt. Oh, Ambush. War das der zweite 6 der 990. Was ist auch noch so? Oder was sieht das mit dem Auto aus? Oh. Paul-Oge, take all of them. Zwar verbrauche ich das wohl geil als Muni, aber für was brauche ich die, bitte schön. Die Boss kämpfe sich nicht. Wird nicht. Das ist auch noch so, dass die Ganze sind ja auch neu in Persona 5. Ganz easy, hm? Ich kann es dir über deine Gesichter sagen. Ich glaube, ich habe... Also nicht komplett neu für die Reihe, weil ich glaube, die gab es halt in Shin Megami Tensei schon, aber eben... Persona 2 gab, die habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die Forschung gab, aber auf jeden Fall wurden sie da halt wiedergebracht, nachdem sie in 3 und 4 kamen. Ich sollte ein Hobby beginnen. Bordern meine Horizonten. Cycling. Oder vielleicht einen Marathon. Ah, Cycling. Couch. Mist. Couch. Couch. Sie sind wirklich so schwer. Hier werden wir sie mit einstellen und sie sind nervig. Schade, dass sie die Lücher eingestellt haben. Ich glaube, ich habe noch mal ein Persona wechseln. Das habe ich jetzt vergessen. Wow, alles darf man so gut. Danke dafür. So, danke, dass ich meine SP jetzt wieder bekomme, die ich vorher verwendet habe. Ah, ich habe noch eine Pause. Ah, ich habe noch eine Pause. Ich werde jetzt critical Schaden machen, aber die machen ehrlich gesagt, dass ich so hohen Schaden mache. Die machen auch wieder auf. Link ist der 28 bis 40 bis 2000. Richtig verstanden. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgana hat dir nicht gesagt, wann du pennen sollst. Gute Nacht. Gute Nacht. Halt drinnen hat er quasi ... Ach, wie der Braise. ... so quasi... ... zu diesem normalen Video. Und dann geht es zum Punkt. Und dann ... ... so einen ... ... Break in. Ach so. Ja, genau. Das ist okay. Es gibt halt ... ... es gibt halt ... Algorithmus-Skommlung logischerweise. Das ist nicht recht, was du getrunken. Das gibt es auf jeden Fall. Bei Richard for the Truth gibt es mehrere solche Momente und da ist es halt, wenn Massstructure wie das U-Year anfängt. Genau. Aber interessant, dass ich den Tower habe. Die Nachricht, wer als Tower ist. Als zweiter 1699. Ich weiß auf jeden Fall, wer hier der Tower ist. Das ist eines der Arcane, das wir noch nicht kennen. Ich glaube, der Tower in Persona 4 war das Nachhilfekind, oder nicht? Ja. Wow, das ist jetzt schon und ich glaube, der Tower war in 3. Oh, hallo, Namiya. Das war kein Kind, nein. Das Kind war hängend, man. Tower, wer war Tower? Jetzt muss ich Namiya trinken. Ich hasse Namiya. Ich will den Namiya zu packen. Oh Gott, echt nicht, Namiya Tower. Ich schau noch mal nach. Und dann Ach ja, der war das. Aber ich habe wirklich gefühlt, dass der Charakter, der sich nicht im Kopf hat. Ich stehe gerade... Ich habe wirklich gefühlt, ich habe wirklich gefühlt, dass der Charakter, der sich im Kopf hat. Das macht es nicht besser. In 3 jetzt, oder 4? Ja, in 3. Und das, wo ich den Charakter nicht kenne. Ich habe wirklich gefühlt, aber ich habe das Charakter wirklich gespoinert gehabt. Nee, das ist nicht der. Potay, halt weil weiblich guter ein exklusiver Social Link. Wenn du im Kerl bist, er ist da. Ah, okay. Schaut, komm, die jetzt. Uhhh. Kannst du bitte aufhören und zusammen mit dem Nachher? Ah, please. Äh. Mona, aim! Hm, ich brauche von der Brille. Kannst du nicht... Ah, ha, ha, ha! Hast du das gesehen? Nee, ich habe es gerade fast nicht gesehen. Javi hat sich selbst besiegt. By Counter. Und ich habe halt schon wieder den Level Up bekommen. Tower. Tower. Übrigens, äh, kannst du einen Geburtsatz nochmal reinschreiben in den Chat da bin ich. Mal es sich nochmal genau hören kann. Allgeschrieben. Ich... Also, gut Tower bin ich. Mr. Hermit. Der Tower war in Versorgung der Mönch in der Disco. Oh. Wow. Tolle Kombination von diesen drei Charakteren. Mönch in der Disco. Geil. Hat Arn gerade geteilt? Die, die wird... Chiida. Ähm... Lavas in Person 3, Sen, you carry on Persona 4, Riese. Und Persona 5, ah, nix. Not spicy. Au? Ich will sie auch so... You can do it, kai! So auch so Chiida-mäßig. An Chiida muss ich gerade eben bisschen an... Wie ist denn, wie sie halt immer anfolgen kann. Nein, ich habe das noch nicht! Go, go, Team! Ravage turn! Ich mag die Follow-up und End-Follow-up gegen die Betten-Passes. Obwohl sie Person-Up-View-Spray wie schon gesagt, die unnötig sind, weil sie halt, äh, diese wertvolle, ich weiß gar nicht, was das heißt. Boost halt. Dass man keine SP und FP-Web braucht. Kann man weitergeben. Kann man schon, aber es braucht halt diese wertvolle Quelle. Ja, ich denke mal, es ist diese, ich weiß, die Support-Fold von Navi. Diese Anzeige. Genau. Die ist halt, oh, Rest, okay, wir dürfen das Auto jetzt wechseln. Hey. Hm, hier sind keine Gefährchenfeinde hier. Wow, Liara hat auch den Ton. Also, Liara ist auch ein Mensch in der Disco. Okay, lasst uns einen Moment nehmen. Lass uns einen Moment nehmen. Okay. Lass uns einen Moment nehmen. Hm. Nicht wegen dem Fuchs, der Fuchs ist Kawaii, aber er ist so nervig zu leveln. Ah, das stimmt. So komplett nervig. Outfit? Ja, wir bringen jetzt die Dingens Outfits an, die, äh, Kaffreen Outfits. Da, wir haben die Kaffreen Outfits an. Das sind die Dingens, wow. Ach ja. Mhm. Oh Gott. Manche Kaffreen sind anders komplett relativ, wo sie so singen, so, äh? Allein schon Kawakami. Ah, Temperance. Bei Temperance war so was, wenn du an sich glaubst, das ist schlimm. Ich glaub, dass ich Karni war Temperance, oder? Karni war Emperor, oder? Stimmt, der war Temperance in Person 3. Oh. Drei war... Ey, nicht drei, vier. Vier. Guck mal, Luigi schlägt hier aber schon wieder. Ey. Luigi will nicht schlafen gehen, er hat keinen Bock auf uns. Vaokana hat gesagt, geh schlafen, Joker. Luigi, ich hab dich nicht gemeint. Egal, mit der Reaktion, bring nach ihr. Und Arm weg dich auf. Hey, und arm weg dich auf. Ich weiss aber auch nur, wie das geht, da eine Freundin von mir komplett auf Esoterik steht. Deshalb muss ich sowas lernen, dass ich dich zu viel selbst legen will. Warum? Wie und dich? Da bin ich schon wieder. Ich glaub, Luigi schlägt gerne. Warum wird sich die Zukunft nicht selbst liegen? In Persona 4 ist Temperance die eine Frau. Oh, die deren Kind wir uns kümmern. Ach, das ist die Temperance, okay. Und in Persona 3 ist Temperance... ...Zor Schüler. Aus Frankreich. Was? Der Auserschüler aus Frankreich, der unbedingt in Japan leben will. Der ist BIP. Ich wird dann BIP-BIP. BIP-BIP. Oh, wir kriegen den... Ich freue mich immer noch auf Cathrine auf jeden Fall. Cathrine ist auch in einem cooles Gegengefühl. Wieso kriegen wir eigentlich die Reihen? Ich habe gerade ein Level ab. Au. New Power! Ah, ich werde ein New Power! Fireboost hätte ich ziemlich gerne. Äh, was brauchen wir nicht? Decaya oder Tawunda? Das war nochmal Decaya. Wir brauchen Tetarafu nicht. Eigentlich brauchen wir... Nein, eigentlich nicht. Wir brauchen Tetarafu eigentlich nicht wirklich. Tawunda. Das ist ein Negativ ist. In Arcana. Die haben ja beide Effekte. Ich weiß. Ich informiere Tawunda. Das hat den Effekt. Ryuji macht immer der Rest. Okay. Your turn in! Also, wir müssen noch ein bisschen schießen. Ich weiß nicht. Das war auch so interessant, weil... Wenn ich an die drei Charaktere denke, die sind über drei, vier und fünf... Wenn ich drei weiß ich nicht. Aber wenn ich an die beiden Charaktere vier und fünf denke... Schon wieder! Ja! Arten hat... Haben ein... Wie sollen die ein verraten? Also, es gibt keine wirkliche Gelegenheit dazu. Wieso kommt eigentlich immer dieses Vieh? Ah ja, sich selbst in Zukunft zu legen... Ey, schön zu wissen. Okay. Ui. Ups. Ich hab das Viech aus, dass du mit einem Schlag besiegst. Wir sind hier. Let's go! Ich hoffe, das passiert nicht bei dem Einen. Wobei, das kann eigentlich bei dem Einen Schatz nicht passieren. Ja, die... Aufs. Sonst... Müssten wir halt die Methode verwenden, um die Schatz... Schatzdemo überhaupt zu beschwören. Ich hab ja das Item dafür. Also, das ist kein Problem. Wenn sie... Dann hat mich die Guide wirklich betrogen. Ich hab auf so viele Guides geschaut... ... und die Schatzdemontipps... ... und den gab's eindeutig nicht in Mementos. Aber dann gäbe ich jetzt sie doch in Mementos. Oh, was das heißt. Ich hab mir also wirklich betrogen, diese Guide scheinbar. Ah! Aber ich weiß nicht warum das der Fall sein sollte, dass diese Eile nicht in Mementos existieren. Warum sollte das der Fall sein? Wie ne Ahnung, fragt das Spiel. Ich fragt wohl eher die Guides. Oh cool, so gut. Ihr habt mich angezogen! Yay, das wär... Wie Yujichi, tu mir ein Gefall und heil mal an! Wie Yujichi, tu mir ein Gefall und heil mal an! Organa, tu mir ein Gefall und heil mal an. So kann das ja nicht sein. Oder tötet sie. Ich liebe dich! Ich liebe dich! Gute Arbeit, Mona! Wir haben hier geschafft! Los geht's! Okay, gehen wir an! Okay, gehen wir an! Schatzdemon sind eigentlich selten. Ja, Schatzdemon! Oh, guck mal! Noch ein Schatzdemon! Schatzdemon für alle! Noch einer! Und wenn ich überlege, wie lange es gebraucht hat, diesen einen Schatzdemon zu bekommen, trotz des Items? Uuuuh! Hier werden sie gefühlt einen hinterher geschmissen. Hey, that's a treasure chest! It's Funtime! Was bei Yuji hört? Ja, I need a drink! Give me some fizz! Yuji, ich fuhr mir eingefallen und heirate! Ah! Das hab ich nicht gesagt, aber von mir aus gerne! Ja, kackst du nicht mehr Trauszeuge! Wahrscheinlich so! Hier! Kommt hier! Ich will die schippen! Ich will die schippen! Ihr seid nervig! Sionga! Autsch! Wart mal, das ist ein Fatscher! Das ist ein Welp! Ich soll grad sagen, Autsch! Ich ziehe den Weg, aber das ist ein Fatscher! Hier! Hier! Du bist ein Enem, weg! Mach's wieder, Sionga! Erstmal die Lamias wegmachen, weil die... ...mich nerven! Ja, genau deswegen! Und Panther Dodges mit Rage. Und Panther Dodges mit Rage! Die Krieg der Mücken mit Joker wirklich gar nicht, oder? Oh! Oh! Weil... Zack! Was? Oh! Rage! Rage! Autsch, Mona! Sionga! Auf... Sionga! Auf... Ich will sagen, auf Mona? Äh... Wer ist dran? Ahn! Oh! Ernst auf Ahn! Ich mach dich weg! Ich hab nämlich keine Lust, dass Mona jetzt stirbt! Was will ich dir? Oh, du bist so cool! Oh, du bist so cool! Oh, du bist so cool! Beat' ihn ab! Beat' ihn ab! Weg damit, du vollst! Ich hasse das Bär! Es ist so nervig! Die nervige... Die nervige Status meiner Persona, die jemals abwunden worden ist! Urgh! Painly, wie... Wieso exist... Wieso existiert sie? Wieso? Einfach nein! Nope! Ami spießt den Punkt Spike Bra! Interessant! Wir haben... Apropos Spike Bra! Es gibt Charakterpersonen auf ihr Dancing, die sind zu Hause, als hätte sie nur Spike Bra! Hm? Hast du das... Ne, du hast gesagt, du hast nicht Persona 4 Dancing gespielt, oder? Ein Spiel habe ich nicht, nein! Ich kann mir die A-Box draus suchen! Nein, aber du wirst dich freuen, wenn wir das Spiel und den Story-Modus sehen und ein Charakter aussehen! So, äh... Wo sind wir jetzt? Ähm... Das ist die sechste... Das sechste Area in diesem Bereich... Wenn... Wenn wir weiter... Ist es quasi wie... ganzen Pels sehen, ist es schon... Äh... Die... 33. Ich... Ich frage mich, ob es... Es ziemlich überfordert... Wie groß ist es dort? Das wäre... 33. Ich glaube, es ist zweiter oder dritter Bereich in der Pathos... Macht nicht schlapp, Leute! Wer weiß... Der ganze Ort hat... Ziemliche... Die Struktur ist ein Mysterium... Oh... Well... Durchhalten? Ich kenne uns jetzt hier hier spielen... Oh, cool! Was soll es hier? Das ist genauso wie... Ein ganzer Bereich hat Hardos... 50 Ebenen... Ja gut, dass ich nicht auf Faithfolde... Aber trotzdem... Anstrengend... Anfang fort und sich immer frei... Mit Verdiensten... Hallo, Makara-Kian! Guck mal, ich will den Treffer! Zack! Und... So! Haben wir einen Vorteil? Ja... Joker... Zack! Ok, gelang aus! Ich werde das Telefon... Ich werde das nicht fliegen! Lass uns die Gericht rufen! Oh, das ist die Ruhe, Telefon! Oh nein... Oh nein... Uns item! Ich werde den Kopfkühl nicht... Was ist die Dame? Gnade... Ich lass vielleicht nicht das Pickpocketing! Halt die Klappe, Telefon! Oh nein, der Skill! Oh nein, das Spiel! Die Leute wissen nur so, wenn es für mich ist, dann, äh, auch mal frei, oder? Genau. Die Leute wissen nur so, wenn es was wichtig ist, aber nicht, jetzt ruf ich mich auch ein Handy an. Das heißt, eigentlich sind es wahrscheinlich nur von meinen Eltern. Kann man auch noch ein Handy anrufen? Also... Ich weiß nicht genau, warum ich dir anrufen sollte. Zack. Bei deinem Haustier voll. Ist das jetzt, oder? Ja, genau. Ah, noch mal. Mal sehen, ob Arn mal treffen kann. Arn, triffst du? 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 Dankeschön. Gives. Ach ja, Arn und ihre Treffsicherheit, oder? Wie sie nach einem bestimmten Gegner treffen soll. Wow. Ich weiß zwar, dass Arn darauf ausgelegt... Oh, wo, das ist fast voll, sehr gut, das brauchen wir noch. Das ist das Eternal Lockpick. All right. Done and done. Let's move on. Ich brauche halt so viel noch, bis die Tönne Lockpick. Leider. Und auch für die Arn-Ide-Strom haben wir es so viel haben hier. Das war deine Späcke. O, okay. Ach, ziii, bleh. Wie viele Waffen habe ich noch, vier. Okay, dann las ich das noch in die Ruhe. Ich kann noch hier was anderes mal draufschießen. Arn. 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 Arn, please. Dankeschön. So, Baton Pass. Zack. Danke Joker, du hast den Bettenpass zingruiniert. So fertig. Okay, wär's gleich. Also Leute. Hass. Ich hoffe, er hat mich nicht stimmt. Wie fehlt eigentlich den... Ja, also... War gar nicht ganz ehrlich. Es tut mir noch mal leid wegen der Technologie am Anfang meinerseits, aber... Wir sehen. Stream. Und... Welcher... Der Kostüm gefällt euch am besten so. Also wir haben oft durchgeleucht. Ich mag halt gern diese ganzen E-Stacks. Also die Schulformen von Persona 3 und 4. Ähm, dann die Maid-Kostüme sind ganz lustig. Ähm, Weihnachtskostüme war... fand ich auch schön. Die Kaffin-Kostüme sind auch cool. Eigentlich sind fast alle Kostüme cool. Fällt mir grad auf. Äh, na, das schreibt. Sonst, falls ihr ja besser wie man eine Person zusammenrechnen möchte, würde ich kurz eine Erklärung von Persona 3 sagen. Ja, schreibt ruhig. Boah. Mementos. Mementos. Tartarus. Das Baby Tartarus quasi, wie gesagt. Ja gut, Tartarus war ja in Persona 3 der Haupt-Dungeon. Hier sind ja so Nebendungeon, wo man halt... halt ein bisschen Spiel... ein bisschen Leveln kann. Und halt ein paar Sidequests. Oh. Ja gut, in Persona 3 konnte man halt... Ja, die Dungeons nochmal betreten. Hier verschwinden ja die Palaces. Und hier hat ja auch so ein... Extra-Quick quasi. Wir alle sehen, wenn wir... Persona 3 und 4 noch... Let's playen. Let's playen, sag ich schon. Streamen. Ja, Mirai. Guten Morgen, Mirai. Ja-sa. What's it? Aber wirklich, penetrante Omas sind penetrant. Ja, ich hab dich angerufen. Und ich so... Ja, ich hab's gehört. Ja, warum hast du dich... Hebst dich ab? Ich so... Weil ich beschäftigt war. So... Ja, okay. Ach so, was verpassen. Ich so... Okay... Es sind jetzt, als würde ich verhungern, nur weil du mal nichts für mich kochst. Danke dafür. Mama... Oma, ja... Aber meine Oma hat wirklich immer das Gefühl, wenn ich nicht... äh, wenn sie nicht für mich kocht, dann verhungere ich dich. Weil ich gar nichts essen würde. Hm? Das kenne ich auch. Meine Mutter... Ich meine, Aria, hast du schon gegessen? Hast du schon, dass du in der Küche gesehen hast? Ich zeig dir mal, was ich esse. Nein, Mama, ich schaffe es nicht alleine. Ich so... Ja, aber... Ich muss jetzt sagen, was zu essen geht. Ich bin schon das Essen. Hoppla. Und dann hab ich's gegessen. Dann geht's... Gott, lass dir mein Zimmer. Ja, hast du schon gegessen? Und was hast du gegessen? Und... Weißt du, was Papa noch kochen wird? Ich bin so... Oh! Oh! Äh, also... Ey! Ich kann auch nicht... Es... Danke! Ja! Ja! Mio, hast du schon die ganzen Filme gesehen? Okay! Let's move on! Ich bin doch heute erst nach Hause gekommen. Dann hatte ich die letzten Filme ausgeführt. Äh, hier dann die erste Teile. Und dann haben wir... Fast direkt schon gestreamt. Also nein! Was? Hast du doch nicht alle vier Filme gesehen? Ich freue mich ja noch auf den ersten Teil, weil der erst heute gekommen ist. Achso! Wow! Als ob der erste Teile auf Getz ist kommt. Getz ist kommt! So Joker, du wirst mal das jetzt mal anzacken. Natürlich drei... Zwei ob ich zu viel sind natürlich sehr gut geworden, weil es halt vom selben Stopp kam. Und natürlich eins war es Getz ist. Getz ist. Ich so, ich kenn ja das Spiel aus. Ich weiß, wie es dort aus Frost & Confusing das querbeet sich anzuschauen. Ja erst... Wieso willst du dich erst drei, dann zwei, dann vier, dann eins? All right. All right, we beat! Let's go, Joker! Kann ich fahren in die falsche Richtung? Muss ich damit so aber zurückfahren? Ja. Muss aber zurückfahren, ich bin in die falsche Richtung gefahren. So. Ein Hoch auf die Karte! Äh, das wird ja witzig werden. Ups! Ich bin doch... Ich hab übersehen, ehrlich gesagt. Wie der auch typisch war, wie der... Ja, und was soll ich denn so arbeiten? Wenn meine Eltern nicht genug gekocht haben, oder irgendwas bekommen, was du nicht mitnehmen kannst. Du bist aber mit auf die Arbeit legen. Ja, bist du nicht warum, Alter? Mama! Hier irgendwas. Ja, aber das ist nicht gesund, wenn ich soll das essen, was wir kochen. Ja! Ja! Äh! Oh ja, das bist du von wegen so... Es ist nicht gesund! Genau so... Oh, okay. Let's go! All right. Weil ich... Weil ich bei einer Bekannten bin. Deswegen... Hm? Sinn! Ah! Und dann war ich so... Ja, warum lässt sich nicht eine wirklich so... Ich hab sie schon mal eingeladen und dann hast du sie die ganze Zeit zwingen wollen, zu essen. Und dann hab ich mir gedacht, nein, die will auch nicht mehr wieder herkommen. Danke dafür, Oma! So, ist das der Schatten von der Mutter... Der Schatten der Mutter von dieser Show-Gespielerin, die Fumi. Ich denke auch, meine Mutter... Sie denkt, wenn ich irgendwo anders bin... Denkt sie wahrscheinlich mir, ich krieg nur Brot und Wasser! Ich mag... Brot suchen? Was tat diese meiner Mutter so? Ja, hast du gegessen? Ja, was gab's? Das und das zu essen? Ja, und ich sage, wenn sie Brot ist... Ja, ihr isst ja... Du bist ja nur Brot, wenn du... Bei irgendjemandem zu Besuch bist, ist so... Sie benutzt sie wie einen Bauern. Von dem, was ich gehört habe. Sie ist ihre eigene Tochter. Was ist das Falsche mit ihr? Ich seh grad, meine Oma meint die ganze Zeit, dass sie mich angeschreiben muss. Awww. Mensch, Oma. Ich weiß nicht wie über Shuri, aber ich weiß, dass sie eine schlechte Person ist. Perfekt, Anne. Wie du sagst, Lady Anne. Los geht's. Hi. Unbelievable. 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 Hifumi ist meine Tochter. Ich bin Hifumis Mutter. Ich hab's aufgenommen. Mein... Kind... Mein Kind... Sollt... Mir... Zudienen. Ich kann endlich glücklich sein, sobald Hifumi eine berühmte Showgespielerin wird. Du bist eine schreckliche Mutter. Ah. Äh, sie... Sie denkt, sie könnte auch ihren Reich aufsteigen mit ihren eigenen Fähigkeiten, aber... Die meisten Matches wurden mit Verdienst manipuliert. Umis... Äh... Äh... Ähm... Fame aufbaut. Und... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich allen ihre Wollen aus dem Weg schaue, würde sie nicht da sein, wo sie jetzt ist. Ich... Ich... Jetzt... Da ist... Die private Aktive angeheuert. Und sie ist... Scrimier... Oh... Oh... Um... 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 Um zu... Um... Und sie... Zerstören... Man richtet immer Geburtstag plus Geburtsmonat plus Geburtsjahr. Mein Geburtstag ist der 5.01.2002. Das ist also 5 plus 1 plus 2 plus 2 gleich 10. So wäre das 10. Gerade das Schade Schicksals. Also, äh, wie eine Fortune. Nehmen wir das wiederum bei dem 2.06.199. Also 2 plus 6 plus 1 plus 3 plus 9 plus 9 gleich 36. Das ist aber nur 24. Okay, dann geht es, muss man auch noch 3 plus 6 gleich 9. Oh Gott. Binomische Zahlen. Also, das hatten wir ja schon in, oh Gott, Liara, weißt du noch? Nein, 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 war voll damit. Da war es auch immer so, von wegen, es sind jetzt alle zu Saalen zusammen. Und wenn es halt zu hoch ist, dann rechnet man halt so zusammen, dass man eine einstellige Zahl hat. Ich glaube, es ist sogar die ganze Zeit, ich will, ich vielleicht auch erschwerken oder was ausklaudern können. Stimmt, es macht Sinn, dass Liara und ich das selbe Karte haben, weil Liara hat 2002 und ich habe dafür zwei Monate später nach ihr Geburtstag. Das heißt, wir haben kaum auf dieselbe Zahl. Ja. Oh, ich habe auch die Storys verkauft an diese wirklich wöchentliche Manchin. Äh. Helden und Tragödie gehen Hand in Hand. Ja, und meine Vision für Hippie wird real sein. Ich bin nah des Sieges. Und ich werde niemanden Weg stillen lassen. Oh, hallo, eben Kubo, äh, Sukobus. Ja, ich... Ja, Sukobus. Zorn. Zorn, Sukobus. Irres, äh, nee. Ähm. Bismers hat noch weniger an. Ähm. Was ist das Sukobus, glaube ich? Ich... Ich glaube noch eine Babyvariante von Sukobus, was, glaube ich. Eine Babyvariante. Glaub ich, oder? Ich kann es dir schlicht sagen. Ich kann ja nicht schauen, was sie ist. Warte. Ähm. Ich sollte es besser vorlesen. Ähm. Nur die... Nur die kleinste andere ist benötigt, um euch zu erledigen. Okay, du hast... Wow, du bist wirklich dran. Agidein! Autsch. Natürlich brenne ich. Warum würde ich nicht brennen? Hast du... Äh... Nillim ist sie. Was? Nillim? Okay. Nillif. Nillif war noch was anderes. Äh... Attack of all up. Tui. Ich verstehe, wenn es natürlich umgegnet. Mhm. Rysona! Ähm... Aber ich könnte allgemein mal wieder... Schade. Ich dachte gerade kurz, wir hätten eventuell da was anderes von mir. Es wäre, wie sie vergett, wie die Bekanahe. Ja, gut. Mediarama. Mediarama! Zack. Ich habe dich... Danke! Ach das! Bedeutung auf die Boden! Bedeutung auf die Boden! Oh nein! Nein. Don't do that shit. Don't do that shit. Ich weckste gleich eine Person an, was in Mudun kann. Halt mich aber bitte selbst an. Aber Mudun, don't do this shit. Don't do this shit. Mudun ist absolutes Logo, meine Güte. Wolltest du haben? Du kriegst es so. Du kriegst einmal eine fette Runde. Yoshitsune. Yoshitsune. Und diese fette Runde Yoshitsune hast du auch eindeutig verdient, meine Liebe. Bei dem, was du machst. Aiga On. Haut, du kennst den stärksten Curse, glaube ich. Das ist... gemein. Haut. Haut. Okay, jetzt starten wir noch mal weg. So, Kutcher Treffer. Zack. Kutcher Treffer. All Out Attack. Hier ist die Stelle von All Out Attack. Ich hoffe es rein. Schade. Schade. Ups. Egal. Level Up für... Alle. Die stut auch weh. Und die stärksten Elementar Zauber hat sie. Die tun auch weh. So. Level Up. So. Neuer Skill für... ...Seiten High-Style. Äh... Uff. Brauchst du das wirklich bei Ryut? Irgendwo gut die ganzen physischen Skills. Medium to all. Medium to one. Ähm. Eigentlich wenn ich das hab, brauche ich das unbedingt, oder? Irgendwann Headbutt kannst du vergessen lassen. Elec-Break ist halt nützlich manchmal. Deswegen darf ich das einfach. Ich wäre immer ein Loser. Ich ist zwar... ...und das nur einmal. Ich wollte einfach nur den Geschmack des Erfolgs haben. Die war alleine gewesen. Deshalb musste ich... ...Yfumi nutzen. Ich musste. Und was mit Yfumi's Glücklichkeit? Ich würde die, was Yfumi unglücklich machen. NIEMALS! Aber als sie... ...ähh... ...diesen... ...Wettel in der Grundschule gewonnen hat. Ähh... ...hat man anfangen sie als... ...Genie... ...Genie zu nennen. Und ich könnte niemals diesen Glack aus meinem Kopf rausschlagen. Ich kenne die Türe. Es tut mir leid, Hifumi. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Die arme Hifumi. So. Okay. Oh, wie die Chain ist cool. Mitsuyo, äh... ... scheint eigentlich nicht erfahrt zu haben. Ich soll das Hifumi sagen. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, genau. Jetzt wollte ich jetzt einfach rausgehen, weil... ...warum nicht. Makoto, heil mal alles. Okay, Makoto. 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 Kannst du nicht zurückgehen? Makoto-to. 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 Makoto. Makoto. Em-chan. Chan-chan. Gott. Gott. Ach, du. Ich hab immer noch Fioshi zu mir, oder? Ich hab, glaub ich, immer noch Fioshi zu mir. Hast du. Also. Muss ich das nicht ändern. Okay. So sehr ich Yoshitsune auch mag, ich möchte nicht die OP hier durch die Gegend laufen. Mhm. Aber bei InstaDev, den mag ich ehrlich gesagt immer. Ich mag es nicht bei InstaDev, die ist einfach so schön. Bei InstaDev geht schon, naja, eventuell die Chance zu haben, dass ich an meinen Speicherpunkt zu verschmissen werde, der hier ein bisschen höher ist. Mhm. Okay. Aber ich mach nicht so toll, es wird ein bisschen so nervig. Ich hasse Curse. Oh, es wird 2. 7. Hier. Zack. 1. 2. 1. Und. Joker. 3. Wedel trifft sich mal wieder nicht. Mhm. Dankeschön. Wurschtuchte Hattage. Wie wollen wir uns am besten mit Token Mirage Session machen? Ich denk... Ich hab eine Frage, wenn ich da mach, wie ein To-Gever dazu. Das ist schon ne Aussage. Das ist ne Aussage, was wir ein To-Gever machen? Sagst du, warte? Ja. Du hast da eine Reveilverkauf, wenn du das nicht reinpackst. So. 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 Ist einfach vom Mona-Mobil erfahren. Ich mag Monas Follow-Up-Attacks. Oh, warte, kriegt er ja nicht wieder da, wo ist Gondi? Ey. Na egal, wir kriegen Erfahrungs-Code, wir kriegen die Dienste. Items. Apropos, verdienst du? Ja bitte, weil jetzt 788.000 Yen haben wir wieder. Jetzt geht's. 7 heilige Steine kommt von Tihaya. Jaaaa. Nein. Nein. Wir könnten ange- Nein. Nein. Der ist zwar selten, die Kett von dir, guck mal. Und jetzt. Das ist sowieso das Beste für mich. So geht's dir so. Ja, ich mach dich nicht weg. Ich bin so. Ja, das ist wahrscheinlich schneller tot. Danke dafür. Mhm. Das ist aber einiges mehr, das ist wirklich gefährlich. Aber nicht bei Toph. Nein. Wieso, dass der Toph eigentlich magisch ausgelegt ist? Ich weiß nicht, warum er diesen Zauber überhaupt hat. Jetzt braucht ihr halt für den Spiel gar nicht. Ach jaaaa. Ich hab mit dem Video das Gefühl, dass es jetzt hier so verläuft wie damals in Persona 4 von 10 zu Jahr. Ich hab diesen einen Persona, den trag ich bis zum Ende des Spiels, weil seine Fähigkeiten zu nutzen sind. Schon wieder roter Frost, das ist gut. Das brauchen wir nämlich. Well, that's that. Now let's hurry on. Vielleicht haben wir jetzt endlich auch mal danach genügend zusammen. Jaa. Die wenigsten haben wirklich Erfahrung mit der Persona-Reihe gehabt. Und Leute kennen mich hier so ein paar Leute und haben das nicht gut kennengelernt. Ich auch so wirklich. Und damit wurde Morgada einfach mit Führerschein entzogen. Haha. Well, was hier? Morgada hat den Führerschein. Äh. Erbrachen. Führerschein um sich selbst zu fahren. Well. Ja. Ich hab hier den Fahrradführerschein. Ich hab hier den Fahrradführerschein. Oh nein. Der Fahrradführerschein. Er ist so wichtig. Ja. Mal ehrlich, war da jemand so wichtig? Nein. Ich hab einfach nur gedacht, weil ich die Schuhe einem beibringen muss, wie man Fahrrad fährt. Ja, aber trotzdem. Ich mein, man muss nur die Schuhe einem beibringen, Fahrrad zu fahren. Sonst nicht. Du ja, du brauchst nicht die Schuhe. Leute, wenn die da durchgefallen sind, weil sie sich verfahren haben. Ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegt habt. Bei uns waren nämlich die Fahrrad-Dinger sogar literally auf nem... Autoführerschein-Ort, wo wir ein Fahrrad geübt haben. Bei uns war es halt auf nem Straßen-Ort. Bei uns war es halt auf nem Straßen-Ort. Es stand halt eigentlich an den Ecken immer die Eltern. Deswegen weiß ich, wie sich die Person verfahren hat. Und wieso fällt man deswegen durch, wenn man sich verfahren hat? Ich war ja nicht schnell genug am Ziel. Betrug. Ich hab die Person kennengelernt. Ich hab die Person kennengelernt. Das sag ich mal. Ich hab die Person kennengelernt. Auch mir halt zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Ich hab dann halt ein Video gesehen auf YouTube mit dem Persona 4 Soundtrack. Das finde ich ganz cool. Dann hab ich mir halt dann, wenn wir damals dann halt ein Let's Play angeschaut. Ich weiß gefühlt nichts mehr eigentlich, was wie ein Let's Play war. Aber well, ich kenn doch so ein bisschen Persona 4. Ach so, dann natürlich auch ein Let's Play. Das ist cool. Dann kann ich die Person mal durchgeigen. So wie du Persona 5 bei mir durchgeigen musst. Ja gut. Ich hab ja Persona 4 ja gekauft für die PSP. Wenn ich... PSP! 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 Ja, Golden hab ich mir nochmal gebraucht gekauft. Und dann Vita dazu. Haben wir... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich nachdem wir es erst gestreamt haben. Oder erst nachdem wir es erst angefangen haben. Autsch. Oh ja. Mal sehen, was du anfängst. Ich sag, ich kenn's nur vom Let's Play und das auch so. Also ich hab's mir vor... Sechs Jahren so das angeschaut. Das Let's Play. Ich weiß nicht, wie ich davon. Aber Gruppen, sorry. Da hab ich halt beispielsweise Persona 4. Und dann hab ich halt vor ein paar Monaten halt Persona 3 mal gespielt. Okay. Emulator. Ah. Hm. Oh. Interessant, cool. Ah, wenig. Ja, Art of my level. Ich dann... Der jetzt hier Controller angeklaß dabei ist. Weil ich... Ich werde mich bei meiner Tastatur das so spielen. Erstmal PS4 controller anschließen. Weil... Why not? Es... Miki, du! Autsch. Was ich an dem Mordisch Spiel nervt mich, ist das Tastatur zu tun. Weil ich davon verkrampfe meine Finger. Ich weiß nicht, was alle immer mit der Tastatur haben. Ich bin mit der Tastatur aufgeräumt. Und... Ich bin mit der Tastatur aufgewachsen ist und nie Probleme hatte. Also... Puff. Ich habe auch solche Spiele wie... Oh Gott. Ich habe auch solche Spiele wie... Ich habe Final Fantasy 6 damals in der Tastatur gespielt. Das war auch sehr interessant. Ich liebe das Gefühl der Wind auf meinem Gesicht. Das ging ganz in Ordnung. Ganz interessant bei Final Fantasy 6 war eben die Tatsache, dass ich auch noch... Nicht nur die Tasten halt oben und unten rechts rechts belegen durfte. Nein, ich durfte auch die Tasten oben rechts, oben links, unten links und unten rechts belegen. Gott! Äh, FunFact, der SNS-Controller hat hier ja gar nicht solche Tasten. Das heißt, ich habe mir quasi die Tasten so belegt, wie ich sie brauche. Mhm. Was solche Moves wie, äh... Es gab halt einen Charakter, der halt Special Moves, die nach Tastatur gemacht hat. Es gab einen Move, wo man literally zweimal im Kreis halt die Tasten drücken musste. Das war eigentlich tatsächlich nur damit möglich. Aber seitdem ich einmal herausgefunden habe, wie ich es mache und mir halt die Tasten so im Kreis festgelegt habe auf der Tastatur, wie es sehr einfach war. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Habt ihr auf die Personerei auch an dich? Frage, Kax. Mhm. Äh, ganz interessant, ganz spannend bei mir ist es tatsächlich. Ähm, ich habe Persona kennengelernt durch Zufall. Mehr oder weniger. Nämlich, ähm, jemand hat einfach mal... Ich habe mal ein paar Mal so Erzählungen von Persona 5 gehört. So was wie, ach ja, Persona 5 ist cool, Persona 5 gefällt mir so gut. Hauptsache, dass ich durch die Pikami Tänze, die ihr mit mir geschwärmt habt, habe ich irgendwann mal halt mir gedacht, wenn ich irgendwann wirklich eine PS4 habe, wird mein erstes Game Persona 5 sein. Warte mal, was mein erstes Game aus der PS4 war. Genau das Game. Ähm? Hm? Für mich war das erstmal, als ich es bei meinem Vater gesehen habe. Damals auch Persona 3. Dann hatte ich den Song Burn My Dread und meinen Song Koffeigenbraten. Und... I've been... Burn My Dread Ich habe... Fragt mich jetzt nicht, warum ich den Soundtrack kenne, ich kenne ihn nur wegen Persona 3 Dancing. Kein Plan, worauf es geht, aber die Musik war super. Geil! Okay, noch ein Waiting Room. Und ihr könnt wieder Kostüme wechseln, yay! Wie sieht sie beim Rest aus tatsächlich? Ähm... Wer suchst du die Entscheidung übrigens? Ähm... Sommeruniform. Hoppla. Warte. Äh... Ähm... Shadow Ops. In Zweifel immer Shadow Ops. Fuck, vorhin hat... Taba hat ja keine Sonnenuniform. Gute, die gehen ja nicht zur Schule. Taba hat nur diese Sommerklamotten. Die da. Aber dieses... Ich habe keinen Plan, worum es ging, aber die Musik war super. Gefühl, kenne ich irgendwie auch teilweise. Ich kam ja auf Persona 4 ja, auch weil ich erstmal einen Soundtrack von Persona 4 auf YouTube entdeckt habe. Stimmt, ich hätte damals bei Persona 5 glaube ich auch erstmal den Soundtrack reingehört und hatte ich jede Menge Persona 5 Stück in meinem Soundtrack drinnen. Auch wenn ich im Prinzip nichts dazu wusste. Und äh... Ganz interessant was ich für Theorien hatte wie Persona 5 ausgeht mit anhand des Soundtracks. Mhm. Ich habe da die Bilder so irre geleitet. Das war ganz witzig. Well... Nach meinen Forschungen haben wir nicht... Äh... Übrig. Das wird ganz einfach sein. Das ist jetzt hier gerade. Okay, wir können nicht verlieren. Wir können unsere Nerf nicht verlieren. Weiter geht's. Der Sergeant I'll Face Myself in Persona 4. Den fand ich ganz gut. Ist auch einer meiner Lieb. Oh, I'll Face Myself ist glaube ich der Ding jetzt der Boss. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, dass ich Spiele spiele, der durch Soundtrack kennt. Oder halt durch Ähnliches. Es ist meistens halt sowas wie Soundtrack oder Alternative auf Opening, wo ich Spiele kennenlerne. Wow, das hat mir YouTube-Anti über gegenseitig aufgelegt. Das ist auch interessant. Spiele... Okay. Ich kenne Persona durch Link. Er meint, es wäre meine Spielerichtung. 24 zu 4. Ist es eine Spielerichtung, Liara? Habe ich recht gehabt? Wie damals auch bei Zero Escape. Es ist immer ganz interessant, wenn ich Liara so... Oh nein. Wenn ich Liara so sage, ja, ähm... Diese Spielereihe könnte so zu dich sein. Auch so bei Zero Escape und Liara so... Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Let's do this. Und Liara so... Oh mein Gott. Ja, Link ist fair. Oh nein. Du fährst für... Hör auf damit. You're a stand in... Oh, danke dafür. Sehr kritische Trefferzüge war auf dem Spiel. Oh, danke dafür. Danke dafür, Arne. Betten Pass. Du bist so geil. 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 Wie schon gesagt, ich schau mir meistens, um ein Spiel einzuschauen, nicht Gameplay an. Okay, let's move on. Ich schau mir meistens nicht Gameplay an, weil ich mich nicht spoilern will. Was ich tue, ist tatsächlich mir entweder kurz ein Stream oder so anzuschauen, damit ich so ein bisschen bisschen was sehe. Das ist so ein bisschen Ausnahe meistens. Das sind dann meistens halt solche Streams, wie wenn ich zufällig sehe, dass jemand irgendwas streamt, ich kenne das Spiel und ich gucke rein, mir gefällt das Spiel, dann ist es meistens so, dass ich mit dem Spiel rausgehe und sage, ich spiele das Spiel irgendwas selbst. Weil ich liebe Blind-Erlebnisse, deswegen mache ich es meistens immer unangenehm. Und dann denke ich mir so, ja, mir gefällt das Spiel, dann hol ich es mir einfach mal. Klar, viele meinen, dadurch kommen auch Fehlkäufe zustande, aber, ähm, ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte sehr selten Fehlkäufe. Oder auch Leute muss man sagen, ja, ein Spiel fällt dir nicht so gut. Mir gefällt das Spiel ja auch gut, auch wenn viele meinen, oh nein, es ist ja so ein schrecklicher Abhebel in der Reihe. Es ist ja so schrecklich. Nein, es ist ja nicht. Er ist nicht schrecklich. Ich meine, es ist nicht, dass ich mir allerliebt, dieses Tales-Game, aber es ist nicht der letzte Platz. Das ist für mich der selbst im Vorjahr 2. Das habe ich ja mittlerweile auch. Also, das werden hier auch nur für das Spiel halten. Und, äh, die Jahre meistens machen, ich muss sagen, ich würde es in Persona nicht anders wollen. Es passt einfach nicht anders. Äh, was anderes. Wie gesagt, nur ist Camp-Ona. Richtig. Rundenbasiertes Kampf-Ona. Richtig. Rundenbasiertes Kampf-Ona. Das ist halt auch etwas, was es besonders macht. Rundenbasiertes Kampf-Ona. 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 Spaß gemacht. Oh Gott, das liegt daran, ich lese immer mal wieder Videos durchzuleuten, halt die Poké und kommentieren und es ist fast immer wieder dasselbe. Die Leute so, ich mag den neuen Epiteiler nicht. Irgendes macht es viel zu einfach, man muss ja nicht mehr trainieren. Und ich denke jedes Mal aufs Neue so, wollt ihr wirklich trainieren? Wollt ihr stundenlang im hohen Gras durch die Gegend laufen an schwachen Pokémon trainieren? Wollt ihr das wirklich haben? Ich denke mal, ich bin jedes Mal aufs Neue wollen die Leute jetzt wirklich haben. Weil ich denke wirklich so, wenn man ein Level durch Trainer hat, ein passendes Level, dann ist doch alles in Ordnung. Warum muss man extra Training machen? Das Training ist einfach nur nervig. Es ist einfach so, ich merke es jedes Mal an Challenges ohne, also normalen Reduzierung. Ich denke, das ist ein großer Stressreiber. Ich merke es jedes Mal an, äh, an Training in normalen Reduzierung. Ich denke, dass ich das immer da gespielt habe. Ich denke, dass ich das nicht lassen habe. Es dauert so lang. Ich habe bis heute nicht mein, äh, Hartdolz... Oh, wow, danke, Mona. Ich habe bis heute nicht mein Hartdolz, ähm, mein Hartdolz und das noch zu Ende gespielt, einfach weil ich, ehrlich gesagt, keine Lust hatte, für Rot, ab... ...zu retten, bitte. Einfach keine Lust hatte, für Rot, um zu trainieren. Meine Pumpe und hat... Ich hätte meine Pumpe und sie locker 20 Level trainieren müssen. Und man kann literally nirgendwo in diesem Spiel gescheit trainieren. Nirgendwo. Und da frage ich mich für das Spiel hier aufs Neue von wegen so, warum gefällt den Leuten so, was das von zum Maximum? Es ist literally nur die Grindel. Es ist nichts Besonderes. Es sind keine spannenden Kämpfe. Es ist nur die Grindel. Hm? Und ich frage mich nicht mal, ob ich so beschweren soll. Schaut euch Persona an. Persona hat halt so viele Schwierigkeiten, gerade dazu halt die Möglichkeit, man kann grinden, wenn man will. Und es geht auch viel schnell, wenn man es will. Deswegen, äh, Persona hat dazu eine gute Möglichkeit. Du kannst alle Kämpfe machen, hast immer ein passendes Level. Ich wette Persona 4. In Persona 4 musste ich oftmals grinden, aber da war es auch so okay gegrindet. Es war halt nicht so ein endlos nerviges. Dieser Dreifell ist auch okay. Man kann halt ehrlich gesagt in Persona 4 auch teilweise das so gut nebenbei machen. Du machst halt nebenbei was anderes. Es geht halt, weil du musst halt nur so ein paar Knöpfe trinken. Das konnte ich bei Pokémon nie. Das stimmt. Ja gut, in Persona 3. Ja gut, da kannst du hauptsächlich nachts halt, kannst du nachts in die Tartus gehen und du hattest insgesamt eigentlich nur für eine Nacht gehabt. Was wäre das nur am Tag? Die beiden ausgewirkt, da hatte ich viel Freizeit. Hallo, Ludwig. Die hatte ich dir auch schon mal erzählt. Ja, irgendwann hatte ich kein Problem wie ich zu hoch ein Level war. Da habe ich ja beim Arcade so gestört, in Arbeit gegangen, hab gelernt, schlafen gegangen. Das ist jetzt vielleicht bei einer ein bisschen zu viel riskiert. Das war so, dass halt auch einzelne Spiele klar. Ich sage zwar einerseits, man kann gut grinden, aber auch nur, wenn man weiß wie. Man darf sich aber auch nicht unterschätzen. Das macht das Spiel irgendwie auch ein bisschen irgendwie spannender. Ich habe noch welche Spielplätze gehabt. Du bist, du darfst die Gäste nicht unterschätzen, weil Instant Death kein Angelegenheit ist. Aber das Tolle ist, einfach mal kannst du hier wehren. Es ist nicht ein Spiel, oh Gott, ich renne mich daran, ein Endboss von Darkest Dungeon. Darkest Dungeon ist ja eigentlich schon ein Rogue-Ride-Game. Das heißt, Charaktere, die sterben, sind für immer tot. Ja, Endboss, Darkest Dungeon. Du musst zwei Charaktere sterben lassen. Story-mäßig. Du machst den Endboss, also nix, nur mit zwei Charakteren. Gott! Der sich das über den Täter kippt aus und sucht. Wow. Wow. Der ist ein Arsch. Es gibt allgemein sehr wenig Rogue-like-Games, wie ich spiele, weil ich nicht im Prinzip nicht unbedingt mag, dass die Einheiten komplett sind. Aber sowas gibt es bei Deck of Isaacs spiele ich sehr gerne, weil es ist zwar Rogue-like, aber es ist halt trotzdem so ein abwechslungsreiches Spiel, weil du hast halt schweizende Ebenen zu erfunden und wenn du stirbst, brauchst du halt von vorne anfangen, aber du musst halt sozusagen verschiedene Achievements sein, wie du verschiedene Bosse erledigst. Deswegen ist es Rogue-like-Game-Games, in Prinzip du hast halt verschiedene Bosse besiegt und wenn du stirbst, das halt auch von vorne anfangen. Das macht es halt zu einem Rogue-like, aber zu einem anderen Rogue-like-Games, weil du kannst zwar viel verlieren, aber du verlierst nicht so viel Fortschritt, wie oh nein, die Charaktere sind für immer alle tot. Klar, es sind wieder solche Sachen, wie es sein ist. Es gibt ja genügend Leute, die Rogue-like-Games. Aber ich kann halt wirklich Leute, die sagen, die wollen endlos grinden, nicht möden, weil was für einen Spaß habt ihr am Grinden? Grinden ist literally nichts anderes als immer wieder dasselbe machen und literally eigentlich keine Abwechslung haben. Sehr gering Fortschritt. Und je nach dem Game kann halt Grinden auch echt lange dauern. Ich muss halt echt sagen, in Tales of Symphonia hat bei mir das Ende gehalten, was ich hätte tun müssen, aber was ich halt für die besten Waffen gemacht habe, hat echt lange gedauert. Und das trotz diesem Item, was doppelte Erfahrungspunkte gegeben hat. Mhm. Ich weiß ja, wie es war, oder? Ich weiß, wie es du weißt. Das war ja das Item, glaube ich, mit dem man verflügt wurde, aber halt doppelte Erfahrungspunkte gibt, was man halt mit einem anderen Item wieder negieren kann. Genau. So. Deswegen finde ich irgendwie Games, bei denen man halt entweder so eine Level-Kurve macht, ich ehrlich gesagt, den Punkt von Upsen und hatte. Ich weiß nicht, warum alle den Punkt von Upsen überlevelt haben, weil ich hatte den Punkt Weil ich weiß, die Ippi-Piler die ganze Zeit anhatten. Ich hatte ihn eben auch an, aber ich hatte nur noch mal ein Level-Kurve. was haben die gemacht? Haben die an Down-the-Punk-Gras gelevelt oder was? Ziemlich hoch. Eigentlich ein Punkt war ich, als ich die ganze IP-Teile anhatte. Ich muss halt sagen, ich hatte ein relativ normales Level. Gut, ehrlich gesagt, ich war ein bisschen zu hoch, das stimmt, aber wenn ich manchmal solche Argumente... Oh cool, wir haben jetzt übrigens das geschafft, was ich meinte. Wir haben doch wieder Geld bekommen. Oh, Magufu, oder? Hey. Magufu? Alright. Was man halt als Kritik meistens so annimmt, wo ich mir denke, so, ähm, warum kritiziert der sowas? Gibt es jetzt oft genug, diese Kritik, die nur um das Kritik-Wirms da ist. Oder so Nostalgie-Wirms, wo ich mir denke, so, ähm, bist du sicher, dass du dir das nicht einfach nur schöner vorstellst, als eigentlich wahr? Hm? Das Gefühl, übrigens hatte ich auch schon mal, wenn so eine Nostalgie bricht, das ist kein schönes Gefühl, wenn du denkst, als Kind war das eigentlich schöner. Ja, das stimmt, oder? Selbstliche Kinders vorstellen, sind kaputt. Ja. Teilweise sind es halt Serien, wo ich wirklich dachte, die waren damals gut, aber im Prinzip hat sich rausgestellt, war sie gar nicht so gut, wie ich dachte. Das ist mal... Ziemlich Trash. Ja, man ist ziemlich Trash ein bisschen. Das ist vielleicht ich kenne vielleicht manche, wenn sie irgendwas wieder probieren, was sie in der Kindheit hatten. Auch für Süßigkeiten, die man in der Kindheit hatte. Oder YouTuber, außer Pagano. Oh Gott, bitte hoffen. Oh, Miracle Punch, sehr cool, das haben wir... Oh, jetzt weiß ich, warum ich die deabonniert habe. Ja. Okay, ich sag jetzt keine, weil ich will ja nichts gegen irgendwelche Leute sagen, aber ja, die Leute... Man kennt ja meistens diese YouTuber, die man irgendwann mal cool fand und später schaut und sie so an und denkst, das ist so, das ist mal richtig toll. Na, ah, Allein schon zum Teil hat Leute, wo man durchschnittlich mit bestimmten Games gefunden hat, verbindet man schon etwas damit, aber wenn man halt später in den Umgang merkt, dass sie ziemlich so hä drauf sind, sind fast da. Irgendwas für sich hier anders an. Was ist es? Ich bin sicher, wir sind bald am Ende. Ich finde solche Momentos Parts auch ziemlich schwarz. Wenn man redet, ist hier, man quatscht. das ist ein bisschen wirklich so wie das, wir haben jetzt wirklich so, was ich eigentlich habe gehabt von denen. Das ist der, wie ich kann mal drei zu Genüge haben. Äh, das ist eine Kombination, die ich so, äh, finde. Äh, oh Gott. Oh Gott. Ich hab Angst. holler. 21. hollel, du bist eine Kombination, warte mal. hey, bitte nicht. Hucke mal, Kugel in den will. Na, Kugel ist in Ordnung, aber so lange, die ich dann gleich mit diesem Instant-Dinger Okay, ich kann die Persona wechseln, siezen Kutten. Und wo bist du denn? Ja, ja, Yoshitsune. Verwechseln die beiden? Nuu? Man fetzt sich ja den teilweise auf. Dieses Gefühl, oh wow. Ah, ah. Oh, gut gut. Hoppe. Man kennt ja so, ich spiele einen von allem, sei es irgendwie Essen und so. Bei mir war es halt teilweise auch so bei Games. Kennt ihr so, wenn du Games ganz früh gespielt habt und dann spielt ihr irgendwann mal wieder dieses Game und denkt jetzt so, ähm, irgendwie ist dieses Spiel komplett scheiße gealtert. Ja, das geht mir. Ich überlege gerade. Animal Crossing fand ich früher spannend. Heutzutage habe ich gesagt, das ist so langweilig. Ich penne ein. Animal Crossing, muss ich sagen, macht mir am meisten Spaß, wenn ich mit so deutschen Zusammenspiel. Ich habe früher immer tatsächlich mit jemandem gleichzeitig Animal Crossing gespielt und dann hatten wir halt immer so gleichzeitig zu reden und so, haben halt jetzt halt so ein bisschen gespannt, haben jetzt täglich Aufgaben gemacht und haben halt auch statt von anderen besucht und so weiter. Das heißt, mit zweit oder so macht das echt Spaß. Ja. Nur alleine hat es mich halt auch dauernd gelangweilt. Ich bin ehrlich mit meiner Schwester über Animal Crossing gestritten. Die war so, die hat immer noch als Geist gezogen und ich so, ja, und dann so, ja, du machst es nicht so nach der Geist und so, Baby Rage. Ich so, ah. Oder was sie auch mal hat, sie hat, weiß ich, mein DS geschnappt, hat auch nur ein Spiel geschnappt und hat hier, und hat quasi meine guten Einsätze geklaut. Okay. Das ist auch sowas so, wow. Okay. Meine Animal Crossing-Erlebnis war auch so, da triffst du so random Leute auf dieser Animal Crossing-Leave-Insel, auf einmal, ja, ich konnte mich besuchen, so, ja, ich gebe dir unendlich viel Geld und seitdem hatte ich halt unendlich viel Geld gefühlt und konnte mein Haus komplett abbezahlen, konnte mein Haus komplett abbezahlen, konnte, hatte ich trotzdem noch viel Geld, das Gefühl hat immer noch mehr als viel Geld, auch wenn ich alles für die Stadt gebaut habe und mein Haus komplett abgezahlt habe. Das war auch so eine interessante Erfahrung von wegen so, ja, guck mal, hier kriegst du Geld und noch mehr Geld, 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 noch mehr Dienste. Ich war wirklich so, sie ist immer wieder und wieder gekommen, kam immer mit noch mehr Geld an und man denkt so, äh, irgendwann Leute haben sich wirklich über das Geld gestritten, wo ich mir dachte, sie hat immer so viel, wieso streitet euch, bitteschön, oh. Mauna! Mauna! Ich mach die Geräusche, oh, wow, uh, du hast beide getroffen. Ha, Loser! Wo ist Mauna? Achso, Mauna, ich denke mir immer, wo ist Mauna auf dem Bild, aber ja, Mauna ist das Auto. Oh, wie hier. Das ist Mauna auf dem Bild. Huh? Schon getan? Wie veröffentlichbar. Wir werden jetzt teilweise meine Nostalgie-Trips übrigens auch sehen, wenn ich Spiele anspiele, dann die aus meiner Kindheit sind. Ich hab ja hier genügend Spiele. Wir werden wahrscheinlich so ein paar Nostalgie-Trips sehen, wo ich mir denke, oh, das war so tolle bei der Kindheit. Allein schon, wenn ich über Asterix und Obelix rede. Ich hab das schon seit Ewigkeit nicht gespielt. Und ich glaub, wenn ich's wieder spiele, mal sehen. All right, that is enough Pranks. Ich weiß nicht, wer hat mal sehen, wie sehr Nostalgie-Trips ich in den Spielen gespielt habe. Übrigens auch mein Lieblingsbeispiel sind DS-Games. Seems like you've all gotten used to fighting. Nice job! Was ich gern spiele, war diese Sophies-Freunde-Spieler. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie du beißt. Mhm. Ich hatte vor ein paar Monaten Sophies-Freunde-Ice of Processes wieder Just Forever losgespielt. Alter, das ist voll die Anime-Love-Drama-Story. Oh, sieh. Oh, sieh. Oh, sieh. Ich hab's schon im Kopf gehabt. Sieht so aus, als ich sie öffne. Ich denke mal, war das undurchdrehbar, solange wir nicht mehr Leute an uns glauben. Hey, kannst du dich deine Kraft nutzen, Oracle, um was auch immer damit zu machen? Vielleicht nicht. Ich bin kein Gott oder so, weißt du? Ich könnte schon über Götter reden. Hast du schon von dem Gott gehört, der einen Tanz verführt hat, um eine verschlossene Steintür zu öffnen? Ich denke, ich verstehe, worauf du hinauf bist. Go for Skull! Ich bin raus. Bruderus. So. Du, 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 du. Auch da beim Mentors-Eingang. Wir haben ne Menge geschafft und wieder ne Menge gequatscht in Mentors. Mhm. Und jetzt machen wir- Nein. Wir machen uns erst, sobald wir das richtige Wetter haben. Mhm. Es scheint ne gute Idee, dass wir nach Hause gehen und zurück. Die Kenia sehen normale Rea- 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 Rea. Danke für ihre harte Arbeit. Zack. 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 Oha. Warum kann ich keine Verbindung zum Chat hergestellt werden? Handy, please. On to our next story. Als nächstes unser Spotlight auf, äh, auf das Thema, über das alle reden. Die Fantasy-Vorfälle. Die Fantasy-Vorfälle schockieren die Welt, indem sie eine globale, berüchtigte Hacker-Gruppe stilllegen. Ihre Popularität, äh, geht über alle Grenzen. Mit, äh, mit ausländischen, äh, Medien. Und direkt auf ihren Sp... Viele bezeichnen sie als dunkle Helden oder Gentleman-Diebe eines neuen Zeitalters. Hey! Wow, das ist ziemlich verrückt. Also weiß die ganze Welt vor uns? Irgendwie schon, oder? Mhm. Mann, es ist heiß. Na, na, genug. Verdammt. Alles, was über aus der Rede ist, die Fanries. Wer auch immer sie sind, ob sie aber gute oder böse sind, sie geben mir Kopfschmerzen. Also, die berühmter werden, desto mehr öffnet sich Mementos. Ich frag, das frag ich mich auch. Äh, weißt du Morgana irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich Mementos... äh, wovon ich zuerst im Moment das gelernt habe. Erinnert sich nicht. Äh... Also... Gibt's keine... Keinen Weg für uns, das herauszufinden? Es wird sich wahrscheinlich... Es wird wahrscheinlich klar werden, wenn wir als Fanries weiter machen. Die wichtige Sache ist jetzt, äh... Die Identität des Kriminellen, der als Metaverse nutzt, herauszufinden. Scheint die Person sein, die meine Mutter getötet hat. Ich werde sie finden. Egal... Ähm... Ähm... Wir... Wir waren... We used to be... Wir hatten Probleme in bestimmten Bereichen. Äh, wir hatten... Genau, wir hatten Probleme in bestimmten Bereichen. Wie wir uns helfen. Äh... Wir... Wir sind jetzt... Äh... Wir stehen uns eine Menge Möglichkeiten zur Verfügung. Ja, wir haben einen fantastischen... Äh... Zuwachs zu unserem Team bekommen. In... In der... In der unerwartesten... In der unerwartesten Weise möglich. Oh... Er bringt mich... Er bringt mich zum Erröten. Wiegt zehnhaftig, Mutara? Das fühlt sich viel besser an, als eine dumme Katze, die uns rufet. Ryuji? Jetzt will Morgana in den Wald gehen, wegen dir. Oh! Kawakami, komm mal her. Hey! What? What? Kawakami, warum bist du im Maid-Outfit? Wie ist die Pressure, Master? Ah, du kannst nicht glauben, dass die Tür eine Massage gibt. Danke, Kawakami. Tschüss, Kawakami. Tschüss, Kawakami. Warum hat sie eigentlich die Maid-Uni von... Achso... Ja, können wir... So sagen. Und... Warum hat sie eigentlich die Maid-Uni von behalten? Vielleicht war es ihre von Anfang an. Guck mal, wir könnten so eine Sojimo machen. Wollte ich sagen... Wollen wir noch Sojimo machen und dann aufhören oder vorher aufhören? Wollen sie keine Ahnung. Siehens gleich noch kommen. Ich... Ich weiß nicht, ob Katzins kommen. Ich glaube nicht, aber... Wenn Schuhl wieder anfängt, ja. Ja, ich glaube, wir machen heute noch so. Wir haben übrigens ein ziemlich hohes Level, wenn man vergleicht. Jetzt schaut mal auf meinen Spielstand 2 unter. Ach, naja. Ach... Und dann schaut mal, welches Level ich zu dem Zeitpunkt hatte. Was passiert? Ich bin also höher gelevelt als zu dem Zeitpunkt, wo ich ein bisschen weiter weg war. Hm. Aber gut, dass hier nichts gespoilert wird. Ich hab... Ich hab's schon mal echt gut gemacht. Hm. Schul- und Klassenraum kennen wir. Leblor kennen wir. Es rotig wird auch. Oh, Leblor, Leblor. Nicht hinschauen, aber man konnte jetzt nicht... Wenn man ganz... Wenn man weiß, was ganz unten stand, kann man sogar sehen, was da ganz unten... Beim untersten Speicherstand dran stand. Glaub ich jetzt nicht. Das wäre wiederum aber ein Spoiler gewesen. Deswegen... Weil ich's auch nicht mehr zeigen. Also... Das war's für heute, Leute. Weil ich wollte heute noch was machen, heute Abend. Deswegen... Spiel noch ein bisschen Cinderella weiter. Spiel ein bisschen... Ah. Mach ein bisschen dies, mach ein bisschen das. Mal gucken. Vielleicht hast du ja Lust mit, äh, zu machen. Mirai. Mirai! Mirai! Mirai, Laira, und... Und ihr alle anderen auch. Also... Ich glaub, Klinge hat ganz am Anfang gesappt, wenn ich so richtig eine Wohnung hab. Deswegen auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Klinge. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch an Mirai. Ah. Weil dank Mirai können wir jetzt eventuell... Ich muss mal kurz... Ich kann das, was wir ja nicht mehr live bin, machen. Ja! Wir haben einen neuen Emote-Platz. Guck mal! Wir haben einen neuen Emote-Platz, Leute! Yay! Wir haben einen neuen Tier 1 Emote-Platz. Das ist sehr cool. Was auch ziemlich cool ist, dass es ein Tier 1 Emote ist. Ich werde mich jetzt an die Person wenden. Eventuell gucken, ob sie immer noch für Commissions offen ist. Weil wenn sie ja, dann werde ich sie eventuell noch mal anfragen. Und fragen, ob sie das machen will. Was? Was? Cool! Ja, Klinge. Wir sind jetzt tatsächlich... Dank dir, Mirai und meinem Pfiffensatz, haben wir es jetzt geschafft. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Emote-Platz freigeschaltet. Ähm, das heißt, ihr kriegt bald ein neues Tier 1 Emote. Was auch ziemlich cool ist, dass es ein Tier 1 Emote ist. Weil ich finde, Tier 1 Emote sind für euch alle am besten. Weil man muss ja nicht so viel Geld für mich ausgeben. Was? Ja. Ich muss mal irgendwann mal schauen, wie viel ich mittlerweile angesammelt habe. Weil tatsächlich kann es sein, dass das Geld irgendwann mal ausgezahlt wird. Mhm. Wobei ich glaube, so schnell wird es nicht ausgezahlt. Weil wenn ich überlege, ich kriege pro Sub ja nur 2,50. Mhm. Ich habe ja momentan zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 9 Subs. Hoppla. Ist das nicht krank? Ich habe momentan 10 Subs. Das heißt, wenn ich das volle Geld davon bekomme, kriege ich insgesamt 25 Euro. Wobei, wenn ich das vier Monate anhalte, habe ich die 100 Dollar ja schon zusammen. Mhm. Das ging schneller als erwartet. Wow. Wenn ich dazu noch Sushi Tier 3 Sub reinnehme, der ja 25 ist allein schon. Er hat mir noch um 10 Euro Sub geschenkt. Es kann nicht sein, dass das Geld ziemlich bald ausgezahlt wird. Oh je, das wird ja was werden. Ich hoffe, dass ich nicht so viele Probleme mit der Dinger bekomme. Mhm. Eigentlich sollte ich ja nicht so viele Probleme mit der Steuer bekommen, weil ich verdiene ja nicht regelmäßig was dran. Ich verdiene ja mal was dran. Es ist ja nicht wirklich eine feste Einnahme. Es ist ja nur Wahl. Wahl. Richtig. Es gibt ja einen Freibetrag tatsächlich. Ich muss halt schauen, wie ich es mache. Egal. Es betrifft ja nicht euch, sondern eigentlich nur mich selbst. Ich muss halt nochmal gucken. Ich spreche seit mal mit meiner Mutter, die kennt sich mit der Steuer wahrscheinlich besser aus als ich selbst. Auf jeden Fall vielen Dank an euch alle. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht auch nicht. Je nachdem, ob meine Mutter mich jetzt doch irgendwo hinzwängt oder nicht, wie sie meinte. Ja. Theoretisch morgenfrei auf jeden Fall. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall sehen, ich werde es wie immer auf Twitter ankündigen. Ansonsten, wer will, auf meinem Discord steht es ja auch immer drauf, wenn ich eine Live-Ankündigung mache. Ich muss mal gucken, ob ich den Buffet mal wirklich auf Add Everyone umende. Wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht die Leute stört, wenn ich das immer mache. Mhm. Deswegen gucke ich mal, ob ich das jetzt wirklich mit dem Add Everyone mache oder nicht. Und ich sage dann vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Schaut gerne wieder vorbei. Ich kümmere mich darum, dass die Streams endlich mal wieder auf YouTube kommen. Hi. Bis dann. Ciao und Persona. Persona. Tschüss.